Das ist jetzt mal Frauenpower. Nun ist unser kleiner Mutzig noch hier mit dem TS versteckt, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen sich im Hintergrund aufhalten. Und zwar sind heute dabei wieder mal die liebe Rennsemmel, die liebe Pandasi, die gerade abgehackt hat. Komm, das machen wir nochmal. Die liebe Pandasi. Und neu dabei begrüßt sie ganz herzlich die liebe Carrie oder auch Gamerweibchen genannt. Applaus, 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 Applaus. Wir begrüßen schon mal hier jeden und alle so und überhaupt im Chat. Wir gucken mal, wer ist denn schon so da? Der Gildor ist schon da. Avon Clave, guten Abend. Noch nicht gelesen den Namen, aber herzlich willkommen. Mahodeck, mein lieber. Nochmal Gildor, die Pandasi. Mensch, hi Pandasi, schön, dass du auch da bist. Ja, ich freu mich mal. Oh mein Gott. 20 Uhr 1, Entschuldigung, Gratzmanjules. Chrissi hat gerufen, es ist 20 Uhr, es ist 20 Uhr und ich habe die Stream-Starten-Hotkey-Taste gesucht und deswegen ist es wahrscheinlich 20 Uhr 1 geworden. Entschuldigung, bitte. Ähm, genau. Stream offline? Was? Warum Stream offline? Hashtag ist so. Hashtag ist so. Ne, ist, ist, ist ja. So, genau. Ähm, ja, ja, alles gut. Was? Neuladen? Was? Wieso? Was? Damit der Stream läuft. Das war bei mir gerade auch. Ach so, oh Gott. Ähm, war noch nicht online bei mir. Ich habe einfach das Fenster neu geladen und dann lief das. Äh, Susi, darf ich den Teil Vorschlag unterbreiten? Unterbreite. Ähm, ich weiß noch nicht, inwiefern du während du spielst auf den Chat achten kannst. Viel. Viel. Jetzt ernsthaft viel oder? Ernsthaft viel, 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 viel. Ich habe extra das Chatfenster, äh, quasi Tapeten hochgezogen, damit ich alles lese kann. Würde. Da würde ich sagen, äh, überlasse ich euch eurem Schicksal und, äh, ich wünsche euch viel Spaß und, äh, verabschiede mich hier aus dem Channel erstmal. Vielen Dank, lieber Mike. Bye, Mike. Gute Besserung. Schreibt mal alle Hashtag, Hashtag Gute Besserung in den Chat für den lieben Mike und, ähm, für den lieben Bamster, dass alle wieder gesund werden und es allen wieder gut geht. Ja, ich trinke, ich trinke jetzt hier gemütlich meinen Tee und achte mit auf den Chat. Kann man sich den Stream geben? Äh, weiß ich nicht. I love delicious Cosplay. Das ist ja auch. Das wirst du rausfinden. Ähm, genau. Ich sehe sie jetzt zwar noch nicht, oh, guck mal hier, Hashtag Gute Besserung, guck mal. Oh ja, vielen, vielen Dank euch allen. Das ist der Chat, sage ich euch. Das ist der Chat, meine Lieben. Ähm, und zwar, ich hoffe, das klappt jetzt. Mike, ähm, viel Spaß. Bis später. Euch auch viel Spaß. Gute Bamsterung. Gute Bamsterung, ist ja auch geil. So, genau. Hi Angelo. Hi Marodeck. Äh, Marodeck. Jetzt fang ja auch schon an. Hi Marodeck. Marodeck, du solltest deinen Namen wirklich mal ändern. Jeder verspricht sich beim ersten Mal bei dir. Ähm, genau. Marodeck. Angelo ist da, wunderbar. Bamster ist da. Rayzertainment ist da, wunderbar. Es freut mir. Gut, ähm, was ich gerne noch machen wollte, es haben noch ein paar Leute gefollowt, während wir nicht online waren. Dementsprechend holen wir das jetzt noch nach. Und zwar einmal hier für den Wertenherrn. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verzögern. Psy Gaming. Willkommen, willkommen, willkommen. Und einmal, äh, seid heute früh kennengelernt, als ich bei unserem letzten Monkey MD Gwildor hostet. Mensch, guck mal, der Host-Alert funktioniert. Danke, lieber Gwildor. Das ist sehr nett von dir. Oh mein Gott. Und, ähm, der liebe Monstro-Fan Nummer 1 hat auch gefollowt. Oh mein Gott, so viele Hostings und Follower und so. Ich komm gar nicht hinterher, Leute. Lasst mich doch erstmal die Follower machen, dann dürft ihr hosten. So, mal gucken, ob das jetzt klappt. Ne, wir gucken mal. Natürlich, guck mal. Sehr schön. So, Madels. Dann beginnen wir mal. Ich versuche euch irgendwie einzuladen. Jetzt hab ich zweimal den Follower-Aller gedrückt. Ach komm, doppelt hält besser. Mensch, war... Ähm... Hallo, Tina. Wen haben wir denn noch so? Punti followed. Vielen Dank, mein lieber Punti. Vielen Dank, vielen Dank. Hi, Tina. Willkommen, auch mit Herzchen gleich. Guck mal, das ist eine Begrüßung und nicht kann man sich den Stream geben. So, wir gucken mal. Ähm, wie hatte ich denn... Mikes Computerecke ist Hosting. Danke, mein lieber Mike. Mensch, du sollst dich auskurieren, nicht hosten. Das ist doch anstrengend. So, ähm... Vielleicht hustet er eigentlich eher. Ja, genau. Mikes Computerecke ist Hosting. Ja, Stream. Resortainment ist Hosting, mein Stream. Leute, was geht denn ab? Kann man jemand anderes hier weitersprechen? Ich laufe gerade rot an und mir ist extrem heiß und meine Hände sind kalt und ich falle gleich vom Stuhl. So. Beste Voraussetzung. Die Augen sind die nicht so. Oh, klar. Genau. Also, wir spielen jetzt vier Engel für Charlie, was Charlie, die anscheinend ein irgendeines Monsters ist. Lord T-Man ist Following, dankeschön. Das ist ja lieb. Ich bin auch klein Mädels. Hashtag ist so halb. Ja, Tina ist Following. Klärt mal die Carry auf, ich zähle die Follower gerade. Wir spielen gegen ein böses, böses, böses Monster, das wir verscheuchen können. Wir erklären dir dann, denke ich mal, während des Spielens ganz genau, wie wir das machen können. Oder? Ich fand es nicht mal was. Ja, also, ähm. Ja, naja, mit der Taschenlampe halt. Das willst du doch, oder? Das Monster ist, ähm. Ja, und mit Leuchtstäben. Sehr empfindlich. Plötziges Hosing. Leute, was ist los? Du musst dann mal gucken, das habe ich am Anfang vergessen, du hast unten rechts, glaube ich, die Buchstaben, die du drückst. Genau. Genau, da hast du halt Taschenlampe anmachen, das wird ja nicht so häufig drücken. Also nicht von der Phantasy abgucken. Ich weiß auch nicht, wer das irgendwie eingeführt hat. Ich glaube, das war auch mit der Maus, ne, mit den Taschenlampe. Aber zumindest hat es auf jeden Fall da, ähm, Leuchtstäben, die du schmeißen kannst und so weiter. Sobald das viel ankommt, drück, was du drücken kannst. Außer das zu schreien. Jasmine, danke für dein Follow, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Ich erkläre mal lieber die Susi. Ich bedanke mich da nur bei allen Leuten. Also jetzt auf mich hören. Was haben wir noch? Dann haben wir diese komischen, ja, was, wir beschreiben mal ein Gelbubbel in der Mitte. Ja. Dort dürfst du nicht so nah rangehen. Dann wird dein Bildschirm krisselig und die Monster kommen. Also da, wenn du... Und du drehst durch. Du kriegst einen totalen Rappel und Schreis. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Genau. Stimmt. Und dann schicke ich den einfach zu euch. Das ist das Sinn des Spiels. Ach, übrigens, ja, Sinn des Spiels ist, wir müssen acht Tonbänder finden. Vielleicht sollten wir das als erstes erklären. Die haben wir noch nie geschaut. Äh, ja, die leuchten rot. Und dann, äh, ja. Was ist das eigentlich? Und es hört sich halt an, als wenn ein Radio im Hintergrund läuft. Ja, genau. Also du hörst es. Genau, du hörst es. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, ich wollte jetzt erst mal gucken, wie ich das Spiel erstellen kann. Wie habe ich das denn mal letztes Mal gebildet? Nicht jetzt total? Können wir mehr tun, denn wir finden das wahrscheinlich umso schlimmer. Hm, ich vermute es mal ganz stark. Naja, wir haben es ja schon geschafft, als wir mit Gwildur liebgespielt haben. Hatten wir alle? Da hatten wir alle. Ja, ja, wir haben doch am Ende noch sogar die, diese komischen Totems da, weiß ich nicht, wie die Dinger sind kaputt gemacht. Wirklich. War ich da schon weg, was? Ja, das könnte sein, ja. Oh, ich hab's verpasst, oh mein Gott. Ähm, ja, doch, ich glaube, da war Chrissy tatsächlich schon, äh... Das stimmt, wir haben, Gwildur kam doch erst rein, dass Chrissy weg war, oder? Nein, ich hab doch nur mit Gwildur zusammengespielt. Echt? Na, dann weiß ich's nie. Aber die letzte oder vorletzte Runde, da bin ich schon gegangen, glaube ich. Ich glaube... Ach, es geschafft? Ich bin, äh, ich muss erst mal hier, ach komm, ich suche jetzt erst mal alles aus. Einladen, so, hier, pass mal auf. Pandasi, Rennsemmel, Gamer-Weibchen. So, geht los, Freunde. Sehr schön. Versuches Spielbeizuträger. Das ist das Spiel ohne Controller, ne? Shit. Äh, Moment, ich muss mal ganz kurz, äh, den Chat lesen, äh, was ist denn, Jess? Ich bin zu leise. Mädels sind etwas leise. Okay, ich kann euch gerne noch ein Ticken, ist überhaupt kein Thema, weil für mich bist du auch ein bisschen leise, Carrie, aber das ist, äh, kein Problem. Carrie, bitte talken Sie jetzt. Hallo, hallo. Ich glaube, das ist besser, okay. Ich bin echt da ein bisschen rein, ähm, ähm, ähm. Die Mädels lauter stellen. Ja, ich bin dabei, Bamster. Bam, ich bin dabei. Die Pandas. Freie mich so, Bamster. Susi ist sensibel. Naja, es geht. Und die Rensemmel, obwohl die Rensemmel lauter stelle, das, äh... Ich bin dann später lauter, glaubt mir. Nein, ich möchte mal sein. Morschen, High Flying Shadow, willkommen im Stream. Ja, Tina, ich bin dabei. Ich hoffe, ihr könnt da gleich nochmal... Ich hab die Rensemmel schon auf plus 5. Was ist denn hier los? Ich würde ja mein Mikro näher an deinem Mikro füllen, aber dann ist das mit dem Pfft immer so blöd. Ja, sonst führ mal näher ran. Ja, also... Das muss dir der Chat sagen, also ich hör dich super. Chat, besser, test, test, chat, besser? Hören sich voll weit weg an. Ja, das könnte eventuell vielleicht am Teamspeak liegen, I don't know. I don't, Knopf. Ja, ihr wollt ja kein Discord. Ich halte halt Sicherheitsabstand. Ja, genau. Chrissy steht am anderen Ende des Zimmers. Hallöchen. Ach so, wenn du die Taschenlampe benutzt, dann verbraucht sich auch eine Batterie. Das heißt, du musst dann ab und zu ein paar Batterien einsammeln. Kannst du aber nicht auf Vorrat machen, sondern immer nur eine, die dann halt wirkt, auflädt, was auch immer. Och nö. Das ist aber gemein. Aber wir weisen dich darauf hin, also du siehst, alles, was du einsammeln kannst, leuchtet halt quasi dich an, sozusagen. Also auch Batterien kannst du einsammeln oder auch Weihrauch, das kannst du dann benutzen. Das steht dann auch unten rechts in der Ecke mit den Buchstaben und so weiter. Genau. Ja, mit Discord hatten Susi und ich das eine Mal schon ein paar Problemchen. Warum auch immer. Deswegen sind wir dann in den TS zurückgewechselt bei unserem Dirty Bomb Stream. Das ist richtig, stimmt. Hauptsache Dirty. Ich soll Carrie liebe Grüße von Tina07LP ausrichten. Danke, danke. Ihr scheint euch zu kennen, auch mit Herzchen und Smiley, wie schön. Herzchen zurück. That teamspeak räuschen. Also das hat sonst noch funktioniert. Alles gut, alles tut dir. Also ihr solltet ja uns nur sagen, ob die Mädels laut genug sind. Wird gerade gefixt, genau. Im wahrsten Sinne. Das klingt so wie Test, Test. Is the make on, is the make on. I love rotten roll. I love rotten roll. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal. Obwohl irgendwie Gamer-Weibchen muss ich glaube ich noch Charakter aussuchen. Genau. Einmal Ermittler. Und dann gibt es da noch eine freie Figur an der Seite, links oben. Da kannst du dir die eigentlich noch aussuchen. Ich glaube du bist... Da ist schon. Genau, der Hübsche. Ja, genau. Und dann musst du eigentlich noch ein Outfit aussuchen. Einmal die Taschenlampe und dann müsst du das... Das habt ihr ja schon. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ich bin so wunderschön. Oh, Pandasi hat wieder ihr Flutlicht dabei. Ich war's wieder ein Konzert. Welche Map wollen wir denn? Oh, wir haben eine neue dazugekommen. Alvira Bunker. Das Spiel hatte nämlich ein Update, wie ich gesehen habe gestern. War bloß ein paar MB groß, aber vielleicht nehmen wir das ja mal. Hab ich das mitgenommen? Ich hoffe doch. Ja, bestimmt. Kannst du einmal für eine Minute die TS-Aufnahme ausmachen? Einmal um zu schauen, ob die anderen Mädels besser zu hören sind. Natürlich kann ich tun. Ohne Moment. Puffer, Puffer, Puffer. Puffer, Puffer. So, Aufnahme ist gestoppt. Aufnahme ist gestoppt. Jetzt sagen wir keinen Wort mehr. Genau, jetzt sind wir still. Genau. Now you can tell me. Ach, Tina ist mit dir verwandt. Ach so, alles klar. Ja, dann verstehe ich das Herzchen und den Smiley und so. Das ist aber schön. Ach, das war gar nicht für uns das Herz. Das war, äh, ja, also, wenn sie verwandt hat, sie teilt. Ach, das ist aber nett. Das ist aber schön. Mein Spieler, ja? Ich weiß nicht, wie der gute Herr heißt, aber davor hätte doch das Monster ernst haben müssen. Ich weiß nicht schon, dieser Psychoblick. Ich weiß nicht, was verändert. Okay. Dann kann ich ja die Aufnahme wieder anmachen. Was ist denn hier los? Aber beim letzten Mal haben wir auch über TS gespielt. Vielleicht ist es ja euer TS-Bemster. Also auf meinem TS gibt es gute Qualität. Entschuldigung. Oh, danke, Garzman. Von ihm haben wir jetzt ein Herz bekommen. Oh. Deswegen wollte ich einen Frauen-Stream machen. Totaler Öffentlichkeit. Wow. Ach so, das kann ich ja gar nicht. Ähm, Moment. Ja, ich sehe diese vier Gestalten zum ersten Mal hier. Unglaublich. So. Leute. Dann würde ich jetzt mal sagen, Spiel starten. Wir probieren es einfach mal. Jetzt werden wir sowieso alle etwas lauter. Alvira. Richtig. Oh mein Gott. Ja. Ich habe Angst. So, was hat Will da uns gesagt? Wir sollen in die Lampen gehen, wenn es geht. Wenn es welche gibt, ja. Oh mein Gott. Im Licht bleiben, ja. Okay. Und nicht so weit wegrennen, Chrissy. Was? Ich verstehe mich hinter dich. Ich stehe genau vor der Mauer. Ähm, ich, äh, hi. Hi, Chrissy. Ach so, die Taschenlampe an war doch F. Wir hatten letztens gesagt, der, der vorläuft, lässt als einziger die Taschenlampe leuchten. Richtig? Ja. Die Map kennen wir noch gar nicht, oder? Jetzt haben sie alle aus. Ach so. Nee. Nee, das ist wie gesagt die neue... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Taschenlampe an, Taschenlampe an. Carrie stand auf einmal neben mir und ich bin vor ihr erschrocken. Oh Gott, wie schnell ist der denn? Warum geht das so schnell? Haust du ab? Pui. Oh Gott. Puh. Okay. Ja, wir sollten laufen. Äh, äh. Er hat jemand schon mal einen Kompass gemacht. Genau. Und wenn wir rennen, dann ist das, dass wir auch wieder eine Spur hinter uns herziehen, dass er besser unsere, ähm... Nicht so viel rennen, Carrie. Nicht so viel rennen, Carrie. Äh, der sieht das und hört das auch, wenn du rennst. Bamster is now hosting my stream. Dankeschön, lieber Bamster. Lieblingsbam. Würde die da rausgehen, oder? Ich mach jetzt erst mal einen... Mach du mal einen Kompass. Wir sollten nicht alle den Kompass machen. Gerade aus. Machen wir hin. Gerade aus. Hier lang? Ich... Ja. Ähm... Okay, und dann wahrscheinlich... Carrie? 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 Okay. Lauf du mal vor. Wir müssen Carrie ein bisschen an die Hand nehmen, Leute. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hinter uns? Nehm mich. Er hat mich. Ich leuchte, ich leuchte, ich leuchte. Ich wollte gefangen. Äh, was? Ich wollte auch irgendwas... Oh mein Gott. Also, du... Solange wie du nur gefangen wirst... Oh Gott, mir geht's voll schlecht. Ähm... Ähm... Ist es nicht so schlimm? Soll ich nochmal den Kompass aneignen? Ja, ich kann... Ja. Du solltest nur nicht verschluckt werden. Äh, die Richtung zeigt er mir. Ja. Dann müssen wir hier was reinfallen. Ich hab sie nicht gesehen. Hier lang? War da nicht... Achso, genau. Ich hör auf. Ach, nix. Oh, nix. Ah, ne. Oh, nein. Das verrät doch auch... Oh, hier sind so ne Dinge, aber übelst viel. Ja, das sind diese... Ja. Dann wirst du wahnsinnig. Dann wirst du richtig wahnsinnig. Oh, da. Ja, ich hör's schon. Oh, nein. Oh Gott, geradeaus links. Geradeaus links. Oh, Alter. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Moment, ich kann mich schon in die bewegen. Wurde halt hier? Oh, hier. Da, alle vorrückst du. Ich mach mal kurz Kompass, oder? Wisst ihr, wo wir lang müssen? Nee, ich weiß es nicht. Warte, bleib mal stehen. Stopp. Halt, stopp. Jetzt werde ich. Äh, das war nicht der Kompass. Oh mein Gott, nein. Nein. Kannst du die Rechte annehmen? Ja, wir müssen das Kassel annehmen, wenn du das Viech anleuchten. Nur anleuchten. Wie ich dich einfach angeguckt hab, weil du gesagt hast, stopp. Und dann kam das Vieh von hinten angerannt. So, wo müssen wir jetzt lagen? Äh, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, den Kompass zu machen. Ich probiere es jetzt. Ja, da, wo die Rennsemmel steht. In die Richtung. Oh, Rennsemmel, du siehst so vornehm aus. Oh, hier ist ja Wasser. Wollte eben viel Erfolg wünschen. Danke, Angelou. Ich hör's. Kommt es von... Von hier? Ähm. Guck mal, hier liegt eine Batterie. Oh, oh, oh. Dinger schon wieder. Hier liegen Batterien. Braucht jemand eine Batterie? Bei mir ist noch halbvoll. Ja, äh, ja. Ich brauch eine Batterie. Hier in dem... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Was ist das? Oh, ich trinke auf Deutsch. Ich trinke voll am Rad. Carrymus, carrymus. Zehn von Zehn hätte gekreischt. Ja. Ich hör's, aber ich sehe es nicht. Wo war eine Batterie? Hier. Hier in dem Tunnel. Oh, da ist es schon wieder. Ein Monster, äh. Leute, da ist es schon wieder. Es hat mich gleich... Oh Gott, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich nehm keine Batterie. Oh, wie, da bin ich. Carry, carry, carry. So, jetzt hat, äh, Chrissy hat die Batterie genommen, vermute ich mal. Okay, wo ist denn dieses Scheiß? Ich hör auch kein Tape. Ich hör's bis jetzt. Ich hör's. Ach, hier. Oh, hier die Dinger wieder. Hier lang, oder? Und denk dran. Oh, da ist es. Geradeaus von uns. Diese Kreatur, das, die war nämlich, glaube ich, Guildo auch beim letzten Mal. Dankeschön fürs Fangen. Oh, ich treh durch. Ich treh durch. Alles okay, alles okay. Ähm, die kann keine Fake-Tonbänder herstellen, wenn die diese Bandwürmer machen kann. Bis es hier weitergeht, ne? Äh, warte. Darf ich's nehm? Ja, nimm mal. Ich seh's gar nicht. Oh Gott, ich seh alles schwarz-weiß. Oh. Ey, was ist denn hier los? Das war jetzt aber grob, ne? Von dem Monster. Ja, das ist irgendwie, na gut, das ist ein Bot. Es ist halt, glaube ich, keiner. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, es hat nichts, es hat nichts. Nicht die Chrissy, nicht die Chrissy. Nicht die Mama. Aber das letzte Mal war das nie so schwierig. Nee, das ist so schwierig. Wartet mal kurz, Mädels. Mein Geilgarten, Madstools. Wisst ihr, wo wir lang müssen? Nein, keine Ahnung, alle laufen straight weiter. Also wir müssen in die Richtung. Ja, da will ich aber nicht hin. Wo kommt das denn? Oft. Oh, es hat mich schon wieder. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja. Oh nein, wo ist das? Carys Charakter ist fast gruseliger als das Monster. Das stimmt allerdings. Wie ist das? Bamster, du hast Carry falsch geschrieben. Hallo zusammen. Hi Superfrankyo. Na, schön, dass du da bist. Oh, hier sind ja auch so eine Dinger. Leute, ich komme gar nicht vom Fleck und meine Batterie ist gleich alle. So, ich starte jetzt direkt den Kompass, damit wir mal wissen, wo wir hin müssen. Hier, wir müssen hier lang. Oh Gott, ich werde gleich bekloppt. Idole sind diese grünen Blubbeldinger. Ich bräuchte eine Batterie, wenn wir in der... Ähm... Okay. Ja, ich bräuchte dann auch bald mal eine Batterie. Oh, Gamer-Weibchen ist ja schon ein Geist. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Leute, wo seid ihr? Ich bin auch schon ein Geist. Ich erkunde ein bisschen für euch. Äh, Semmel auch? Ja. Dann bin ich die Letzte, die übrig ist? Oh mein Gott. Ja, gleich nicht mehr. Ich höre so ziemlich gar nichts. Oh Gott, das ist total das Labyrinth hier. Ja, es ist gleich vorbei. Gamer-Weibchen steht direkt vor dem Monster. Ja, es hat mich erwischt. Ja, mit mir wurden verschwungen. Ein altes Vieh. Sag mal, hast du die Schwierigkeit auf unmöglich geschalten? Wieso kamen die so viele? Ich habe auf Standard... Oh, Cary, das ist jetzt immer sehr witzig. Ja, das ist die Route, wo wir langgelaufen sind. Oh mein Gott. Und wann das Vieh kam. Mal Cary, mal Cary bringt Abwechslung. Sehr wohl, willkommen zum Mädchenabend. Mädchenecke, da bin ich richtig. Ich verstehe den Sinn des Spiels nicht. Es ist ein bisschen wie Dead by Daylight. Wir müssen halt eine Aufgabe erfüllen, damit wir überleben. Nur die Aufgabe ist hier, meiner Meinung nach... Unmöglich, guck mal, wie oft das hier kam. Ja, viel schlimmer als bei Dead by Daylight. Rip an alle. Wie war alle auf jeder Ecke stehen? Frank, was ist denn los mit dir? Mach dir nichts draus, das verstehen die Mädels auch noch nicht. Was? Ja, der ist wirklich nicht so lieb, wie du, Gwildo. Du warst ein nettes Monster. Das stimmt. Aber es ist ja auch ein Bot. Ich habe ja ein privates Spiel erstellt. Das heißt, es ist kein anderer Mitspieler. Hm. Hm. Kein Spiel. Wollen wir sonst vielleicht irgendwie ein öffentliches Spiel machen und nur noch auf dem Killer warten? Auf dem Monster, Entschuldigung. Aber ich weiß dann nicht genau, wie wir wechseln zu öffentlich, ob ich euch dann noch einladen kann. Eigentlich kommen wir doch dann mit, oder? War das nicht so? Ich gehe einfach mal auf öffentlich. Mal gucken. So. Dann müssten wir jetzt... Also wir sind auf öffentlich, offenbar. Ich kann ja nochmal auf die Einstellung gehen. Spiel. Sprache, Deutsch, Hilfe, Tipps, Dillings, versteckte Spielelevel, Fortschritt. Warum seid ihr denn von 6 und 7? Ähm, weil wir viel Killer gespielt haben am letzten Mal. Ich weiß nicht. Jungs killen Mädchen. Ja, ähm, Reyes, Guildo und Bamster, ihr habt doch schon mal... Ist das hier richtig mit öffentlich, dass da ein random Killer quasi reinkommen kann? Oder warten wir uns jetzt hier dumm und blöd? Erst dumm und dann blöd. Die Reihenfolge war Absicht. Ja, ja. Und Mädels, wie war eure Woche? Stößchen? Super. Total toll. Total toll. Das hat mir richtig gefallen. Vorarbeiter. Ja, richtig. Jules, du sagst es. Versuch du mal durch unterirdische Tunnel mit widerlichen Monstern Vollordnung und Struktur geordnet durch zu flanieren. Eben. Weißt du, wir sind hier Stresslevel poor. Aber was mit dem Bunker? Ich mag den Bunker, jeder ist das... Guck mal. Guck mal. Na, haha, haha. Okay. Okay, Quildi. Okay. Quildi. Aber diesmal nicht nett sein. Nicht nett sein. Außer wenn du die Säme. Sei böse. Ausnahmshäuse. Ich mag aber... Aber mach mal den Bunker hier weg. Ja, mal mit der Ruhe. Ich mag noch mal kurz die... Ach, geht ja gar nicht. Doch, geht. Oder? Geht das? Ja, guck mal hier. Wie war das letztens? Quoten und so. Ich nehme mal die hier. So. Ja. Die hier. Ach so, ein anderer Standort. Nehmen wir mal... Wollen wir die... Wir nehmen mal die Prairie. Es ist Piers Sutton. Es ist Piers Sutton. Einmal die Nummer 21 mit Lais, bitte. Hat er geschleckt? Ich würde erst mal den Lichtschalter anmachen. Ja, ja, komm. Tüfteln. Wir tüfteln was aus gerade. Susi ist so. Was tüftelt ihr denn aus? Unter den Milchschnitten. Ach so, Carrie, ich glaube, du musst noch dein Dings auswählen. Dein Corruptor. Genau. Oh, ja. Oh, ich bin... Anna. 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 Das wird ganz schlimm. Und dann... Oh mein Gott. Ich habe in die Taschelampe. Die ist so pretty. Oh, so pretty. So, Quildor, ich vermute mal, du bist bereit. Ich versuche noch mal, das Spiel zu starten. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die Gwilde Hilde. Nein, Anderum. Die Gwilde. Die Gwilde. Die Gwilde. Also den Gwilde habe ich schon immer gemacht. Total, ne? Ja, ich auch. Ich finde den super. Ich habe den keinen genommen. Ich habe den direkt gemacht. Sofort sympathisch gefunden. Wir warten aufs Spiel. Ich höre schon ein Band. Ja, ich auch. Echt jetzt? Ich nicht. Oh Gott, wo geht ihr denn hin? Hier hinten ist was Grünes. Ich höre es doch. Hier hinten schon. Warte mal, Kompass? Ja, wir sind richtig. Hier direkt irgendwo. Hier, hier ist es. Wir hätten da so Ö gemacht. Das war es, glaube ich, du, oder? Da hinten sind Batterien, Leute. Na, ich war auch noch, ne? Hat jemand noch einen Kompass? Äh, ja, ich hau an. Wo muss man hin? Da lang. Da lang. Okay. This way. Ich werde mal, äh, wie war denn das? Was habe ich vorhin gedrückt? Was hatte ich denn vorhin gedrückt? T? Nee. Was war, ähm, ach nee, Kuh. Kuh war es. Ja, da. Stimmt. Genau, Carrie, du kannst mit Kuh, ähm, diese Leuchtstäbe werfen, damit wir ein bisschen mehr Licht haben. Genau, muss ich dann nur wieder aufladen. Oh, nein. Oh, ah, ah, ah. Ich habe es doch genau hinter mir gehört. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, Mike, mach immer ganz ruhig. Alles tut die. Äh, ich habe keinen, doch, ich hau noch meinen Kompass an. Crazy right now. Ich sehe euch nicht. Wo seid ihr? Müssen wir, müssen wir, ich zeige, ich hau auch noch mal an. Ich sehe nichts, meine, ich sehe nichts. Achso, ja, ne, ich sehe es auch nicht. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht umdrehen, ich kann gar nichts. Oh! Du bist ja schon wieder der Rasterman. Nein, leuchtet es ab. Boah, das ist so eklig, ey. Das ist auch wirklich eklig. So, wir müssen auch von diesen komischen Dingern hier weg, Leute. Ja. Oh Gott, was ist das? Guck mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah! Nein, weg, 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 weg. Hilfe! Die Samo wurde gefahren. Die Samo war hartnäckig. Ich renne jetzt mal kurz raus. Das ist ein komisches Ding. Ich weiß es nicht. Ach, das ist wahrscheinlich von diesem Vieh, was diese... Bandwürmer machen kann. Das hat wahrscheinlich keine Blubbles, das hat wahrscheinlich die Dinger. Warum rennt ihr denn so? Rent doch nicht so schnell! Ja, wir müssen aus diesem Bereich raus. Okay. Ich benutze auch nochmal den Kompass, ja? Ja. Sind wir denn alle da, Carrie? Wir müssen in die Richtung, das ist richtig. Okay. Batterien werden jetzt nicht schlecht. Ich bin ein Dreiviertel... Ich mache meine mal aus. Hier ist noch ein Band. Oh, da ist er wieder. Oh Gott! Nein, 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 nein! Hat geklappt. Hat geklappt. Wie lange streamst du und spielt ihr nur dieses Spiel? Ähm, wie lange wissen wir noch nicht so genau. Wir hatten sogar... Wo kommt der denn jetzt schon wieder? ... gesagt, äh, ja. Okay, wir haben gesagt, keine Bahn, ne? Ja, richtig. Wir hatten gesagt, so Open End, Tina. Also je nachdem, wann die erste Umfeld oder die erste Müde wird oder, äh, wann Carrie dann uns vielleicht kurz verlassen muss. Ähm, und ja, es wird bei diesem Spiel bleiben, weil wir... Oh, ich sammel's mal ein, ja? Ja, sammel's mal ein. ... zu viert sind und die Chance, dass wir alle noch ein Spiel haben, das wir alle haben, relativ gering ist. Soll ich nochmal den Kompass machen oder will jemand anderes? Ja, bitte. Ich bräuchte dann auch langsam eine Batterie. Okay, die Richtung. Ähm, hab ich's nicht... Nee, okay, das war bloß Gras. Auf jeden Fall die Tonbänder zu finden und dann? Was dann? Wenn die Tonbänder gefunden sind, gut, dass du fragst. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Wir müssen am Ende dann solche komischen, weiß ich nicht, Totendis zerstören oder sowas. Okay. Ähm, aber soweit sind wir mit einem wirklich fiesen Monster noch nie gekommen. Ja, aber die haben doch cool doch. Padasi, stopp! Was könnte man mit Weihrauch machen? Ähm, dann kannst du das Vieh sehen. Ja. Ähm, hier sind Batterien. Ja, ich, ich, ich bitte, ich bitte, ich bitte, ich bitte. Ich bräuchte auch eine. Ja, sonst nimm du. Wie viel hast du? Äh, äh. Ich hab noch, nee, ich hab noch halb, nimm ruhig. Ich kämpfe. Ich hab weniger als halb. Äh, äh. Ich hab auch weniger als halb. Äh, äh. Äh. Nein, Semmel wurde verschlungen. Und wenn du Geist bist, kannst du das Monster nicht sehen. Hast du die Batterien? Äh, nee, ich komm nicht ran, weil ihr alle davor schenkt. Ähm, wenn du Geist bist, Carrie, äh, was jetzt Semmel ist zum Beispiel, kannst du das Vieh nicht sehen. Aber du kannst, ähm, durch die Gegend laufen, bist auch viel schneller als wir. Hier hinten ist das nächste, ähm, das nächste Band. Oh Gott, das ist so traurig, das ist so traurig, wie du hier bist. Ja, 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 ja. So, kommt ihr mit? Kommt mit. Aber ich fand's ja so mega wie der, äh, ja, wie die Rennsäge, der Mann so. Äh, hier, oh, 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 die Dinger nicht angucken, die Dinger nicht angucken. Oh Gott, die sind überall. Guck doch, da ist es, da ist er, da ist er, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo, wo? Ähm, ich glaub, ich weiß nicht, wer ist die Blonde? Carrie ist die Blonde, glaub ich, ne? Ja, wie, wo? Vorsicht, er ist hinter euch, er ist hinter euch. Oh Gott, er hat mich. Pantasie, wo das Pan. Wir haben jetzt Pantasie, überraschend, oh Gott, ich will jetzt nix sagen, aber deine Zähne, ähm, haha. Hier ist das Band. Wo? Oh mein Gott, wo? Ähm, Carrie, du hast Musik? Ah, ich hör's. Carrie, nimm du mal. Carrie hat Klammer. Hast du schon? Ach, ja, stimmt. Du hast das, ja, du hast das. Also wir sammeln das einfach nur ein, bis wir andere ganz viele haben, okay. Acht, äh, wir brauchen noch fünf. Okay. Ah, da ist er, hinter uns. Nein, 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 nein. Das ist gut, das ist gut, wenn wir alle gleichzeitig, äh, drauf, bäschen. Oh je, Pandy wird bekloppt. Ja, ich, äh, nur mit Taschenland das jetzt. Oh Gott, ich seh nix mehr, es ist alles so kriselig. Nein. Wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich bin. Äh, hier bist du, okay, hier sind die anderen, komm mit. Ähm, ihr steht sehr weit weg, Leute, lasst uns mal hier zusammenkommen. Ich wollte schon, ich wollte schon, aber so. Bist ihr erst umfällt, lass es soweit bitte nicht kommen. So, und in die Richtung ist so, dass, hier sind noch Batterien, Leute. Hier ist noch irgendwas auf dem Tisch. Oh ja, ich würde mir auch eine Batterie nehmen. Christine, nimm du dir eine. Hier ist noch irgendwas. Ja, da ist diese Statue, die lasst ihr aber stehen. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Sind mehrere da? Also genau, du nimmst hier eine. Oh, er kommt, er kommt und ich sammle mich so aus. Oh, wo, 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 wo. Das hört sich so an. Nö. Hinter dir steht er. Ich glaube, der möchte Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube auch. Nein, nein. Oh, er steht ja am Licht. Oh, hier ist ja der Licht. Ja, weil du mit deiner Taschenlampe hier alles voll leuchtest. Sehen wir die Lampe nicht. Oh mein Gott. Okay, so. Hier ist das nächste Band. Wo bist denn du? Es reicht, wenn du erscheinst. Ich sehe sie auch nicht. Hi, Karina. Hi. Da ist noch eine Batterie. Wo du rennst. Wo bist du, Sammel? Hier. Kassi, warte auf uns. Ey, ich bin so langsam. Und, bist du öfter hier und alleine vor allem? Wenn du nicht öfter hier alleine bist, dann komme ich nicht wieder. Komm mal bitte in meine Hütte, Baby. Ja, ja, lass uns mal ein bisschen hier zweisam. F-S-K-18 und so, ja? F-S-K-18, ja. F-S-K-18. Oh, ja. Oh, oh. Was ist das? Ein kleines Video. Hier ist noch eine Taschenlampe. Äh, brauchst du, Chrissi? Äh, Moment, da ist die Errungenschaft drüber. Nee, ihr könnt ruhig's nehmen. Mach mal hier dieses komische Idol. Da draußen ist, glaube ich, noch... Ah, da hinten. Ich gucke auf den Boden. Crazy right now. Ich gucke auf den Boden. Ich habe Angst. Wo müssen wir lang? Ich, äh... Ich, ähm... Warte, ich würde... Oder mach du, komm, was? Oh Gott, ich... Ich gehe gleich kaputt. In die Richtung, genau. Ja. Da ist noch eine Batterie, die würde ich... Könnt ihr mal kurz... Stopp! Aber geht das nicht alleine hin? Ja, naja, deswegen sage ich ja, stopp. Naja. So, bin ich... Ich hab... Ich hab alles gut. Wir hatten hier so... Ah, wo ist er? Ich hab ihn noch gehört. Hab ihn noch gehört? Wo ist er? Zeig dich! Wildig, wilde. Wildigchen! Auf ins Licht! Hör ihn doch. Oh. Oder ist das ein Brückentroll? Ein Brückentroll? Du hast so viel, äh... Through the Woods gespielt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Through the Woods. Ja, ich sag jetzt nicht, was du immer verstanden hast. Gott, Leute, warum... Warum seid ihr so schnell? Ich... Ich hab die längsten Beine von den Charakteren. Warum komm ich nicht hinterher zum... Oh Gott, das sieht ja gruselig aus, wenn die Semmel da oben steht. So, wer möchte das take? Nimm du mal. Würde ich nehmen? Hauptsache, wir finden noch vier. Okay. Aber wir schlagen uns nicht schlecht. Ja, mich auch mal. Gott, Gott. Äh, ich mach mal Kompi. Ach so, ich soll doch nicht den Haschernabend mal anmachen. Kompi. Kompi! Das Navi. Go, Quildor! Avonclay, danke fürs Zuschauen. Oh Gott. Oh, aber wo ist er? Ja, ich auch. Ja, ich bin auch gehört. Ich seh halt nicht. Ach, da, da, hinter uns. Hinter uns? Da, da kommt er gleich. Wo? Da war er gerade auf jeden Fall. Der war hinter... Hier, da. Hä? Der versteckt sich da hinterm Baum. Ich bin mal gespannt. Da, ja, ich seh ihn auch, ich seh ihn auch. Ich bin mal gespannt, wenn man dann am Ende sehen, wie er gelaufen ist. Ja, da bin ich auch gespannt. Oh nein! Nein, ich bin... Oh, jetzt bin ich... Oh, ich wurde verschlungen. Oh, er war bestimmt resistent. Oh nein. Das kann sein. Bei diesen lehren und toten Gesichtern bin ich mir nicht sicher, wer das Monster sein soll. Nein, 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 nein. So, Semmel, wo bist du? Hier vorne beim... Du müsstest mich sehen. Äh, ja. Hast du, hörst du was? Siehst du was? Ja, hier auf dem Wand. Ich suche bloß gerade. Okay, dann lauft mir mal hinterher, Mädels. Mhm. Ich lauf auch relativ langsam. Ach, hier, ich hab's. Ja, ich hör's auch. Hey, möchtest du dir das nehmen? Müssen wir hier außen rum, ja, ne? Ja, ihr müsst auch außen rum. Ihr müsst hier rum, ihr müsst hier hoch. Vorsicht, ich hab's hier. Oh, er ist hier irgendwo. Da. Oh, 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 oh. Oh nein, er hat mich, er hat mich. Geh weg, ich will sie. Go away, ich auch nicht. Ii, oh, Gildor. Es ist zu mir leid, aber... Oh, das war knapp, das war richtig knapp. Carry? Oh, Carry geht's auch nicht gut, okay. Okay, habt ihr das Band? Hier, und jetzt hier hoch? Achso, er wurde ein bisschen blutig. Ich schnapp es mir mal. Ach, hier liegt's, hier, auf dem Gelände, hätte ich gesagt. Oh Gott, ist alles grau in grau. Heißt, ich bin so kurz vor... Einmal muss er mich, glaube ich, noch kriegen, dann bin ich hier. Hier ist ne Batterie, Leute. Oh ja, ich komme. Wir müssen weiter hier lang. Wo ist ne Batterie? Hier. Ach, hier. Da ist noch eine. Puh. Ja, Carry, bleib mal schön hier. Gibt's hier auch irgendwo Medi-Kach? Die lange, oder was? Nee, nee. Ja, die gibt's normalerweise, aber ich hab noch keins gefunden. Wer das muss, unter Umständen, das Quildor dezent bezahnt, das Ungetüm auch einfach nur missverstanden hat. Hat mehr Angst vor diesen kultesten Touristen, als umgekehrt. Fruse Wutz. Wie geil. Die letzten werden die ersten sein, Susi. Genau, so sieht das alles. Susi, mach nochmal Kompass. Ich kann noch nicht, Kompass, ich hab, ist noch nicht voll. Also warte, drei, zwei, eins, jetzt. Äh, das war kein Kompass, sorry. Äh, Kompass sagt hier lang. Äh, äh, wo da, äh. Hier, wo das Feuer ist. Nein! Oh nein, oh nein! Komm zurück zum Feuer! Ich weiß, das geht nicht, aber... Oh nein! Oh nein! Pandasi ist wieder die letzte. Pandasi, komm zurück! Komm zurück, hier ist Feuer! Komm zurück, komm zurück, komm zurück! Wie kanntest du nur. Und hier geht's lang, hier geht's lang. Dann müsste die Rennsemmel vielleicht... Oh, ich weiß nicht, weil du im Feuer stehst. Dann müsste die Rennsemmel vielleicht nochmal Kompassen, oder die Carry. Ich kann auch Kompassen. Äh, wir gehen hier richtig, ja. Mehr kann ich ja nicht. Ich hab Angst. Ich hab so Angst. Ich hab keine noch Kompassen. Geh mal mir vor und such das Ding mal. Was ist dieses dritte Symbol unten? Äh, das ist, das ist dieses, ähm, Feuer. Da kannst du eine Lichtquelle machen, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ist er hier irgendwo, ich seh's nicht. Oh nein, oh, jetzt bin ich tot. Nein! Jetzt bin ich mal gespannt, da wo uns die ganze Zeit hinterhergegangen ist. Shit! Alle wurden verschlungen. Oh nein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott! Carry ist da knallhart, bisschen blutig tropftropft. Sieht gut aus, das Spiel. Worum geht's denn da? Hi, Laune, Max, Mensch! Das ist ja eine Ehre. Ähm, selbes Prinzip... Ja, den Laune, Max, kennst du auch noch. Ja, ja. Vom Hör Talk. Genau. Unser lieber Jochen. Genau. Ähm, dasselbe Prinzip wie Dead by Daylight. Quasi, Pantasi. Quasi, Pantasi. Wow, aber wir sind wohl gut rumgekommen. Äh, wir müssen Tonbänder finden und wir müssen zu viert gegen eine hässliche Kreatur, äh, Kreatur, sorry, Gildor, Kreatir, äh, so französisch Kreatir, ähm, sie anleuchten, weil sie Licht gar nicht mag, ja, und, äh, hoffen, dass wir diese Tonbänder finden und einen Weg bezwingen. Wir wissen nicht, wo es lang geht, wir haben keine Map, wir haben nur einen Kompass, der nur für zwei Sekunden anhält. Ja, es ist ganz schön, äh, spannend und ich merke es dementsprechend, deswegen würde ich sagen, ich überlasse euch mal eurem Schicksal und werde mal kurz wohin gehen. Ja, ich auch, ich bin mal fünf Minuten weg. Okay. Dann, äh, ja. Äh, bleibt jemand da oder, ähm, Semmel machst du auch ne? Du guckst mal, wie das Wetter draußen ist, Pause, oder wie, oder? Ich kann aber vom, äh, ich guck mal draußen, wie das Wetter ist, den Chat bedienen. Oh mein Gott. Ey, ist das was? Aber ich würde gerne draußen gucken, wie es ist. Immer noch dunkel. Ähm, ja, Carrie, wenn du möchtest, kannst du auch dir kurz nochmal, nochmal zum Wasserhahn gehen, so wie ich das jetzt auch schon will. Genau, noch in die Hände beherrn. Und, äh, dann hören und sehen wir uns gleich wieder. Lieber Chat, äh, die Semmel wird euch unterhalten, sie hat's ja versprochen. So, bis gleich. Vielleicht, ich kann das bedienen. Bis gleich. Bedienen, ne, und nicht unterhalten, ist überhaupt nicht das Gleiche. Oh mein Gott. Oh, nein. Ernsthaft, Raz, bist du jetzt der Böse? Oh mein Gott. Ich hab Angst. Grenzen, ne? Ist denn jemand da? Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 Ah, mein Gott. So, ich wäre dann schon wieder zurück in Mörderdown. Was geht denn so ab? In the Chat. Ach ja, der Mike. Genau, der haut ja gerade alle Social-Media-Links raus, die es so gibt von den Mädels und von sich natürlich, die hier heute dabei sind. Gerne mal reingucken. Bei den lieben Carrie, dem Gamer-Weibchen, schon einige YouTube-Videos am Start. Genauso wie die Pandi, Pandasi, Chrissy und meiner Wenigkeit. Die Rennsinn ist immer so mit in den Streams vertreten und ein bisschen auf Twitter vertreten und ein bisschen mit in den YouTube-Videos vertreten. Streamt und Let's Playt, aber nicht selbst. El Biskuit. Guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Was macht das Leben? Alle gehen einfach. Wie war das mit Unterhaltung? Tina, ja, alles gut. Es geht immer relativ zügig. Ich habe es ja gemerkt. Also wenn ich jetzt so schnell spreche, muss ich Bescheid sagen. Aber ich kann es eigentlich auch abstellen, aber ich weiß noch nicht wie. Da Cruz. Ja, servus. Junge, mein Goodstar. Schön, dass du es geschafft hast. Der Chat ist noch da. Genau. Aber darüber braucht man ein Päuschen. Yeah! Pan, Pan, Pandasi! Und alle mal schnell auf der Wiese, ne? Ja. Übrigens, meine liebe Rennsemel, da Cruz, kennst du? Ich weiß gar nicht, ob sie das... Sie hört es ja nicht. Sie hat ja gesagt, sie kann nur den Chat bedienen von draußen aus. Gamer-Weibchen-Army. Oh, guck mal, hier ist da deine ganze Bagage mitgebracht. Die ganze Family vertreten hier. Ja. Ja, wir machen gerade ein kurzes Präuschen. Mein kleiner, der Cruz. So viele Follower heute schon zum Anfang. Ihr seid ja wahnsinnig. Ich freue mich. Ja, mei. Hier kommt Pandasi. Oh mein Gott. Ohne Helm und ohne Gurt. Dann knarrt Pandasi. Bitte was? Ja, das ist jetzt das Monster. Wie geil das ist. Ich frage bitte was, weil ihr beide gleichzeitig gesprochen habt. Und sprecht wieder beide gleichzeitig. Wie geil ist das denn? Okay. Puh. Ah ja, jetzt Chat läuft wieder. Flying Shadow. Schön, dass du immer noch da bist. 26 Viewer. Oh mein Gott. Rennsemmel. Ja. Den werten Herrn der Cruz, den du da gerade begrüßt hast. Ach, der Cruz. Hallo. Den kennst du auch. Sogar persönlich. Ich nenne keine Namen. Allerdings war ich sehr traurig, als er einen bestimmten Betrieb verlassen hat. Du wirst jetzt wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Ah, hello. Das kann doch nur einer sein. Das kann doch nur einer sein. Einer der eine. Ich bin der Präsident. Eure Insider kenne ich nie. Da bin ich ja nicht. Versprochen ist versprochen. Oh, danke schön. Lucy? Ja. Oh, wow. Du bist so schlau. Da wird er jetzt wieder sagen, oh nee, hör auf damit, bitte. Er kennt das nämlich hier. Oh, oh mein Gott. Was hier? Res, vote, sei lieb. Vote, böse. Vote, böse wins. Was? Was? Res, was ist hier? Nein. Res? Habt ihr mal bitte ins Spiel geguckt, Leute? Was? Nein. Ich kann nicht. Wie oft hat denn der Res da schon gespielt? Ich, äh, ja, genauso oft wie Gwildo und Bamster vermute ich mal, oder? Nein, Level 1. Hi, Renn. Sie klinken sich hier ein. Ich hab das voll spät erst mitgekriegt gerade. Ich dachte mir so, hä? Wir wollten uns alle fertig machen, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist eine Verschwörung. Ich frag mich grad, ob's gruseliger ist, wenn er mit hier im Raum wär. Oder er halt nix sagt, ne? Also, also ich, obwohl ich sagen muss, also gegen Gwildo gerade, Leute, also nur noch zwei Tapes, das war beim letzten Mal, äh, äh... Und es sah auch nie so aus, als wären wir uns hinterhergerannt. Aha, that's my shit. Und ich glaub, er hat uns auch, äh, nicht verschwohnt gerade, oder, Gwildi? Gwildi? Du warst noch nicht nett, oder? Ich bin nur ein Kreitraum zum Lügen, Gwildo. Ja, es passiert. Na komm, damit der Res, äh, hier, damit er nicht Wurzeln schlägt, dann würd ich sagen, begin, 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 ich hab Angst. Spiel, Spielstarten? Ich hab keine Angst. Ich, ich auch nicht. Gar nicht. Atme, atme. Das, äh, das Sauerstoffzelt hat sie... Doch, ich war nett. Sorry. Echt? Du warst nett? Alter, dafür, äh... Gwildi, wir haben gesagt, keine, keine Verschonung. Konnte nicht anders. Dann, ähm, wird Res jetzt das wahrscheinlich anders handhaben, vermutlich mal. Res vernichter uns. Hier, Milipack. Res vernichter uns. Oh, wer möchte es? Wer möchte es? Äh, äh, jemand, der schnell stirbt, lass das erst mal, nicht böse nehmen, lass das erst mal Carrie nehmen, bitte. Wißt du, jeder hat gesagt, sag die nein, Mann, sag die nein. Nein, ich denk ja nur dran, weil, äh, vielleicht ist sie dann am Ende diejenige, die uns rettet. Verstehe ich, verstehe ich. So, ich hau mal den Kompass an. Achso, ne, hau ich nicht. Habt ihr schon? In die Richtung. So, okay. Ja, okay. Handasi, hör auf, so viel zu klicken. Vielleicht ist es so verlockend. Und lauf nicht so schnell. Die mit den kürzesten Beinen, ja? Entschuldigung. Rennt hier ein Marathon? Wahnsinn. Ich geh ganz normal. So. Ich hör was. Echt? Ich ne. Äh, ne. Oh, nein. Was denn? Da ist so ein komisches Grissel. Oh, da ist er. Da ist er. Hier. Bei der Brücke, bei der Brücke, hinterm Stein, hinterm Stein, hinterm Stein. Oh, nein, oh, nein. Aber er ist schon wieder, er steht da, er guckt nur. Ich werd bekloppt. Da ist er. Du bist auch so ein Rasterman. Jetzt rennt er hier rum, irgendwo kommt er gleich hin. Ich stehe immer an der, ich stehe hier, wo auch immer ich stehe. Der kommt hier außen rum, oder? Echt ich, nee. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Der macht spannend. Der macht spannend. Ich hör was. Felspalm. Oh, wow. Ich hör das Band. So, ich seh die Semmel, ich seh die Pantasi, wo auch da, okay, das ist. Harry, ich renne niemand daher, du bist lieber mit dem Medipack. Das sind die Hotpans. Aha. Oh, oh, wo, was, wie, wo? Da? Kommt jemand mit? Äh, da links, da links, da links. Oh nein, hier. Psychopilze. Also ich finde, da ist er auch nett oder verarscht uns gerade. Psychopilze. Also ich... Also ich... Nein, Carrie, nein, ich seh nix. Ach, Statue, was soll ich damit? Ich hab's noch nie aufgehoben. Dann nimm es, nimm es, nimm es. Danke, danke, Pantasi, danke, danke. Du hast doch noch einen Sender aufgehoben, ich drück den mal. Ähm, okay, ich weiß nicht, was er tut. Ich glaube, damit seh ich die Bänder. Das könnte... Ja, ich glaub schon. Hier oben ist eine Batterie. Ähm, ich mach mal Kompass oder hat schon jemand? I can't see anything. Wo ist... Oh, ich würde... Äh, hier ist irgendwo was. Ich würde mir gleich, dann, wenn er weg ist, die Batterien. Ja, mach das. Er rennt wieder weg. Ja, er geht. Also Rest ist noch ein bisschen... Ich vernichte dich. Rest betreibt Psychoterror. Mach ich, tu ich Facebook. Ähm, Leute, wir müssen da... Moment, da lang müssen wir. Da lang? Da lang. Oh, der Cruise is following, danke schön. Oh, ich freue mich. Oh, ich freue mich. Oh, Maximus ist auch wieder da. Ja, sehr schön, hallo. Nein, doch. Oh, ich hab voll hier... Voll, 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 was? Moment. Möcht jemand Batteriebatterie? Ich glaub, die Chrissy wollte eine, oder? Oder hast du schon? Ach, hast schon. Ja, dann würde ich auch mal... Oder brauchst du Carrie? Dann lass mal die Semmel. Ich hab noch drei Viertel. Wo ist denn die Batterie? Da oben, da oben. Ja, bin da. Hotpants haben den Skill, schneller zu laufen. Mimimimimimimimimimimimum. Hi, Spanier. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Mädels, wie seid ihr? Hi, Carrie. Na? Alles gut? Ich nehm das mal mit. Nimm du mal das Wedi-Pack mit, ja? Und komm dann wieder runter zu uns, bitte. Join die Party. Oh, geht die Party ab, da geht die Party ab. Alle, die wir schon haben. Äh. Da, hinter uns. Da. Uh, nein. Au. Rest. Hände weg. Sonst sind sie ab. Oh, Schorke. Oh Gott, wie sie alle schreien. Oh Gott. Okay, wir sollten jetzt mal hier weggehen. Ja, sollten wir. Ich versuche jetzt mal, immer wenn er kommt und ich ihn anleuchte, versuche ich mal so ein bisschen runter zu gucken. Vielleicht hilft es ja, dass man nicht so schnell durchdreht. Mal schauen. Ähm, kann jemand Kompass? Ja, ich mache. Kann jemand Kompass? Klar. Wo seid ihr? Okay, immer der Simmel nach. Immer dem Kleinsten hinterher. Sie streut Brotgrube, ne? Der geht so arrogant hinfügen, ne? Ja, ne? Er heißt ja auch... Ich hör's. Heißt ja nicht auch Vincent? Ja. Da ist noch ne Batterie. Oh Gott, wer schnauft denn hier so? Da ist die Carrie. Oh, ich hör, ich hör auf jeden Fall auf. Ah, da ist er. Okay. Brennsemmel hatte schon. Ich würd mir mal die Batterie wieder nehmen oder braucht jemand von euch? Äh, ich bin halb voll. Ne, dann nimm du sie. Wo ist er? Da, 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 da. Hinter der Kiste. Hinterm Baum. Nein, 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 nein. Okay, das mit dem Runtergucken klappt nicht. So Semmel. Nochmal. Ne, Quatsch, wer wollte die Batterie? Du wolltest die doch, du bist Hype, ne? Wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Hier, hier, hallo, hier. Willkommen, willkommen in den Jules. Dankeschön für den, für den Guardsman Jules, meine ich Guardsman. Ach ja, jetzt sehe ich sie, okay. Aber hier sind mehrere. Ja, da hinten ist auch noch einer. Danke für den Follow. Bitte mal die andere nehmen, wenn ich darf. Äh, Carrie? Ja. Carry on, carry on. Hier hinten steht noch ein Medipack, glaube ich. Was ist denn das hier? Das leuchtet nicht. Äh, das ist, das... Hast du schon eins, Semmel? Äh, Chrissy, hast du schon eins? Medipack, nee. Ja, nimm du mal. Ich opfere mich für euch im Notfall. Nein, nicht schon wieder Bandwürmer. Hier ist er. Bandwürmer? Hat jemand Kompass gemacht? Äh, hier diese, diese Richtung. Okay. Hinter der Chrissy. Hier, hier. Hier, hier. Dreh dich um. Du bist genau beim Raz, wir sollten vielleicht mal bei der, äh, bei der, bäh, Ransomel bleiben. Nein, 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 nein. Ah, oh, 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 er steht auf die Hotpans, er steht auf die Hotpans. Oh, wie schieß. Geh weg. Lass ihn in Ruhe. Okay, dann, äh, gehen wir hier mal. Mal weiter. Mama, 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 Mama. da, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich nehm die Nummer 3. Ich nehm die Nummer 3. So, ich kann mich nicht bewegen. Wir sollten weg hier. Ich hab's gesehen. Oh Mike, deine YouTube Links sind alle defekt. Was? Alle? Jetzt noch Medipod? Ah! Oh Gott. Ja, ich brauch's doch gleich. Oh Gott, bin ich zerschrocken. Rez macht das nochmal, ne? Dann ist der Stream vorbei. So, das Medipack würd ich jetzt mal nehmen, ja. Richtig krasse Stock hier. Ach ne, ich hab mein Medipack abgelöst. Was könnt ihr jetzt mit den Sendern nochmal machen? Äh, ich glaub, damit siehst du die Tonbänder, wenn ich mich nicht irre. Also ich hab vorher nüschte. Äh! Das war ich. Oh mein Gott. Was macht man mit der Statue? Das wissen wir alle nicht. Also wir müssen in die Richtung... Hier oben steht noch ein Semmel. Hier oben. Hier. Wo bist du? Ich bin der Quoten und so. Ja, wo dann? So. Semmel, äh, Semmel mein ich schon. Pandi, wo bist du? Da. Äh, geradeaus hier, komm. Husch. Komm, was? Also hier, die Richtung hat's mir, glaub ich. Okay. Soll ich, ich geh noch, wollen wir mal ins Licht gehen kurz? Ja. Geh dich in das Licht. Wo ist das Licht? Ach da. Ja. Meine Taschen, dann bist du groß. Ich sollte mal, ne doch, ich sollte noch nicht. Ich mach jetzt hier nochmal Kompass. Ja. Äh, ja, die Richtung stimmt. Da, dahinter so, dahinter der Mauer. Hier an der Mauer. Hm? Ah! Nein, nein, in die falsche Richtung. Ja! Ja, ich geh schon. Oh nein! Ey! Oh mein Gott! Oh nein, du hast gefangen. Nein, Red! Ich nehm die Nummer dry. Ich sag's gern nochmal. Deine YouTube-Links sind alle defekt. Oh nein, mittlerweile funktionieren sie aber, oder nicht? Däh, däh. Kann dieses Mal aber auf alle drauf. Oh mein Gott. Hinten anstellen und Nummer ziehen. So. Okay, also die Richtung, oder? Ja, die hier. Herr Bamster, ihre Emoticons verstören mich leicht. Wartet auf mich! Oh, da ist er wieder, da ist er wieder. Da hinten, da. Da, wo ich hinleuchte. Okay. Okay. Dann hier! Nimm das! Oh! Lightning! Wow, hat er voll was gebracht. Hat er so doch was gebracht. Ja, er war zu weit weg, glaub ich. Das ist was ich keinem vor. So, hier weiter geradeaus? Ja, ich hör's noch was. Erzschlag. Du hörst was? Wo seid ihr? Ja, Erzschlag, ja. Achso. Ich geh einfach... Oh, da ist ein Traumfänger, guck mal! Oh, ah! Was? Nein! Ähm... Ja, das heißt, wir können gerade unsere Taschenlampe nicht ver... Wir sollten... Da ist keine Lichtquelle mehr. Wo ist sie? Ich kann mich nicht bewegen! Oh mein Gott! Äh, äh, oh! Ich werde ganz schön belagert. Ja, das äh... Das Gefühl... Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich seh nur rot leuchtende Männchen. Oh, da könnte ich jetzt ja auch voll draufhören. Das ist ein geiler Döner, ne? Nein, wo seid ihr? Ich bin hier, ich komm auf euch zu. Unsere Taschenlampen gehen wieder, unsere Taschenlampen gehen wieder, Leute! Seid mir hinter dir! Seid mir hinter dir! Seid mir hinter dir! Ja! Ah! Oh, ich würd dich so gerne retten! Der spanische Max! Hey! Help! Lass dir schmecken! Oh, Leute! Der Chat ist echt amüsant! Wo müssen wir jetzt laden? Ich mach mal einen Kompass! Ja, guck du mal! Ist die Semmel schon wieder ein Geist? Okay! Was heißt sie schon wieder? Sei nicht so! Kann ich dann im Licht vielleicht kurz mein Medipack mal einnehmen? Ja! Na, hab ich schon wieder! Guckt es nicht an! Ich guck auf den Boden! Wo seid ihr? Ich guck auf den Boden! Ich geh zum Licht! Ich geh ins Licht! Ich weiß nicht, wo ihr seid! Wo seid ihr denn? Warte mal! Nein! Oh nein! Oh, Chrissy! Du bist ganz hinten! Nein! Ich bin gleich verschlungen! Wir müssen zusammenbleiben! Nein! Okay, Carrie! Dann war das nur noch T42! Ich brauch langsam mal ne Batterie! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich bin gleich nicht! Hier ist ne Batterie! Warum habe ich so eine komische Sicht? Du siehst! Ja, Moment! Ich kann grad noch nicht! Ich kann nicht! Hier ist ne Batterie! Oh! Cari? Okay! Ja, ich bin da! Wo? Ach hier! Ja! Bleib bei mir! Bleib bei mir! Bleib bei mir! Ich spiele mit euch ne Runde Avatar, ja? Ich bin eins zu normaler. Äh! Da! Wo? Ach ne, nicht schon wieder. Mach hier so ein Idol kaputt. Ich mach mich jetzt erstmal heile. Ich versuch's. Nein! Wo ist er? Du bist auch noch normal. Okay. Ich kann mich nicht... Da! Ich seh ihn! Nein! Nicht die Carrie! Ich kann nicht leuchten! Ich kann nicht leuchten! Oh! Hast du's überlebt? Ich weiß es nicht! Doch, ich glaub schon, oder? Du bist noch kein Geist. Okay, sehr schön. Nee, 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 nee. So. Ich such es gerade. Die Richtung stimmt. Ja, die Richtung auf jeden Fall. Wow, super gewohnt. Äh, aber wo ist es? Wo ist es? Ach, hier ist es! Hier, wo ich stehe! Äh, wo stehst du? Wir sehen euch beide nicht. Ich fühle dich hin, Moment. Ähm, Carrie? Da bist du okay. Wie kann ich das Medi-Pack einnehmen? Mit T. Das hab ich getan, dann lässt das fallen. Äh? Okay. Oh Gott! Oh, dankeschön! Krassi, du siehst schlimm aus. Aber ihr seht beide schlimm aus. Ah, hier! Ah, hier! Ich hab's! Ist sie schlimm aus? Oh, hier ist ein Sender! Ich hab nur gesagt, du siehst schlimm aus. Nicht, dass du fetter aussiehst. Hier ist noch ein Medi-Pack. Ähm, ähm, Carrie? 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 Da fällt mir ein, könnt ihr unsere Leichen eigentlich untersuchen und unsere Sachen aufnehmen, die wir dann hatten? Ne, ich glaub nicht. Nicht wie bei dbd. Carrie, hast du das jetzt? Ach nee, Carrie kann grad nicht. Nein, naaa! Ich lauf schon mal wieder vor. Mh! What's going on? Hier, äh, ich kann mich grad nicht bewegen. Hier, ich kann doch diese Dinger zerstören, glaub ich, ne? Ich zerstör mal dieses Ding. Hier Carrie, hier Carrie, hier Carrie, Carrie! Jaaa! Sie hält sich den Kopf, sie hat Migräne! Oho! Äh, hier Carrie! Jaaa, perfekt! Oh Gott, Semmel, hi! Hi! Medi-Stream 2017! So, ich mach mal den Sender, mal gucken, ob das was bringt. Ja, weder mit den Armen rumfuchtelt, äh. Ähm. Aber das Medi-Pack steht da immer noch. Ja. Irgendwie kriegt sie's nicht aufgehoben. Ja, das ist irgendwie... Kann man vielleicht nur eins haben? Hast du schon eins, oder? Das ist es ja, ich hab ja eins, ne? Ich benutze das auch, die Leiste wird gelb und es passiert nichts. Ich werde weiterhin blutig durchs Leben gehen. Äh, ja, sonst ne, nehm ich's mal kurz. Durch die Wald natürlich. Ich weiß nicht, wo ich bin, ich suche hier noch. Ich hab, äh... Oh Gott, wir sollten mal hier weg. Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr? Ja! Ich bin bekloppt, ich werd bekloppt. Ich hab hier grade so, ich hab grad so'n Ding kaputt gemacht. Ich bin hier. Hat jemand mal nen Kompass? Äh, die beiden Daten... Oh, da ist er! Vorsicht, Vorsicht! Carry, Carry, Carry! Oh, nein, 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 nein! Ge weg, ge weg! Oh, mein Gott! Also hier haben wir auf jeden Fall, oder? Keine Taschenlampe mehr! Aber ich find noch kein Tape. Ich bleib jetzt beim Feuer. Verbandskasten aufheben? Ach, dann, oh, dahinten! Ja, wenn ich tief drunter, dann lässt er das rum. Ja, irgendwie, äh, oh! Dumm! Ähm, da, da, das ist, das ist, das ist, das ist er! Scheiße! Meine Taschenlampe! Taschenlampe! Eigentlich müsste hier eins sein. Ich weiß nicht, hat er das Monster mit Stördingern? Also mit Fake-Sendern? Nee, hat er nicht. Dann seh ich's hier einfach nur nicht, dann bin ich... Warte mal, ich komm zu dir. Da ist ne Batterie! Ich kann da drüben sowieso geben, helfen. Carry, brauchst du ne Batterie? Ja! Zufällig? Komm, hier, hier sind zwei. Nimm du die und ich versuch die andere so schnell wie... Nein! Nein! Carry! Geh weg! Oh nein! Ich bin die Letzte! Ich bin das Letzte! Ich bin das Letzte! Ich muss dann erstmal kurz den Chat lesen, Leute. Aber so als Geist sieht die Welt hier nicht gut aus. Ja, ich hör's doch! Ist das jetzt blöd? Ja. Wo seid ihr alle? Ah, hi! Hier ist es! Hier, Franzi! Ach da! Ja, in der Wand angelebt! Oh mein Gott, das hab ich nicht gesehen! Oh, hier ist Weihrauch! Hier ist Weihrauch! Hier ist Weihrauch! Nein, ich will doch nur den Weihrauch! Damit seh ich ihn nämlich! Ich mach noch nicht, Franzi, damit ich gehe so weit weg! Ja, ich geh kurz zu einem Midol und mach das Gefühl! Leute, ich kann mich nicht bewegen! Also von deiner... Ach, die Susi lebt ja bloß noch! Ja! Oh! Danke! Hi! Ich kann meine Taschenlampe nicht an! Wo seid ihr? Na hier! Okay, ich komm, ich komm! Ich bin unterwegs! Achso! Ich geh wieder zum Tape! Hä? Ich versuche langsam zu laufen! Ja bitte! Sag mal meine... Nicht so schnell! Meine Taschenlampe ist aus! Nein! Drei Schritte vor! Ich kann nicht mal... Ich kann... Ich bin etwas verzweifelt, wie man mir vielleicht anhört. Klatscht aber heute! Ja man! Entschuldigung! Weihnachten ist grad vorbei! Oh man! Ich hasse das! Lass das! Ich hasse das! Lass das! Lass das! Hey du! Stopp! Ähm stopp! Ich seh vor allem glaub ich das Tape und ich kann nicht... Mhh! Da ist es doch! Es leuchtet doch rot! Ja da! Ja! Du gehst so komplett gechillt hierher! Ich kann nicht schneller! So ich mach jetzt Weihrauch damit ich ihn sehe! Komm schon! Rez! Zeig dich! Wo bist du? Wo bist du? Da ist er! Da! Da! Ich seh ihn! Da! Da! Ja aber ich hab Weihrauch an! Der hilft mir! Nein! Nein nein! Ich kann mir nicht! Ja geh mal schön ins Licht! Hat er jetzt geschrien? Nee! Oder war ich das? Hast du aus Versehen Kugel drückt vielleicht? Ja das kann sein! Die Taschenlampe, ne? Seid ihr bei der Tonband sein? Wo ist ein Tonband? Na folge mir! Rrrr! Was? Du bist bei einem Tonband? Ah! Ja doch! Die Richtung stimmt! Ich bin auch nicht bei einem Tonband! Mein Taschen... Mein Taschenband? Ich hasse das! Meine Taschenlampe hat gesagt... Ich komm da nicht hin! Nass mich doch! So... Ja mach ich ja! Also ich hab dir auf jeden Fall einen Punkt, aber... Batterie! Ähm... Hey, hi! Ach hier! Rechts von mir ist da glaube ich... Brauchst du ne Batterieschnucki? Ja! 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 Ich bin unterwegs! Moment! Moment! Ich... Ich... Nein! Da ist er! Geh weg! Ich kann keine Leuchtstäbe mehr leuchten! Oh! Ich auch nicht! Ich kann Feuer machen! Siehst du? Susi Gertzmann sagt auch... Also diese Verzweiflung hört man überhaupt nicht raus! Das ist schön! Susi kommt nicht? Du siehst schlimm aus! Was? Ich seh fett aus! Mädel-Stream 2017! Hallo! Ja! Entschuldige! Ich muss den Chat lesen! Das ist meine Verpflichtung als Streamer! Lightning! This is what you came for! Ich könnte jetzt echt auf so'n fetten Döner! Was willst du denn da schon wieder drauf? Hatten wir das nicht schon mal? Oh, ich könnte jetzt echt auf'n Döner! Aha! Hier! 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 Ich bin kurz Freeman! Oh! Ich bin plötzlich an rênhemann! Nur noch eins! Die Verwaltung mit dem Moze ist verloren! Ich hatte nur noch zwei! Nein! Geht das schon wieder los? Follow-Hype zu langsam. Pandasi verließ die Sitzung, Rez verließ die Sitzung, Grenzermil verließ die Sitzung, Gamer-Weibchen verließ die Sitzung. Und du spielst noch, oder? Ich spiel noch, ich guck hier, wo ich alleine langgelaufen bin, ja. Aber dafür hab ich mal Zeit, den Chat zu lesen. Ach man, das kann man nicht hören. Das ist ärgerlich. Ja, das find ich auch. Rez als Monster ist richtig gut, Hashtag ist so, ja. Obwohl, ich finde, er hat sich mehr zurückgehalten als Gwildor, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Drew, riecht erbarmungslos. Die Sitzung... Sag mal Handsl McChbie-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich-mich. Überleben ist alles! Ich bleib dem mal hinter euch. 27 Zuschauer. Ah, ich sag auch noch mal Smigl-H dimensional. Das hab ich gar nicht mitbekommen. mitbekommen. Was? Smeagol ist auch da? Smeagol. Sorry, ich hab's voll überlesen. Was denn? Wo denn? Ich scroll mal. Ist weiter oben. Ja, ich hab auch oben oben scroll. I'm scrolling. Hier, einen Abend. SmeagolTV. TV. Vielen Dank, dass du zuschaust. Cool. Was? Ich könnte noch mit selber gemachten Burgern dienen. Oh, da Cruz. Ja, das ist äh... Oh, ja, Burger. Gott, Leute, ich krieg richtig Hunger gerade. Ich hätte vielleicht was essen sollen. 29 Viewer. Oh, okay. Ich sollte auf dich hören, Bams, noch nicht auf den Y-Spot. Ja, dann würde ich sagen, ich verlasse die Sitzung auch und lade noch mal neu ein. Ähm, öffentlich. Spielerstell... Was ist denn eigentlich Co-op? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Es gibt Spol... Spielmodus. Co-op. Was tun wir denn da? Wir arbeiten doch schon zusammen. Will dann das Monster für uns die Bänder finden oder ich? Ich hab keine Ahnung. Jetzt macht's hier gerade Kling. Ohne Momento. Ich weiß nicht. Äh, ach so. Ach so. Ja, das hat er doch gerade schon getan, Bamster. Du verwirrst mich. So. Ich nehme mal hier an, ne? Und, ähm, hier... Oh Gott, okay. Und ich lade ein. Siehste, der erste Gähner, der erste Gähner kommt von Semmel. Ich hab's gesagt. Ich brauchte Sauerstoff, hallo? Ich hab's gesagt. Das ist zum Leben wichtig. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Oh, ich hab hier Kurt. Oh, Gürasteller. Oh, ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Ich hab zuerst Gürasteller gelesen. Hört auf, von Essen zu lesen, äh, zu lesen, vor allem zu reden. Okay, ich hör auf, von Essen zu lesen. Muhahaha. Ich esse für euch mit, besonders für Chrissy. Auch mein Gürast darf sie aber nicht rauf. Guten Tag. Ich will ja nichts sagen, aber gut, dass sie eine Sonnenbrille auf hat. Entschuldigung, Frank. Guck mal, wie hübsch die ist. Ja, vor allem was für eine Sonnenbrille. Äh, ich brauche Sauerstoff. Wie wär's mit regulärem Atmen? Ich kenn das. Vergesst das hin und wieder. Ja, ich auch, vor allem bei so einem Spiel. Könnt ihr euch dran erinnern, beim ersten Stream, mit dem Spiel, wo ich ständig fast meine Zunge verschluckt hab, weil ich immer so gemacht hab, weil ich so erschrocken bin. Schrecklich. Also es war nichts mit Atmen. Nee, also atmen kannst du ja, oh, Pantasi, du siehst ja richtig sexy aus auf jeden Fall. Ja, ich hab mich extra für euch hübsch gemacht. Richtig gut. Das ist so geil. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Ist du mir leid, soll ich denn wieder aufziehen? Wir müssen dich die ganze Zeit anschauen. Mit seiner auch starken Taschenlampe. Mit seinen wunderschönen Blütenämt. Und der auch Fliege. Und dieser wunderbare Käppi. Diese Boker-Käppi. Hast du ein Full-Aus? Habe ich das Beste, was man haben kann? Das Beste, was es gab in Second-End-Shop. Ähm, ja. Was bist du? Was ist das? Ja, ich bin Kurt. Ich kenn ihn auch noch nicht. Du bist Kurt. Hier, Kurt, Kurt. Ohne Helmut, ohne Kurt. Ja, stimmt doch, in Kurt hat er Oma. Oh mein Gott. Das hatten wir ja schon vorhin. Ja, irgendwie siehst du aus wie... Irgendwie siehst du älter aus, als du wahrscheinlich wirken sollst. Also ich seh so aus, als hätte ich schon fünf Gesicht schlichtig. Ich bin richtig scharf, oder? Das ist halt die Anna, ja. Die ist von Grund aus scharf. Also eigentlich müssten wir tauschen, Carrie. Weil die roten Haare, die passen eigentlich viel besser bei dir. Ja, aber dafür hat Carrie jetzt die Headbands an. Das stimmt, also kann Carrie jetzt ganz schnell laufen. Und wie Kurt. Was da los ist. Aber sei gewarnt, weil die Hotpants, äh, ja, äh, ziehen das Monster magisch an. Ich glaub, die Monster stehen auf Hotpants. Oh, gut, dann müssen wir jetzt... Den Razz. Möchte denn der Razz? Ich bin Kurt, ja. Oh, Bamster, oh nein. Oh, die gehen ja die ganze Reihe durch hier, ey. Voll fies. Aber okay, 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 okay. Wir nehmen jetzt mal hier, äh, das Krankenhaus, würde ich mal sagen. Hatten wir heute noch gar nicht. Was? Spiel hat nicht genügend Spiele? Oder ist noch nicht bereit? Achso, irgendjemand ist noch nicht bereit? Wer ist der Bam? Wer ist er vielleicht? Oh, wir gehen ins Krankenhaus. St. John Krankenhaus. Ne, jetzt erst hier. John Krankenhaus. Susi, Maudek sagt gerade, donaten geht hier gar nicht. Nein, donaten geht hier tatsächlich nicht, Maudek. Das hat auch einen guten Grund. Äh, der sich allerdings wahrscheinlich bald ändern wird. Dann sag ihn lieber nicht. Dank einem wundervollen Netzwerk, das mich so ganz lieb aufgenommen hat und das Gamer-Weibchen übrigens auch aufgenommen hat. Nämlich, äh, der liebe Bamster, der uns aufgenommen hat in EL Network. Ist alles noch in Bearbeitung, ist alles noch so halb offiziell, inoffiziell. Ist immer rund. Aber da ja dieser Stream für mich ja nicht privat war, aber schon persönlich war, habe ich gesagt, bei mir gibt es keinen Donate-Button, weil ich mit meiner Technik zufrieden bin und ich, äh, ja, kein Geld von euch irgendwie annehmen kann, was ich jetzt nicht für den Stream zu verbessern nutzen möchte. Deswegen gibt es bei mir einfach keinen Donate-Button, Punkt. So. Ganz kurz erklärt. Äh. Gib den Bamster, danke. So, mich mal gucken. Jetzt müsste es gehen. Drei, zwei, eins. So, weit neustisch, zwei. Hallo, erwischt. Ich sehe das drauf. Der Kibi, der Kibi, wo ist denn der Kibi, 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 Kibi? Kibi? Aber danke, dass du donaten wolltest, Mahodeck, das ist ja voll lieb. Das hat irgendwie, also, es hat sich noch keiner aufgeregt, dass es nicht geht. Wow. So. Wir müssen dort lang. Wo? Mir nach. Folgt dem Blumenhemd. Ähm, ich bin unterwegs. Ich bin so angetan von ihrem Blumenhemd. Ich bin so angetan, oh, mon cherie. Weiß ich nie, ich stoppe links oder rechts. Warte, soll ich, soll, macht jemand anderes Kompass, oder soll ich? Ich mache. Mach du. Ich mache. Ich mache, du bist gerade durch mich. Müssen wir hier, oh, sage nicht, oh, das hört er, weil er weiß, wo wir lang gehen. Müssen wir runter. Müssen wir hoch oder runter. Müssen wir, schräg. Was, was, klir? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ernst, jetzt, ich höre. Ich weiß nicht, ihr seid zu schnell unterwegs. Äh, aber hier höre ich doch. Aber ich sehe es nicht. Ich höre, warte, ich mache, ich mache Kompass, ich mache, wir sind richtig. Ah, das schon wieder. Wir dürfen nicht, ich glaube, wir dürfen nicht sagen, wenn das und das passiert, weil er dann bestimmt auch, wer ist, wo wir sind, oder? Aha, jetzt ist mein Shit. Hallo. Ich glaube, wir müssen hier vor... Äh, nein, nein, die schaff ich da. Oh, nee, 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 nee. Könnte niemand einen anderen Killer nehmen? Ja, nein, du seid zu sehen. Äh, hier ist er. Wo? Wo? Was? Wir haben uns aufgeteilt. Wo seid ihr? Da vorne. Da, ah ja. Nein, 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 nein. Der greift uns doch nie an. Der hat einfach bloß da... Wir sind doch nicht in einer anderen Richtung, vielleicht? Hier muss doch irgendwo... Hier muss doch irgendwo... Hier muss doch... Aber wir sind doch... Wir sind doch nicht schon zu weit, oder? Ich weiß nicht. Der Ton kommt von links. Der Ton kommt von links. Ich mag nicht... Wo seid ihr? Ihr ist falsch. Halt, stopp. Ob du hier bist und nicht. Ich habe es hier. Hier ist es irgendwo. Ob du wirklich richtig gehst, siehst du, wenn das Licht angeht? Ich habe es. Ja, super. Cool. Läuft. Ich sag mal Kompons. Kompons. Dann müssen wir so gesehen in die Richtung. Ach, da müssen wir es hier. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter hier lang? Oder? Kurt? Ich würde mal kurz... Wo ist er? Hier, ja, wir hier. Hinter uns. Go away. Geh bloß weg. Ja. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Wo seid ihr hier? Was hast du jetzt davon? Wo seid ihr hin? Ach, da. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn Pandasies Licht angeht. Oh, ich höre wieder was. Kann ich nicht kompassen. Ich auch noch nicht. Mach ich. Mößen wir da lang. Machst du Kompass? Da? Ja, ja. Hier so? Pandasi? Hallo? Hallo? Das waren bloß deine Augen da. Wie geil. Bleib mal stehen. Es sind nur kurz deine Augen zu sehen. Ja, deine auch, ja. Wie geil ist das denn? Geh doch mal einen ganz kleinen Schritt nach vorne. Warte, warte. Okay, warte. Hier. Noch ein ganz klein? Oh Gott, das ist voll gruselig. Das ist richtig gruselig. Oh Gott, gib den. So. Oh nein, hier hat es geschrien. Warum dreht du denn durch? Weil hier diese Bandwürmer sind. Oh, das ist ja, das sind deine eigene. Wo seid ihr? Mädels? Hallo? Hallo? Ja? Mädels? Wo seid ihr? Oh mein Gott. Wo seid ihr denn? Ja, wir sind hier. Äh, hier bei den Bandwürmern. Äh, ich sehe euch nicht. Überall welche. Wo seid ihr lang gelaufen? Schreit mal, schreit mal. Ach, hier. Oh Gott, hier. Okay. Carrie? Carrie, bist du da? Carrie? Oh mein Gott, ich bin da dran. Nein, 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 nein. Wir müssen zurück zu Carrie. Äh, wo? 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 Hier. Ich weiß nicht. Wo seid ihr denn? Wir kommen, bleibt mal da, wo ihr seid. Bleibt mal da, wo ihr seid. Ich gehe Carrie holen, dann kommen wir zu euch. Ja, ich bleibe jetzt lieber bei Kurt. Hier. So. Da. Kurt ist ein starker Mann, der beschützt mich. Ich habe nämlich ein Zoomhemd an, das heißt, ich bin kein starker Mann. Du willst geradeaus. Okay. Ich habe doch gerade schon wieder was aufploppen gehört. Müssen wir so weit geradeaus. Oh, darf ich es? Darf ich es? Ja. Yay. Oh mein Gott. Kurt, du siehst ganz schön gruselig aus, wenn du dich so langsam umdrehst. So. Hier. Kompass sagt hier lang. Äh, hier lang. Kompass sagt da lang. Jetzt fängt das schon wieder an. Ich bräuchte langsam mal eine Batterie. Sieht irgendjemand eine Batterie übrigens? Ich bräuchte auch mal eine. Ja, Kebi, das hatten wir auch schon. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Kurt, einfach Kurt. I don't know, ehrlich gesagt. Äh, hier, äh, 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 äh? Hä, äh? Hier lang. Ey, ich habe es gehört. Ja, ich auch. Da geht es nicht weiter. Meine Taschenlampe ist gleich alle. Ich mache mal aus. Und meine ist, ich habe noch Hälfte. Aber sie flackert so. Komischerweise. Das ist, weil du dauernd an und aus, äh. Das ist, Taschenlampen sind aus. Mist. Oh nein. Wieso habe ich hier so einen Herzschlag? Ich habe ja alle. Ich mag hier einen Herzschlag. Was ist das? Oh nein, ich glaube hinter uns. Ich glaube hinter uns. Ich glaube hinter uns. Aber dann müsst ihr einfach rennen. Dann müsst ihr einfach rennen. Äh, ja, ihr solltet nicht zu viel rennen, weil wir haben euch schon wieder verloren. Achso. Hier. Hier. Hallo. Wo? Achso, hier. Hier. Ach, hier. Das ist ja, ich bin schon zu weit gerannt. Äh, die Pandasi und wo ist die Semmel? Hier bin ich. Hä? Was denn? Habt ihr es nicht gehört? Na doch. Wie geil. 30 Zuschauer. Danke Leute. Oh, ihr seid ja süß. Ich höre was. Ich höre ein Band. Panasi. Ich höre ein Band. Ja, ich höre es auch. Ich höre eine Batterie. Ja, ich höre, wer braucht ihr denn am dringendsten? Also ich habe noch... Schön, ich. Ich kann gerade nicht... Ich habe noch... Ich habe noch einen Millimeter. Ja, hier. Tschaka, voll guter Wurf. Hier ist eine Batterie, Susi. Wo? Ah, hallo Kurt. Ja, die nehme ich mal. Oh Gott. So, halb voll wieder. Die Batterie ist halb voll. Hier noch irgendwo eine Batterie? Äh, hat jemand Kompass gemacht? Ich mache mal. Wir laufen richtig. Müssen hier geradeaus. Oh, okay. Immer Kurt noch. Hier geht es nicht geradeaus. Hallo. Aber hier ist noch ein... Hinter uns! Oh mein Gott. Semmel, alles okay? Kurt, Kurt, geht's? Wir müssen hier nicht so. Hier müssen wir lang. Hier, komm. Äh, ja. Boot, 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 boot. Geht das schon wieder? Ja, fein. Ja, kommt ihr hinterher. Ja, fein. Lass mich mal kurz in den Chat gucken, please. Ja. Äh, Hype, 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 Hype. Hat hier irgendwer ein Feuerwerk bestellt oder gewittert ist nur. Hype, 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 Hype. Wie geht's euch denn? Ja, Gebabji, alles ein bisschen aufregend gerade, aber alles sonst ganz gut. Ich freue mich über die 30 Viewer. Puppen? Welche Puppen? Warum bist du denn durch? Was? Warum bist du denn durch? Die Jumpscares hat der Herr Bamster ja drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab mich gerade auch erschrocken. Echt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe. Ich lobe nie. Warte mal, ich mach Kompass. Doch, wir sind richtig. Hier muss es irgendwo sein. Ich hab einen Punkt. A blue one. Oh ja, hier. Ja, es wird lauter. Carrie, geht bei dir alles in Ordnung? Alles gut? Alles top? Lebst du noch? Lebst du noch? Ja. Ich hör's doch aber auch, aber jetzt entfernen wir uns doch, oder? Ja. Hier ist Weihrauch. Zurück. Oh, ne, mal jemand den Weihrauch. Aber ja, sehr gut. Dann kannst du ihn jetzt nämlich sehen. Oh, ich glaube, er kommt gleich wieder. Wie? So, mit dem Weihrauch kann man sehen, okay. Cool. Ja. Wir müssen bestimmt einmal hier nochmal aus dem... Oh, oh, oh. Hau ab. Absolut. Bisschen. Oh, Reiss hat Brüste. Ach, ist ja gar nicht Reiss, ist ja Bamster. Bamster hat mir weh getan. Dann hat Bamster halt Brüste. Sorry for the verwechseling. Domi, wie lohnt ihr das falsch? Voll, äh, voll... Kann jemand, äh, bleib mal kurz, äh, kann jemand mal... Oh, was? Ja, ich hab einen Punkt. Okay. Ich wär jetzt hier einmal außen rum gegangen und dann da vorne links. Meine Batterie ist komplett im Argen. Ja, ich hab auch nur noch, ich hab nur noch, äh, nicht mal mehr ein Viertel. Ja. Hier ist das doch aber irgendwo. Hier irgendwo. Hinter der Tür vielleicht? Nee. Oh Gott, es ist komplett dunkel. Ich seh... Ach ja. Ich seh ohne Stein, hier ist es irgendwo drinnen. Leute, ich glaub hinter mir. Ich glaub hinter mir. Hinter mir, Leute, hinter mir. Ich hab keine Taschenampel mehr. Leute, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Wo bist du? Bei euch, ich bin bei euch. Leute. Oh Gott. Ich auch. Bis wann geht der Stream noch, geehrte Zockerinnen? Ja, äh, da Cruz, das wissen wir noch nicht so genau. Also wir haben gesagt, so lange wie wir halt Bock haben, weil... Ist ja Wochenende. Oh, ich bin total verletzt und ich brauche echt... Wieso noch Cruz? Ich bin grad erst da. Oh, ich geh mal zu einer Batterie. Oh my God. Vielleicht bin ich... Nein. Ich bin gleich tot, weil ihr wieder alle weg seid irgendwie. Mir ekelst. Bämster hat Brüste? Hey. Nein. Oh ja. Where are you? Ja, aha. Ich brauche eine Batterie, verdammte Hacke. Guardsman, Bämster hat mir wehgetan. Es ist bei mir sichtmäßig alles. Hier ist eine Batterie. Nur noch grau, das heißt, ich bin schwer verletzt. Also meine ist komplett leer. Ich kann nichts... Hier ist eine Batterie? Ach nee, gar nicht. Obwohl. Ne, hier ist Schmerzmittel. Ne, die leuchtet ja noch weiter, aber nur ganz wenig. Ich hab's mir mal... Entschuldigung, ich hab's mir mal genossen, weil... Keine Ahnung. Ich bin gleich voll neu. Äh, warte mal, wir haben die Carrie verloren. Carrie. Wo seid ihr? Du bist, glaube ich, wir sehen dich. Ja, komm, hier, hier, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Carrie. Carrie, bleib stehen. Du musst hier durch die Tür. Carrie. Carrie, siehst du unser Licht? Geh ins Licht. Carrie. Wo ist sie denn hin? Carrie? 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 Carrie. Yes, Carrie. Carrie, this is what you came from. Hör, hört auf, dass du sie nicht besprechen willst. Ah, da bist du, da bist du. Carrie, wo bist du? Nein, okay, okay. Warst du nicht grad noch hier? Da, hier, sie läuft im Kreis. Ah, da ist sie jetzt. Guck mal, hier. Also, ich hab sie gefunden. So, okay. Wir waren schon, waren schon meilenweit weg. Kommst du jetzt mit? Ja, meine Taschenlampe ist dann leer. Ja, meine Taschenlampe ist dann leer. Carrie hat sich in den Luftlauf gelöst. Ich glaub, die hat noch so eine gewisse Rest. Ich glaub, die kann nicht ganz aus sein, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, mir geht's schlecht. Da, hinter euch. Hinter uns? Was, wo? Nein! Pämster, du hast gesagt, du hast mich gern. Nein, Susi. Oh, jetzt sind meine Taschenlampe leer. Ohne Susi hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ich mag keinen Herzschlag. Okay, wie lange ist noch geplant? Sehr, sehr dank. Warte mal, ich bin doch Geist. Ich kann doch hier... Ihr müsst beim Gibber, meine Taschenlampe ist alle. Ich lauf mal. Aber, warte mal, bekommt was. Also, diese Taschenlampe, die verbraucht sich so schnell. Ja, warte, ich kann ja eh nichts tun, wenn er kommt, aber... Aber hier die Richtung stimmt, hier die Richtung stimmt, Mädels. Hier die Richtung stimmt. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bämster, nein. Rennen ist doch laut, da hört man euch viel besser. Ja, eben, und man sieht die Fußspuren, vor allem. Rettet Kurt. Bämster hat Brüste, aha. Ja, es sah gerade so aus in diesem weißen Schimmer. Rechts oder links? Ich kann nicht... Oh, PC. Ich glaube links. Ich mach mal Kombi. Ich mach mal Kombi. Ich hab einen Punkt. Ja, super, da schau ich dann nochmal rinnen. Werd auch noch eine Runde zocken. Viel Spaß, da Cruise. Wenn du neben mir stehst, kann ich total auf deine Brüste gucken. Hi, sind gut, ne? Auch ich hab welche. Das hier ist falsch, glaub ich. Ja, jetzt nischt mehr. Du gehst hier? Warte, ich kann nochmal... Ne, hier, du hast einen Punkt, Susi. Ja, wir... Stimmt, okay. Oh Gott, warum erschrecke ich mich denn? Mir kann er ja nix mehr tun. War nicht schlecht. Aber hier irgendwo... Die Batterie wäre jetzt nicht schlecht. Oder Medi-Bag? Hier hinten, hier hinten, Leute. Hier hinten ist das Tape. Wer will es aufheben? Ich hab schon zwei aufgehoben. Ich würd gern eins nehmen, oder? Da hinten, ist er ab. Ich hab schon. Okay. Ich seh aber keine Batterie, Mädels. Ich ahn nicht. Ich guck mal hier kurz rein. Ist das das Level ohne Batterien? Nein, Mann. Gibt's ein Level ohne Batterien? Ja, man. Beständig Batterien, wo wir jedenfalls gesagt haben, ich brauch sie, ich brauch sie. Ja, genau. Carrie hat Kaboom gemacht. Carrie hat sich in Luft aufgelöst. Ich komme, ich komme. Girls, there be peace when you're at Donnelly when you weren't here... Was? Carrie, Geisternippel? Hashtag Geisternippel. Mist, jetzt hab ich ein Ohrwurm. Hier kommt kurz. Oh mein Gott, das war nur so ein Ding. Ich lauf mal vor, ja. Du rennst. Mach mal, äh, hier. Alle aus, was macht. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang? Okay. Ich sehe nichts, ich habe keine Tafel. Warte, ich mach, ich mach Kompass. Äh, hier runter. Äh, hier lang, mein ich. Äh, mein Spiel ist ab. Nein. Nein. Ach, Wahnsinn. Das ist das nerviger an dem Spiel, finde ich. Das ist echt richtig nervig. Ja. Oh, nie. So, shit. Weil, wenn man immer so kurz vorm Ziel ist, und dann... Richtig. Kurz davor. Kurz davor. Wenn man die Punkte ja auch jedes Mal verliert, ne? Ja. Echt jetzt? Oh, nee, ey. Ach, stimmt. Ja, Tonbänder 0. Ich hab, äh... Ja, das fand ich an dem Spiel das letzte Mal schon nervig. Ich find's echt cool. Ja, das finde ich cool. Aber das ist halt immer kurz vorm Ende abkackt. Das ist echt... Ja, das hat viele... Ja, und Spencer ärgert sich auch, der wollte uns noch richtig fertig machen. Ja, ich hab vier Leuchtstäbe geworfen. Und ihr so? Okay, ich bin mal für fünf Minuten oder so. Ja, ich werde mich beeilen. Ne, bin ich gleich zurück. Alles klar. Okay. Nein, du musst Sekunde sagen. Stimmt, sag mal schnell Sekunde. Sekunde? Ah. Ja, Katrin, das passiert irgendwie... Das gleiche. ... das Spiel, dass wir dann die Verbindung verlieren und dann ist Ende. Also das hatten wir im letzten Stream öfter schon mal, leider. Das hatten wir letztens ganz oft, ja. Nochmal, nochmal! Ress hat auch voll Gefallen dran gefunden. Beim BAMSTER FAKE! Weißt du, ich reiß mich die ganze Zeit zusammen um das Niveau des Streams. Also welches, frage ich mich zwar immer noch, aber... Da kommt mein Mod, weißt du, und schreibt einfach mal FAKE! Naja. Das Spiel ist echt wie DVD. Immer wieder Abstürze. Oh! Gamer Weibchen Army, schreibt Tina wieder mal. Achso, das weiß ja Carrie jetzt gerade nicht. Äh, Carrie ist gerade mal abwesend für fünf bis zehn Minuten. Mhm. Vielleicht gibt es nur ein Zeitlimit, das ihr zur Verfügung habt. Nicht, dass wir wüssten, weil... Nee, dann würde doch, glaube ich, eine Zeit ablaufen, oder? Ja, und wir würden Punkte dafür kriegen und am Ende sehen, wo wir lang gelaufen sind. Das ist ein Fehler. I think so. Ach ja! Ja, stimmt, Bamster müsst ihr einen Time-out kriegen. Hahaha. Nein. Nein. Das war ja jetzt noch harmlos. Bei dir weiß ich ja, wie es gemeint ist. Obwohl man, wie soll man wissen, wie ein Wort, das ewigkeitenlang geschrieben wird. Und was ganz Ominöses bedeutet, gemeint ist. Aber wenn das jetzt irgendjemand ganz Wildfremdes reinschreiben würde, dann hätte ich schon gesagt, mhm, Mike, mhm, Bamster, mhm, könntet ihr mal... Ähm, was? Wer soll einspringen? Bam soll einspringen. Ich muss aber noch mal ganz kurz wo hin. Was? Abwesig? Habe ich das gesagt? Nee, ich hoffe nicht. Loll. Ich bin auch mal ganz kurz abwesig. Bam soll einspringen. Quilde Hilde ist auch sehr weiblich. Okay, Pallasi. Achso. Ich gebe dir mal das, okay. Quilde Hilde ist auch sehr... Achso, ähm, Chrissy ist jetzt auch kurz? Okay. Ja, dann sind wir wirklich tatsächlich zu wenig. Ja, weiblich. Was geht bei euch, Jungs? Alles gut. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt. Hm? Na? Es ist... Es ist Netsche. Ja, das mit den Abstürzen, das ist echt ein bisschen... Aber das Spiel kriegt auch nicht so viele Updates, habe ich mal gehört, gelesen. Und so? Na ja, aber ein Update, dass es nie abkackt, wäre schon ganz cool. Muss ja nicht viele Updates haben, aber funktionieren sollte es schon. Mhm. Das ist Richtig. Aber hey, es macht ja so schon genug Spaß. Eeeeee, Glebi! Ich dachte gerade jetzt ganz so süßes... Äh, tell you what I want, what a weird video. Weiblich Hype. Lass meinen da raus. EL Thomas 5. Dankeschön für den Follow. Wie viele Leute gibt's denn bei EL, meine Fresse? Ich kenn ja, ich kenn ja nur, also ich kenn ja nur wahrscheinlich 10% oder so. Aber dankeschön, äh, herzlich willkommen. Auch im Chat, vermute ich. Hoffe ich, denke ich. Manpower, Hashtag. Weiblichkeit. Wir übernehmen den Stream. Ihr übernehmt den Stream, ja, ich merk das schon. Ich, äh, ich, äh, ich bin völlig von den, von den Stricksocken. Hashtag männlich, Hashtag Hype. Hi et all. Hi! Thomas 5. Herzlich willkommen zu dem französischen Stream. Nein, nur, nur Spatz. Ja, Bamster macht wieder sein Lieblings, äh, Emoji. Klar doch. Das ist aber nett. Hashtag Fem Res. Female Res, äh, Res ist bei dir alles klar? Habt ihr Hormone genommen? Was ist denn los bei euch? Ja, Jules findet's auch extrem lustig. Und was sagt der Frank dazu? Er nickt. Okay, alles gut, alles schön. Alles gut, alles klar, alles fein. Semmel, bist du noch am Start? Semmel? Hallo? Ach, Semmel hat geschrieben, also wird sie wahrscheinlich gucken, wie das Wetter ist. Dann, äh, unterhalte ich euch allein. Wir wollen zocken! Susi, du bist echt cool. Danke, Tina, das ist aber lieb. Oh, Pandi ist auch wieder da. Wieso sage ich eigentlich immer Pandi? Ihr habt mich voll angesteckt seit dem letzten Stream. Stimmt, da haben sie auch alle Pandi gesagt. Ja, ich wie Fanfiction, Res. Roar. Ach, Tina, das ist lieb. Dankeschön. Äh, super, Frankio. Äh, ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Du wirst es wahrscheinlich besser entziffern können. Ich will es gar nicht. Üben Baguette. Ich will es gar nicht wissen. Ähm. Hm, ja. Ne? Frank, äh, freut das mehr als mich. Ich kann mir nur denken, was dabei rumkommen soll, mein lieber Bamster. Ach, Leute, es ist, oh, lass meinen Schreibtisch stehen. Oh, jetzt macht er Pantomime. Was? Was hab ich denn jetzt mit Fanfiction hier verpasst? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, ne Frau, ja? Weil Frank macht gerade Pantomime für mich. Lass mich mal kurz, ihr könnt's nicht sehen. Ja, drei Wörter? Drei was? Drei Frauen? Drei. Aha, ja, okay, das sag ich jetzt nicht. Ja, das soll ich mir merken. Ach so. Ach nee, das war richtig. Nee, das war merken. Das war richtig, okay. Ach, und Pantomime ist von mir auch nochmal an der Stelle. Hashtag is so, Hashtag is so. Was? KKKKKK alt. Ach so. KKKKK alt? Ja, Semmel, das ist, ne? Wenn man halt ständig checken muss, wie das Wetter ist. Raz Fanfiction mit Baguettes. Jetzt geht's los. Updates sind immer so alle 14 Tage. Tatsächlich Flying Shadow? Wirklich? Dann hab ich aber das letzte jetzt nur zufällig mitgekriegt wahrscheinlich. Du bist nicer. Der nicer Dicer. Drei Frauen, dreimal Raz, dreimal Femress. Was? Hier ist was los. Leute, ihr sprengt den Chat, ey. Wahnsinn. Aber so muss das sein. Ja, es ist super. Es ist echt schön. Ich bin completely satisfied about that. Hashtag Susi. Nee, is so. Hashtag Susi find ich auch nicht schlecht. Hashtag Gwildehilde. Genau. Oh Gott. Ja, was ist... Nee, was sagt Gwildo immer? Was da los ist. Hashtag is so. Ach, Leute. Nix ist. Warum denn nix? Was? Nix? Ist wohl so. Ist wohl so. Hashtag is wohl so. Gwildor, mein Lieber. Ich spreng auch gleich meine Hose. Boah, bin ich satt. Ach so, ich dann... Oh Gott. Okay, Jules. Mach das. Also, verdaue bitte in Ruhe. Hashtag wir übernehmen den Stream. Hashtag is wohl so. Oh, Leute. Ich hab's irgendwie... Ich hab's irgendwie... Ich hab das mit dem, ne? Nur weil ich überall Hashtag is so dahinter schreibe. Aber das hab ich mir jetzt wohl... Das hab ich mir jetzt so wohl... Ja, selbst so zu schreiben, ne? Selbst so zu schreiben, genau. Wenn du die Knie anziehst, kannst du hören, wie der Knopf abspringt. Oh, mein Gott. Leute, 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 Leute. Das ist doch nicht mehr normal. Ich wusste es. Also, du bist ein Mädchen. Verstört. Schreib noch, bin satt dazu, um zu saven. Und sie liest halt den ersten Teil allein. Sorry, Jules. Das war halt so... Ich meine, muss ich's noch erklären? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub, ich muss es nicht mehr erklären. Schockierende Neuigkeiten. Ich pinkel im Stehen. Was? Was? Setz dich nicht hin dafür? Was bist du denn? Wer bist du denn? Was bist du denn? Okay, war gelogen. Bin trotzdem kein Mädchen. Nein, du bist sogar ein richtiger Mann, weil du dazu stehst. Ja. Weil du dazu stehst, zum Pinkeln quasi. Hab ich was verpasst? Du hast... Ihr habt viel verpasst. Oh mein Gott. Binkelt nicht im Stehen. Ja, genau. Jules pinkelt nicht im Stehen. Und er steht dazu. Ja. Das ist voll geil. Oh, mir tränen mein Auge. Oh Gott. Du wärst auch beide tränen. Ich spreng auch nicht. Ich hab... Ich stelle... Ich bin peer and pinkeln. Aber es ist aber so. Es ist das rechte. Ich stehe am Pinkeln. Wenn ihr... Wenn ihr so weitermacht... Okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind es beide. Oh mein Gott. Guck ich da weiter mal in die Spieleanleitung. Achso, ja man kann hier ein bisschen... Steuerung 2. Und 1. Ah ja. Oh mein Gott. So. Und sonst so? Ja genau. Und bei dir? Fertig, fertig. Ich bin auch fertig. Ihr platzt das Auge. Windel forever. Oh Gott. Machst du Fußmassagen? Worum geht's hier? Vom Pinkeln auf Fußmassagen? Massage. Massage. Pitchi Pyjama. Oh, eine neue Einladung von der Süße ist so. Hashtag. Eine neue Einladung. Lachflash meines Lebens, Alter. Ihr seid zu krass. Ja Tina, ich bin auch grad völlig von den Söcken. Hatte ich schon gesagt. Oh Gott. Ja Fußmassagen sind wirklich sehr 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 intim. Wollt ihr der Sitzung nicht beitragen? Ich finde Füße eklig. Kannst du auch nicht beitragen? Wollt ihr auch nicht beitragen? Das ist ja ein Widerling. Natursekt. Vor allem Sekt mit CK. Dir geht's noch gut Frank. Naja, alles klar. Ich wollte schon sagen. Ey holt euch Schnopper, es ist halb 10 in Deutschland. Hatte ich heute erst. Der gewählte Gegenstand ist gesperrt. Du bist ein bestimmtes... Oh nein. Ach so, stimmt ja. Gewagter Stil. Ich will ein Döner. Ja. Das hätten wir uns jetzt eine ganze Art anhören können. Ja. Ich will ein Döner. Pass auf und gleich klingelt's. Hatte jemand Döner bestellt? Aber stimmt schon. Ich habe auch zum ersten Mal jetzt gehört, ne? Ich mag auch keine Füße. Oh, danke Jasmine. Bitte was? Du, ich höre auch zum ersten Mal. Weil es sich echt schrecklich ein bisschen anhört. Die anderen? Die Mädels? Mit dem TeamSpeak? Echt? Ja, aber übel. Übel? Oh Gott. Das ist aber nicht schön. Das ist gar nicht schön. Beschwerde. Jasmine High Five. Ich mag auch keine Füße. Vote. Füße sind eklig. Ich vote auch dafür, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Lloydys bekomme ich auch eine Fußmassage. Das wäre so cool. Da musst du Bamster fragen. Oder Jules fragen. Tina? Ich habe mich doch schon korrigiert. Hosen. Das ist so schön, dass du mir alle einen Döner bringen wolltest. Hosenmassage im Stehen. Bin Profi in Fußmassage. Mach ich nicht umsonst. Dönermassage in der Hose? Was? Pandi, ich bring... Gwildor bringt ja einen Döner. Also er hat's gerade... Ja, und Jules will mir auch einen bringen. Also alle. Das ist super, ne? Ring, ring. Wer ruft nach mir? Döner, äh, die Kebabtschi, die Chrissi, äh, will einen Döner. Jetzt stellt euch mal vor, jemand müsste eine Zusammenfassung vom Chatverlauf machen. Oh ja! Bitte eine Rezension, ja? 1-5 Sterne? Und dann stellen wir das bei Amazon rein und dann wird's verkauft. Babyfüße sind süß. Chrissi will Döner, bin gleich da. Hashtag no homo. Dönermassage in der Hose. Fick dir jetzt. Ich habe meine Füße schon lange abgehakt. Ja, ich auch. Nur Babyfüße. Füße sind eklig? Japp. Ach, warte. Daraus könntest du ein Hörspiel machen, ohne Scheiß. Oh Gott. So. Wir haben kein Monster. Monster? Ach, wenn die Mädels, äh, die Mädels, genau. Die Jungs das hören, dann wird sich schon irgendjemand erbarmen. Was ist da? Sugary? Ähm. Level. Ist aber nicht die Carrie. Carrie? What, what, what? What? Hattest du eine Einladung bekommen von mir? Mhm. Warte, ich lad nochmal, weil irgendwie ist ja gerade jemand drin, der da nicht gehört. Dann, ja. Ähm. Oder nochmal zurück. Ich weiß ja nicht, ob sie dazu joinen kann. Kann ich dich rausnehmen? Kann man Danny rauskicken? Ich hoffe so. Spieler rauswerfen. Ja, na klar. Hallo Herr Schupperleber. Aui. Wir haben deinen Platz frei gemacht. Mist. Ich habe zu spät geschrieben. Jetzt müsstest du noch Ermittler auswählen. Die Dame. Ich bin Iker. Oh nein, ich will der nicht sein. Soll ich mal ähm... Creator machen? Creator? Oh. You can. I can? I can? Should I? Hattest du das denn so mal Creator gemacht, ja, ne? Äh, ein oder zwei Mal, ja. Damit man nicht immer hier den... Oh. Damit man nicht immer den... Okay. Uh. Ohne den... Uh. Vielleicht der... Mann, was wollte ich denn sagen, damit wir nicht immer den Rasterman hier haben. So, jetzt nehmen wir mal die Abtei, da waren wir nämlich heute noch gar nicht. So, geht los. Oh, jetzt bin ich richtig. Beschwerde an die Audioeinstellung des Kanals. Bekomme ich ne Fußmassage? Das Monster leitet doch den Stream. Danke. Susi klingt so lieb, weißt du, die wär als Monster bestimmt heftiger als Rez. Na, was, ich klinge lieb. Das können wir schnell ändern. Bis später, okay. Hey Mädels. Hallo Zucker, was? Wer hat denn das da grad geschrieben? Ich mach mal den Kompass an. Ich hab das geschrieben. Ach, du hast das geschrieben. Okay. Ich hatte auch grad den Kompass an. Ach so. Und wo müssen wir hin? Äh, hier so. Lang. Irgendwo. Stopp. Oh, ich sehe eine Menge Batterien. Das ist schön. Hier, warte mal. Stopp. Äh, geht nicht. Stopp. Hallo. Na? Oh, da ist der Kurt, der Kurt, der Kurt. Jaaa. Bist du Liniatürtel oder was? Wieso? Ich bin nur ein, ich bin schlammig. So, das sieht aus wie so ein älteres Liniatürtelchen. Okay, Kebi, bis später. Danke fürs Zugucken. Ich warte übrigens noch auf eine Glanzleistung seitens Carrie. Die hat sich das Game jetzt zu Gemüte geführen können und professionalisiert gleich erstmal alle Monster an die Wand. Oh, das kann man ändern. Aha, aha. Hört, hört. Wo seid ihr? Ein Rez steht einsam in der Lobby. Was? Wo ist es? Aber wir sind nicht zu zweit. Warte, ich bin hier. Ah. Ich bin hier. Na? Na? Kurt, ich hatte schon Angst, dass du nicht mehr da bist. Ich hör was. Wie du hörst was. Ja. Cool. Oh mein Gott, Susi. Da hab ich nicht mehr. Ihr solltet laufen, 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 laufen. Ach, da war ne Säule hinter mir. Ich dachte, warum kann ich denn nicht mehr weitergehen? Oh, hey. Guck mal. Und ich hab den Ton gehalten, Leute. Ich hab dich doch angeleuchtet. Ich hab den Ton gehalten. 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 Oh, nee. Hier, wartet, ich komm zu euch. So, meine lieben Mädchen. So, unser lieber Gwildo. Hier. Hallo. Oh nein, Taschenlampen sind untauchbar. Untauchbar. Un, untauchbar. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ich seh, ich seh's nie. Ich seh's nie. Oh. Das war beeindruckend. Hashtag Ton halten. Ich hab das Ton gehalten. Oh, lieber Gwildo. Wir wissen, dass du morgen raus musst. Oh, du hast voll lang durchgehalten. Mädels, der Gwildo muss uns verlassen. Oh, Gwildo. Oh, Gwildo. Hier lang. Gwildo. Gwildo. Bis bald, Gwildo. Schlaf gut. Lass dich morgen nicht ärgern. Das hast du nicht verdient. Renn nicht so viel. Renn nicht so viel. Das ist doch gegen irgendwelche Menschenrechte. Ja, das ist Hashtag Phon halten. Ja. So viel rennen. Nicht so viel rennen, Carrie. Nein, du siehst. Nein, nein. Ach, du bist das. Panilla. Hallo. Nicht nett. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nichts tun. Ja, irgendwie leuchtet keiner. Ah, doch. Sie hat den Knopf gefunden. Spielverstand. Oh nein, ich bin weg. Ne, ich bin gar nicht weg. Doch, ich bin weg. Nach der Runde wird Rest dat Monster sein und zu euch in den TS3-Channel beitreten. Oh mein Gott. Hashtag Gwildhype. Hashtag Gwildhype. Bye bye. Gwilly. Gute Nacht, Gwildo. Rest kommt ins TS. Dann aber bitte höchst feminin. Ist ja immerhin ein Mädel-Stream. Das killt mich. Oh, hier ist jemand gerannt. Nein. Äh, Carrie? Wo, wo, wo? Hier? Neben Rem. Wo, 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 wo? Ach da. Neben Rem. Wo, 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 wo. Ich such das nächste Band. Was mach ich denn mit? Das war das, war das das? Ah, ja. Folge mich. Folge mich. Folge mich. Folge mich. Folge dich. Ah. Hier ist der nächste. Na, Carrie, kann ich dir ein bisschen gucken auf den intern? Carrie. Äh, Vorsicht, hier ist irgendwo was. Oh, die Wache. Ja. Carrie. Nein, nein, nein. Bleib, 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 bleib. Oh nein, nein, nein. Wieder zurück, wieder zurück. Ah. Wo ist er? Oh nein. Wo er grad Aua gerufen hat. But why? Durchziehen ist alles. Und dann erst mal um 3 Uhr früh joggen. Oh, danke. Oh nein. Nicht der. Res. Hashtag männliche Stimme. Meine war grad weg. Hier ist. Hier ist. Ja, warte, ich komm zu euch. Hier. Hashtag gefällt mir. Ja, mir auch. Hier ist ne Batterie. Und hier ist das Band. Wo ist halt hier? Iga bist doof. Hier, gucke. Rass ist doof. Lucy, wir sind schon raus. Wir haben wieder ne Verbindungstrennung. Ach so, natürlich. Klar. Verbindungstrennung. Was ist das für ein Wort? Errungenschaften. Errungenschaften. Habe ich hier. Cool. Das ist ja wunderbar. Wo sieht sie? Ah, da. Okay. Ich folge den Gaster kurz. Na ja, warte mal. Hier ist irgendwie Mauer. Aber dahinter müssen wir. Hallo. Oh mein Gott. Wie die Chrissy einfach mal weiterläuft. Oh, äh. Oh, äh. Schöne. Schöne. Tschüss Maudek. 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 Bobo. Bobo-inose? Wo ist er denn? Warte, ichwarte. Ich hab es hier schon wieder gehört. Susi. Hä? Was hast Du ge ROI раз? Wie kannst Du mich zuerst hören wenn... Okay. Okay. Was ist das? Wenn Du inberty figure bist oder was? Ja. Ohohohhoho. Ohohohohoho. Ohohoho, hallo. Oh, dass ist ein, ein, ein Weihnachtselch gewesen, glaub' ich. Ah, okay. Ein Weihnachtselch? Naja, hallo. Hat Hörner, ja, er kam vom Himmel, von so. Möchtest du das Tape nehmen? Ähm, höchigem Glocken. Es ist aber noch ein bisschen weiter weg. Okay. Oh! Leichtstil. Oh Gott, ich brauch' ne Batterie. Oh. Hier sind Leihbatterien. Sehr schön. Cool. Ach so. Ah, es geht ja doch. Oh! Jib, oh! Jib, oh! Hi! Na, hi, 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 hi. Ach, die Phantasie wieder. Hab schon lange keinen Stream mehr so lange am Stück geguckt. Respekt an die Girls, muss ich mal sagen. Oh, danke, Bruce. Das hört man doch gern, oder? Hier ist ein Medipack. Ein Applaus. Plus Männer, wow, der kennt jeder Zeit. Pssst, natürlich Razz, aber das halte ich geheim. Die Männer rocken immer den Chat. Na, ich hab gerne eine Batterie. Ach, da ist eine Batterie. Ach nee, das ist das Medipack. Soll ich das nehmen? Wie viele Damen haben wir? Hashtag, wo sind die Damen? Okay, dann würde ich das auch gleich mal anwenden. Mit Tür. Tür für Medipack. Weihnachts-Elch. Ja, warum nicht? Hier rein. Oh, ich hab den Wolf gehört. Hier ist eine Batterie. Miau. Miau. Hallo! Oh, nein, ich wollte gerade die Batterie nicht. Nein, ich wollte gerade die Batterie nicht mehr nehmen, Susi, Mensch. Vor allen Dingen, dieser Himmel steht so direkt vor mir. Hier ist eine Batterie. Hier sehen Sie den schiefen Ton von Pisa. Hier ist das weiße Haus, was eigentlich Eierschalenfarben ist. Ach, herrlich. Mein Medipack hat mal so ziemlich, äh, vollführenden allerwertesten. Oh, ich muss die andere Batterie auch noch nehmen, oder brauchst du eine? Ich hab keine. Ah, nee, es ist keine. Was, was lassst du denn so? Wo ist das Band? Ach so. Ihr müsst hier rumkommen. Das war wirklich ein Applaus. Ja, natürlich Jewels. Das war ja der Gag an der ganzen Sache. Oh, es blitzert. Es blitzert? Blitzert? Blitzert. Blizzard? Blizzard? Was ist das für ein Stam? Ach, süß, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich muss nicht hier lang. Oh, hier ist so ein Idol. Hier ist so ein, so ein was? Ja, da war die Gary alone. Du traust mich, aber weißt du, der ist die Gary alone. Ja, da laufen wir mal hier längst. Jetzt kann ich winzen einem hübschen blauen Avatar halt auf den Stern. Ach so, aber der Sachs in die Richtung. Ja, das hab ich auch gesehen. Ich wusste doch nicht, wo man eine Scheiße. Mach mal Kompass für die, für die Carry. Haben wir grad. Also hab ich grad. Ja, na wen schon richtig, ne? Wen schon, ne schon. Vielleicht hier oben? Oh. Die Glocke glockt, oh mein Gott. Ja, vor der bin ich vorhin auch erschrocken. Und ich bin die Kerold. Hier ist noch ne Batterie, wenn du eine brauchst. Der Stemm hat um 20 Uhr angefangen. Geiler, geiler Stemm. Susi voll gnadenlos, ich wusste es. Ich seh's grad nicht, siehst du das neben irgendwo? Ach ja, hier. Ein Mädel stemmen heute. Ach so, die, äh, Mädels. Die Susi kann hier, äh, Fake-Tonbänder auflegen, hab ich grad gesehen. So, und wir müssen jetzt in die nicht. Guck mal hier, ist er nicht hübsch, ist er nicht hübsch. Nee, in die, nein, in die. Oh Mist, mein Kompass hat nicht so richtig funktioniert. Warte, ich gucke. Hat nicht so funktioniert. Oh mein Gott, die müssen da lang. Ich geh schon mal vor. Ja, ihr Männer. Oh nee, das war schon am Beginn. Was wollte er denn? Oh, nein, das Spiel abgekackt. Nein. Ah, Mann. Susi hat mich gegüsst. Ich habe dich gegüsst. Ach so, das stimmt, du warst ja die Letzte. Ja. Oh, das heißt aber, wir kriegen Punkte. Wow, Wahnsinnspunkte. Halleluja. Mädels, Mädels, schucken. Wir sind ja gut. So, da hast du gerade den Chat gelesen. Ich habe gerade den Chat gelesen, ja. Nee, da hast du gerade den Chat gelesen dort gestanden. Bin aber, wenn es passt, beim nächsten Stream wieder dabei. Danke, Thomas. Ja, generell erstmal danke, dass du da warst. Sehr schön. Immer herzlich willkommen. Ich hoffe, man hört sich, sieht sich mal. Jetzt, wo wir ja quasi Kollegen sind. Kollegen. Kollegen. Tonband, hier drüben. Ey. Ist das geil. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, was drüben, ja. Oh, ich habe Kurt freigeschaltet. Oh mein Gott. Den klassischen Kurt. Kurt ohne Kurt. Oh, Mann, Kurt. Ich habe Aussehen für Ika. Oh, nee, ich will ihn gar nicht, ne? Warum? Dania, jetzt ist Dania mit bei uns. Kurt. Hallo, Dania. Sollte Rez jetzt nicht dazukommen, weil dann würde ich jetzt, ähm, wieder, äh, die gewählte Seite ist voll. Es ist schön, kein freier Platz. Oh, Dania schreibt schon, go. Bei euch ist jemand Viertes drin? Kann das sein? Was? Ja, ja, dann ja, dann ja. Äh, ja, könnt ihr die irgendwie rausschmeißen, weil ich kann sie nicht rausschmeißen. Nee. Nee. Ach nee, ich muss sie rausschmeißen. Okay, warte. Ich will rauswerfen. Äh, äh, ja. Oh, arme Dania. I'm so sorry. Rezal, bezal. Komm, sie bitte. So sorry. Ähm, wie nehmen wir denn? Wir nehmen mal Filias. Äh, Antiquitätenhändler. Äh, so eine rostige Taschennappe. Ähm. Tina, ich hab leider keine bestimmten Streamzeiten, da ich das immer schon irgendwie zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher planen muss, weil ich jede Woche anders arbeiten gehe, sowohl Samstag als auch Sonntag, sowohl früh als auch Spätschicht, also das ist, ähm, nicht so mit festen Zeiten. Ist leider nicht machbar. Hashtag Invite Rez. Achso, natürlich, ja, natürlich. Ich bin abgelenkt. So, hier, bitteschön. Ähm. Oh, yeah. Und, ähm, we want Rez. Dann waren wir wieder weg. Was ist denn jetzt passiert? Na komm doch rein, Schätzelein. Na komm, na komm. Na moin. Rez macht Killer, der klassische Code, ohne Helmut, ohne Kurz. Wie oft hören wir den Satz halt eigentlich noch? Bestimmt oft. Da möchte ich aber bitte, äh, hier, hey, jetzt kommen die Hero Turtles auch hören. Ja. Immer auf der Lauer. Du weißt, du sagst aus wie Ninja Turtle, wirklich. Team Netzminister. Team Netzminister. Vielleicht ein bisschen gealtert, nicht mehr so mucki behaftet, aber... Zu viel Pizza gegessen? Zu viel Pizza gegessen. Nee, du warst schlank, also zu wenig, weiß ich eher. Zu wenig Pizza. Ich werde definitiv einer. Guckt mich an. Susi. Ja. Ich kenne da so ein Lied und das geht dir eben auf den Nerven. Der hat das, ähm, der freut sich ja dran, wenn du dich darüber aufregst. Ja, das ist mir, äh, nee. User was moved to your channel. Oh my god. Oh my god. Ja, genau. Hallo, Ladies. Hello. Hallo. Hallo. Ich bin Rez. Hallo, was jetzt? Ja, ich bin jetzt hier bei den Mädchen. Hallo, Reza, Lina, na? Bist du ein bisschen heißer, oder? Ja, das ist mein bisschen. Ich hab mir die Beine rasiert heute und dann... Und dann hast du dich die Beine rasiert und aus Versehen in den Hals geschnitten? Was? Was? Was ist das irgendwie böseartig ist oder so? Nein. Rez liegt irgendwie ein bisschen, wenn er, wenn er weiblich spricht, klingt er ein bisschen wie Pumuckel. So ein bisschen, doch wirklich. Ja, du bist der grüne Pumuckel, genau. Ja, ich bin der grüne Pumuckel. So. Geil. Äh, ich bin heute euer Meister Eda, hab ich gehört. Wieso, wieso ist das jedes Mal so wenig? Ich weiß nicht, das muss eure Fantasie sein. Alles, was ich bin. Genau, ich bin heute euer Meister Eda. Gar nicht verstörend. Ich wusste nicht, dass das eure tiefliegenden Bedürfnisse sind, dass ich euer Meister bin. Ich denke, wir heute Nacht können wir das klar gehen lassen. Das ist wie dieser Zettel, der aus dem Glückskeks kam. Rez ist sehr leise, Süßi. Hallo, ich bin der Pumuckel und ich wurde von so einem geisteskranken Schreiner in seiner Werkstatt festgehalten. So. Mir ist auf dem Fall, dass wir ja allgemein alle feiern. Ja, ich mach ihn schon lauter. Ich mach ihn lauter. Ich mach ihn lauter. Ja. Mach dich lauter. Ich mach dich lauter. Sag einfach, wenn ich die Fresse halten soll, weil bis dahin rede ich, damit du den Ton anpassen kannst. Alles gut. Du bist schon lauter. Also auf jeden Fall. Make Rez laut again. Hashtag. Rez lauter bitte. Ja, ist schon, Leute. Gebt mal Feedback, ob er jetzt laut genug ist. Ja, das dauert immer ein paar Sekunden, bis das durchrutscht durch den Äther. Und bitte jetzt keine falschen Gedanken, wobei nicht durchrutschen gesagt wird. Ja, wir haben uns schon um die Hosen gekümmert. Alles ist geplatzt. Ja, stimmt. Um die platzenden Hosen. Einiges, was? Ich pinkele im Stehen. Und du stehst dazu. Und ich stehe im Pinkeln. Oh mein Gott. Ja, das kann ich auch noch machen. Ja, soll ich dann... Ladies, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin bereit. Ja, gut, dann legen wir los. Großartig. Ladies. Du bereit für die Beförderung? Ladies, München. Für mich kann er nicht laut genug sein. Das stimmt allerdings. Also ich glaube, Rez... Ihr wisst aber schon, dass ich keine Gnaden walten lasseite, oder? Ja, das haben wir ja vorgelegt. Ich habe weggebracht. Was war denn da los? Oh nein, es regnet. Ja. Oh, meine Haare. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Die Nacht, da ich keine saugen um eure Haare, das ist das geringste Problem, das ihr heute Nacht haben werdet. Also ihr geht das jetzt noch kriegier. Am Ende habt ihr keine Haare mehr. Weil Rez wird uns rasiert. Ich will eher sagen, das große Problem ist mit meiner Hände um eurem Hals. Moment. Da lang. Für mich wurde da lang gezeigt. Oh, Ladies. Nee, ich habe ja hier lang, äh... Oh, das hat geblitzt. Das ist sehr verwirrend. Äh, wo ist Carrie? Ich, ich, ich schnapp' mir da hin. Da kommt sie ja. Angenaufen. Oh, ihr seht sehr gut aus. Na komm, sonst gehen wir mal hier rein. Ganz vorsichtig. Mondslaut und Todesängst und so. Nein, 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 nein. Mondslaut und Todesängst und so. Oh nein, es regnet. Das ist das Schlimm. Hier geht's eh nicht. Doch, hier geht's weiter. Doch, das ist creepy. Ich will ein... Nein, Rez. Hab, hab... Hier ist ein Medipack. Medipack, Medipack, Medipack. Oh, lass das. Ich mach mal hier. Ich mach mal den hier. So, sogar Wurf. Zwischen die Fässer. Guck. Da. Ja, ist noch ein Medipack. Nimm das mal. Nimm das mal. Wer nimm's denn jetzt? Äh, Jules, das hört jetzt vielleicht... Hört sich jetzt auch irgendwie ein bisschen falsch an, dein letzter... Was ist das? Das ist eine Statue, das tut seine, äh, Wahrnehmung behindern. Ich nehm das Ding jetzt mal hier. Nimm das jetzt mal bitte. Ja, macht jemand Kompass nochmal? Bitte? Wenn ich Kompass machen, hab ich Punkt. Hast du Punkt? Dann sind wir hier richtig. Aber wir hören's ja auch irgendwo, oder? Ich hör nur reden. Hier geht's näher. Ah! Äh, was? Oh, wie? Nein, oh Gott. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Er ist resistent, er ist resistent, er ist resistent. Hinter dir. Ach nee, hinter, hinter Carrie. Oh. Wie du bei mir stehst. Hast du nur, hast du nen Drubel oder so? Blink dir nur ein bisschen mal mit eurer Leuchte. Ich glaub, du hast nen Bug. Ich hab voll den Bug, weil hier bei mir steht er hier. Chrissy, nicht so weit, nicht so weit. Chrissy! Ohne Mist, hast du einen Zwilling? Ja, klar, hier. Oh nein. Oh nein, da hinten, hinter den Fässern, hinter den Fässern. Oh mein Gott. Welches Level bist du denn? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich bin viele. Level höher als ihr. Jetzt noch ein Medica? Wenn Tau ist nochmal schöner als ihr. Dann nehm ich das nochmal. Dann hab ich jetzt auch schön. Das nehm ich so. Dann nehm ich mal das. Ich bin halt bei Spanisch. So. So, haben wir alles? Ja. Ich hab so viel. Nein, 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 nein. Ich mach jetzt mal schnell den Kompass, Kompass. Wir müssen da lang. Da ist ne Wand, da ist ne Wand. Leute, wir müssen hier lang, wir müssen hier lang. Da ist ne Tür zu. Wir müssen wieder raus, wir müssen wieder raus. Wir müssen raus. Der durch, der durch. Oh, ist heute gut. Da geht's nicht durch. Gott, ist das ein Chaos. So creepy. Ich hab doch gesagt, wenn die Stimme dann so zu rumpf, wird wahrscheinlich schlau. Bestimmt hier vorne irgendwo. Hallo, Almo. Der Almo ist da. Ich kann grad nicht lesen. Ich hab Almo geschützt. Ich bin hinter uns. Nein, bist du nicht. Wie du dich alle panisch umgängst. Nein, 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 nein. Willkommen in der Mädchenrunde und Res. Ja, genau. Nein, Res kann ja auch ganz Mädchen sein. Ich weiß auch nicht. Lauf einfach zu mir. Ich zeig dir, wo der Weg lang ist. Ja, warum musst du das? Hier ist die Hecke. Ich bin direkt hinter dir. Hinter wem? Hinter was? Hinter wie? Wo seid ihr? Oh. Oh Gott. Haben wir die anderen verloren? Ja, hier, warte mal. Hier, Chrissy und Carrie. Hier. Ihr müsst um die Hecke rumlaufen. Ja, aber hier hinten in der Hecke war es so schön. In der Hecke war es so schön. Hallo. Hallo. Oh Gott, ich hab dich gar nicht gesehen. Oh Gott, ich hab dich gar nicht gesehen. Jetzt tut mir leid. Oh, ich hab nur kurz... Komm, ich hab mir gleich ins Höchst hier rein. Oh, Renzel hat das Tome-Mic gefunden. Yes, ich bräuchte mal eine Barry. Ich auch. Ich hab Herzschlag. Er ist bestimmt Michael Myers. Ja, der schleicht sich an ohne das... Oh nein, oh nein, oh nein. Er hat wieder weggerannt. Ressi, wir haben ihn schon gesehen. Oh, hier, da ist wieder dein Zwilling gewesen, ne? Macht jemand Kompass irgendwie, oder...? Oh, da ist er. Geradeaus. Wir müssen dann da lang, wo er hergekommen ist. Oh, scheiße. Brass tritt voll durch. Wir müssen da lang, wo er hergekommen ist. Glaubt nicht, dass ihr mir ins Kommen ist. Da ist eine Batterie, Leute. Hier draußen ist eine Batterie, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja, hier. Wer braucht denn... Soll ich? Darf ich? Ja, mach du. Müssen wir die wieder raus? Ich geh mir die hier holen. Ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Jetzt, ich bin sofort wieder bei euch. Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wartet auf mich! Wo seid ihr? Mädels! Wir sind hier. Ach, okay, okay, okay. Müssen wir hier durch? Äh, warte, ich hab keinen Kompass. Hat jemand einen Kompass? Kompass? Hallo? Wer macht Kompass jetzt? Ihr geradeaus. Okay. Komm zu mir. Oh, man lasst da aus. Wie so ein Piepen auf dem Ohr. Ja, ich auch. Me too. Der Red ist zu laut, so wie? Oh Gott! Oh mein Gott! Scheiße, ey! Äh, wartet mal kurz, was? Red ist zu laut? Nee, das war... Ach so. Ja, wir waren beide so, so. Es ist Racer-T. Oh mein Gott! Hi, Almo, nochmal von meiner Seite. Sorry, ich komm gar nicht so richtig dazu, den Chat zu lesen, weil ich hier den Anschluss nicht verpassen darf. Grüß dich. Hashtag hinter der Hecke. Mit dem Bonus-Track hinter euch stehe ich und dazu stehe ich. Die Leichtbünchen schenkt nach. Kauft euch nun die Super-Hit-Single hinter der Hecke von Hashtag Vollmerats. Oh, der macht mich gerne mit seinem Gesinge. Ich glaube, ich kann die nächsten drei Nächte nicht schlafen. Aber da hinten, da ist auch noch eine Batterie. Oh, dann auch noch diese Glocken. Gut, nee, gar nicht. Das sind Schmerzmittel. Braucht jemand Schmerzmittel? Nee, ich hab welches. Ich brauch eine Batterie. Möchte jemand, die Schmerzmittel ist? Äh, wo sind denn die anderen eigentlich? Ach hier. Ich mach mal... Hat jemand Kompass gemacht schon? Nee. Mach ich mal? Hinter die Mauer. Ja. Äh, wir müssen hier wieder raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Warte mal, ich mach mal hier, den hier. Super. Mann, was hab ich denn heut mit dem Werfen? Hier ist so eine Lampe. Hier, ja, ja. Seid ihr da, 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 seid ihr da? Ja, komm mit, wir hier. Ja, wir sind alle da. Nein, du bist nicht da. Nein, du bist nicht da. Nein, ich höre ihn. Ja, ich bin da. Wo gehst du denn hin? Er ist geblendet von unserer Schönheit. Ja. Der Wolf. Der Wolf. Der Wolf. Er ist von der Stimme gut, aber die ist halt auch dominant, oh ja. Oh Gott, ich mach ein bisschen abstentieren. So ist Ress einfach dominierend dominant. Das wolltet ihr doch, oder? Äh, ja, du, äh, nehm uns nicht in Schutz. Auch nicht. Ach ja. Ihr wolltet nicht als Drominer, oder? Als Drominer? Nein, du bist doch unser Meister Eder. Ach so, ne, ich bin der Kumukul, oder? Ja. Ich weiß nicht, wer du bist. Immer so ein Knackkumpelchen hinter mir. Oh mein Gott. Wo denn? Oh, wir dürfen ihn nicht so anstarren. Das ist echt egal. Seid ihr sicher, dass ich das bin? Nein, das ist, äh, er bewegt sich nicht. Das ist der Zwilling. Da muss der andere woanders sein. Zwilling ist der. Der war aber doch in der Nähe, und ich glaube, den hat er gerade angestellt. Wer weiß, wo ich bin. Mein Kompass geht noch nicht. Kurt, dreht durch. Ja. Kurt! Was ist los? Das ist Snickers. Komm Kurt, ich helfe. Kurt. Nein. Ja. Hinter uns. Nein. Komm Kurt. Lass ihn los, lass ihn los. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hab die ganze Zeit gebetet, dass ich sterbe. Wir müssen in der Nähe. Oh mein Gott. Guck mal, da steht schon wieder sein. Oh mein Gott. Ich brauche eine Batterie, ich brauche trainend eine Batterie. Ich auch, ich auch. Okay, man kann entweder nur Verbandskasten oder nur Schmerzmittel. Wo seid ihr? Oh Gott. Wo seid ihr? Hi. Ich bin bei Carrie. Chrissy. Chrissy, wo bist du? Ach, da hinten. Oh Gott. Wo seid ihr denn? Wir kommen zu dir. Chrissy, nicht so weit weglaufen. Hallo. Ja, mach das mal bitte kaputt. Ich bin dabei. Ich sehe euch. Oh, ich sehe euch. Oh, da ist er, da ist er. Da, 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 da. Oh nee, 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 nee. Oh, kann nicht helfen? Geh mal durch. Wir beide so nah. Kann ich in meinem Hörspiel dem Psychopathen spielen sprechen, äh Flying Shadow, du darfst alles sprechen, was du möchtest. Achso, kann in meinem. Achso. Ja, ich habe mich verlesen. Habe ich mich vermessen. Hast du dich verlesen? Wurde ich jetzt verschluckt? Ähm, nein. Du bist noch da. Ich brauche eine Batterie. Was seid ihr denn? Wir sind nicht da. Wir hatten schon wieder diesen Bug, dass wir rausgeflogen sind. Oh nein. Nein, nein, nein. Doppelgänger, 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 Doppelgänger. Hier ist die Batterie. Was ist denn die Susi eigentlich? Ich bin hier. Äh, vier. Hallo, hier. Und wohl. Hier ist noch eine Batterie. Hier ist noch eine Batterie. Ähm, hier ist noch eine Batterie und da ist noch eine. Ihr seid noch Mädels? Wir sind zu dritt. Hä? Achso, ich habe einen Backe. Ich sehe dich nie, Loh. Ich sehe auch deinen Namen. Sehe ich auch. Da hinten ist noch eine... Warum geht meine Batterie so schnell runter? Ja, um zu mir. Das witzige ist, ich habe Brass seine Stimme schon total ausgeblendet. Ich glaube nicht. Ich habe mich auch ausgeblendet, muss ich ehrlich gestellt werden. Ähm, warte mal. Ähm, wo ist mir das nächste Band? Da ist ein Zaun. Werft eure Leuchtstäbe. Pikachu, ich will dich. Äh... Oh Gott. Pokémon. Äh, da war... Was? Wo? Wie? Ah, nein! Carrie, ihn auf, zurück! Zurück! Nein! Aua, Aua, Rez! Nein! Nein! Die Pandas! Lass ihn in Ruhe! Ich frage euch! Wo ist Carrie? Ach, da! Hier! Hier neben mir! Hinter mir! Äh, wo? Äh, hallo? Ach, hi! Gott, bist... Gott, du siehst so schlimm aus. Du siehst dich sieht man doch eigentlich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was... Du hast wahrscheinlich nur weiß auch... Ich habe nur weiß auch... Ich habe nur weiß auch... Ähm, Kompass? Mach ich. Okay. Weißt du, was das heißt, wenn der Mörder leise wird? Er hackt etwas aus hinter der Hecke. Ach, Gott. Vielleicht ist er auch einfach nur... Oh, nein! Oh, Gott! Alter! Aua, aua, Rez! Nein! Klingt irgendwie nach... Ja, Rez! Bitte verschling mich! Oh, ja! Das höre ich auch durchgehend raus. Das kann ich nicht. Diese Chrissy. Ja, echt mal. Diese Chrissy. Wir müssen hier lang, Mädels. Hier, irgendwo. Ich brauche eine Batterie. Immer demjenigen hinterher, den man nicht sieht. Ja, hier ist... Meine Batterie ist alle und alles. Ja. Deswegen müssen wir, glaube ich, hier rein. Na, komm, dann probieren wir es mal. Wo reiht ihr denn? Noch vier, Leute. Noch vier. Vier Tapes, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist irgendwo so ein Idol oder sowas. Ja, da steht der Doppelgänger. Oh, Gott! Was? Alter! Zusi ist gerade vom Stuhl geflogen. Hab's gesehen. Ja, also fast. Du hattest Glück. Zwei Sekunden später und ich hätte das Wasser auf meinen Monitor gesprenkelt. Ist da eine Batterie? Nein, das ist kein... Wo? Wo ist denn? Da, da steht er. Nein, das ist... Nein! Aber da war er gerade auch mit High. Ich kann nichts tun. Ich kann rein gar nichts. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Ich, ähm... Oh, da, da, da. Hallo, Gamer-Beimchen. Nein! Crazy! Crazy! Ich wollte auch nochmal schreien. Äh, guck, hier ist ein... Hier ist ein Chappell. Da hinten steht immer noch das... Äh, ich will weg da. Oh mein Gott. Ja, dann lass uns, komm, komm. Warte, ich verarzte mich erstmal. Lass mich mal hier in meiner dunklen Ecke stehen. Ja, warte, ich leuchte dich nicht an, dann sieht er nicht mehr. Ja, geht in die dunkle Ecke. Ich brauche eine Batterie... Wo müssen wir lang? Hier. Da, immer der Semmel nach. Ich mach erstmal das Ding kaputt, bleib mal ein Stück zurück. Okay. Chrissy? Chrissy? Ja! Oh Gott! Ich dreh mich um, such Chrissy und, äh, steht er rum. So wie Susi gerade klingt, macht sie es nicht mehr lange. Ja, ich glaube wir können. Ich hoffe, du hast ein Foto gemacht davon. Lauft einfach in diese Richtung weiter. Ähm, wo? Da. Ja, lauft weiter. Nein! Ich bin mir sicher, wir werden uns bald sehen. Oh, das ist schön, dann kann man knuddeln. Nein. Nein. Jetzt müsstet ihr meinen Kompass anmachen. Ähm, Chrissy! Oh, da steht er schon da dran. Ja. Oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt. Von wo? Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Nein, 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 nein! Geh weg! Oh Gott! Geh zui! Oho, das Ding so schlecht. Also eigentlich fehlt hier die Facecam der Susi. Das Gesicht beim Erschrecken würde ich zu gern, dass du es so nicht sehen. Dem pflichte ich bei, das wäre delikat. Leute, 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 meine Damen und Herren. Das nächste Mal, hä? Irgendwo hier, ja. Das nächste Mal. Ähm, Stream 2019, Hashtag Facecam. Wo seid ihr Mädchen? Ähm, ja, da müssen wir, das ist richtig. Ich habe etwas für euch. Chrissy, du hast die größere Wummel, warte auf mich. Ich habe keine Batterie mehr. Oh, ich auch nicht. Und schon. Sammle Batterien. Oh Gott, ich habe Batterien. Mädels, Geister, Geister, die wir riefen, sucht uns Batterien, bitte. Ja, die Geister sehe ich. Nein, das ist nicht gut. Da ist eine Lichtquelle, Chrissy. Ah. Das best bin ich. Und der Wolf ist immer noch da. Äh, hier sind keine Batterien drin. Oh, das heißt wohl, dass ich in der Nähe bin. Mist, es ist gleich stockdunkel. Ja, ich höre diese blöde Glocke. Ress, hör auf zu Glocken. Da wird er gleich wieder normal, so was? Ja, ne? Hat jemand was gegen meine Glocke? Oh Gott, ich brauche eine Batterie. Ich auch. Ich habe eine Batterie für euch. Wollt ihr eine haben? Nein, nicht von dir. Die sind bestimmt abgelaufen. Wo sind unsere Geister? Wo sind denn unsere Geister? Ich bin hier vorne. Ja, wo ist die Geister? Oh Gott, die Hecke. Oh Gott, hinter der Hecke. Ja, wisst ihr, dass es auch hinter der Hecke ist? Nein, nicht du. Der Schrecken vom Neckar. Äh, der Schrecker vom Neckar. Was? Der Schrecker vom Neckar. Der Rächer mit dem Becher. Ja. Hörte diese Glocke? Nein, da ist so ein... Hinter uns, Chrissy! Oh nein, Chrissy, ob ich ihn noch betreiben kann. Nein, er ist ja auch lichtresistent. Oh nein, hat der geklappt? Mega cool. Ja, ich habe es gerade probiert, aber irgendwie klappt es nicht. Ich mache erst mal das Ding da weg. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube, da, wo die Geister... Nein, wir müssen hier lang, wo du lang gehst. Wo führen uns die Geister denn hin? Ja, hier. Ich meine, du, ich habe gerade das Ding kaputt gemacht. Hier hin. Hier hin. Achso, ne. Hier rum, Chrissy, bist du da? Ja. Ja, ich sehe sie direkt hinter dir. Nein. Doch, sie sind auch direkt hinter dir. Kannst du Kompass machen? Kann jemand von euch nochmal? Ich bin hier, ihr braucht den Kompass. Okay. Wo seid ihr? Wir sehen euch. Wir sind zurückgeblieben. Chrissy? Äh, Chrissy? Da hinten ist er, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Hinter uns. Hinter der Hecke. Bist du sicher? Ja, ich habe dich da lang schleichen gesehen. Nicht auf der anderen Seite. Nein, weil ich habe rotes Schlieren. Ich brauche echt eine Batterie. Ich auch. Ja, ähm. Hier ist eine Batterie. Gänse, dann machst du Kompass. So gut, Chrissy. Schnick, schnack, schnuck. Ich nehme die hier. Gibt es zwei? Ja, hier ist auch eine. Welche nimmst du? Ach, okay, dann gehe ich hier. Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, hier. Oh Gott. Oh Gott, sagt sie. Oh my God. So, guck mal, hier. Bam. Stopp. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Res hat Akkus. Das heißt so, ne? Oder? Das heißt so. Ich bin geduldig, ich habe Zeit. Hashtag looking forward to stream to 2019. Oh Gott, wo, 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 wo? Ich komme um den Baum und erleuchte dich quasi. Mag das, wenn du mir näher kommst. Aber kannst du das vielleicht ein bisschen gefühlvoller machen? Nichts gegen seine Glocken. Hashtag resistant. Hashtag let me take a selfie. Chrissy, das Ei hast du dir aber selbst gelegt. Ja, verdammt. Nein, wo sind die Geister? Nein, da steht er da. Das ist sein Idol. Nein, 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 nein. Wo bist du denn? Ich guck ihn an. Ich guck ihn genau an. Warum guckst du denn noch an? Weil ich mich, ich weiß nicht. Nein. Ist der Anblick so schlimm für euch? Ja, so schlimm. Wo sind unsere Geister? Carrie, Semmel, wo seid ihr? Wir drehen ein paar Runden um den Stein. Wir müssen in dir Richtung zu. Ja, ich komme zu euch. Ich drehe mich auch ein wenig in den Stein. Nein, da steht er wieder. Nein, ich will den nicht angucken. Oh yeah. Chrissy geht einfach todesmutig nach vorne. Er bleibt. Nein, ich... Hört ihr das? Hört ihr das? Ich höre es. Ich bin... Es sind eure letzten Sekunden, die uns ertippen. Ja, ich kann mich... Da, 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 da. Hinterm Baum. Ja, ich habe ihn... Oh Gott. Jetzt kann ich sagen. Nein, das ist wieder... Da, 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 da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Oh mein Gott. Oh mein... Nein. Oh mein Gott. Oh mein nein. Oh Gott. Was ist denn hier mit diesen Doppelgängern? Ich laufe einfach nur... Hallo. Nein. 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 Es ist so... Ich kann nichts tun. Nein, ich kann nichts tun. Oh nein, ich bin die Letzte. Ich bin das Letzte. Phantasie-Beste. Ähm, ja. Nein, Res. Nein. Nein, Res. Nicht schon wieder. Hallo, Rami. Hallo. Oh, sind hier Batterien? Wo sind Batterien? Ja, ich komme ja mit. Aber laufe nicht so schnell. Sieh das Feuer. Hier ist eine Hecke. Ja, ich bin da. Wo? Sieh das Feuer. Du siehst einfach das Letzte. Äh, das Letzte. Ja, hier, das ist gut. Ich brauche auch mehrere. Ich komme da nicht. Ja. Perfekt. Wo willst du hin? Res, lass Leck you mal Selfie. Was? Lass du? Leck mir dein Selfie. Okay. Leck dein, was? So, jetzt kann ich dich nämlich hier ausfindig machen. Ja, ich gehe die gleich holen. Warte, ich muss erst mal weihrauchen und Gold und Myrrhe und so. Wo ist ich hier? Genau, damit du das durchhältst. Ja. Nein, ich höre ihn. Wo ist er? Nein. Ja. Ruhig atmen, Susi. Ruhig atmen. Nein. Hat jemand eine Tüte? Ich stehe vor dir, aber das sieht er nicht. Das ist okay, er ist weit genug weg. Er ist weg. Ich sehe ihn durch den Weihrauch. Ich sehe ihn. Komm nach, komm nach, komm nach, komm nach. Okay, gerne. Nein. Oh, da ist er doch. Oh, ich habe ihn. Wer sind sie und was mache ich hier? Ich höre dich bis hier in Schuhe. Susi, du bist voll durch die ganze Zeit. Hoshi 78, hi. Willkommen erst mal. Mein Gott, ich bin voll durch den Wind. Ich habe Geschenk für dich hier hingestellt, wenn du alleine bist. Ja, ich kann mich gerade noch nicht artikulieren. Danke. So, ja, ich sehe auch. Nein. Wo muss ich hin? Ich will meinen Kompass. Komm, ich bleib bei dir, Susi. Ich muss sogar da hin. Nein, ich muss da lang. Nein, Res. Ich gucke nach Ben lang und ich kann da, die sieht mich auch. Nein, nein, Res, alles ist okay. Ja, ich sehe ihn immer noch nie. Alles ist okay, Res. Dir wird geholfen werden. Ja, geht's an. Oh, jetzt wieder ein Leuchtstart. HALLE! Oh Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Das war's! Yes! Oh, ja, der war mit, der wurde verschlummelt. Oh mein Gott! Wenn du sie kippen würdest, dann stimmt entspannter. Das war's... Oh Gott, das war wieder so, ich verschluck meine Zunge im Moment. Oh, Wahnsinn! Res, das ist so böse, ey. Darauf lass mich echt nicht wein. Das ist so übel mit dir. Oh Gott. Es tut mir leid. Das höre ich zwar öfter, aber normalerweise. Leute, eigentlich bin ich die Entspanntheit in Person, ne? Aber bei sowas... Oh, Messie. Res hat mal wieder so richtig rasiert. Seit wann kifft Susi? Ja, danke Frank. Laut dir stecken ja alle unter einer Tüte. Ich finde das so herrlich, wie Susi da einfach im Kreis rennt. Ja, ich konnte, ich habe nichts mehr gesehen. Es waren alle weg. Das ist das bunteste Brett, was ich jemals gesehen habe. Wirklich? Hey, aber bis zu zwei Bänder, ne? Das ist wirklich schlecht. Vor allem, du hast dich auch ständig teleportiert, ne? Ja, stimmt. Das sieht man. Krass. Da unten steht die Zeit. 21 Minuten. Und 13 Sekunden, ja. Ach du Scheiße. Ladies, ich verlasse euch immer wieder. Es war mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Hat uns auch ganz viel Spaß gemacht. Viel Spaß. Dieser, dieser ehrliche Ton in die Stimme. Schönen Abend, euch. Danke, Res. Bis später. Oh my God. Das war echt creepy. Susi ist so. Was? Leise lesen. Achso, sorry. Achso, alles klar. Gut, in Ordnung. Danke, Bamster. Das sollte vielleicht vor meinem Namen stehen. Okay. Ah, so. Okay. Dann. Dann, wie, wie, wie machen wir das jetzt? Kurzes Päuschen? Kurzes Päuschen? Ja, so. Ja, dann haut rein. Frauenprobleme, die ich bewältigen muss. Müde, Pippi, kalt. Aber der Hunger ist weg, scheinbar. Nein, Döner. Achso, Döner. Ich esse schon extra Ricola-Bonbons mit der Schütekraft. Gegen den Hunger. Gegen den Hunger. Gegen den kleinen Hunger. Wer hat's erfunden? Ich. Der Angelo. Der Angelo. Und wer genau? Der Angelo. Oh my God. Cap's Test. Bis gleich. Bis gleich. Ho, ho, ho. Lü, 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 lü. Oh my God. Aber schön, dass ihr alle noch da seid. Dabei seid. Mein Mods geht's gut. Im Chat geht's gut. Das ist schön. Dies freut mich. Oh Gott. Ich muss erstmal runterkommen wieder. Ja, von dem. Das macht einen fertig, wenn dieses Vieh auf einmal hinter einem steht. Bei Dead by Daylight kannst du ja, hast du wenigstens noch Herzschlag. Ui, das ging aber flott. Ich bin so gut. Du bist so gut. Du bist so gut. Mon Cherie. Schirr. Der Rest ist wieder weg, damit wir wieder atmen können. Ja. Oh mein Gott. Rest ist von dannen. Oh, guck mal, wir haben sogar einen Random Killer. Ja, dann müssen wir jetzt mal kurz hier... Das ist natürlich super, wenn das funktioniert. Oh, ich hoffe, die Pandasi beeilt sich. Und die Semmel ist, glaube ich, auch kurz abwesend. Das ist aber gut. Ich habe gerade nebenbei was. Mike und ich sind erkältet. Naja, leicht erkältet. Also, aber sonst alles okay bei mir. Ja, ihr könnt ja, wer mehr erkältet ist, Battle machen. Habt ihr wieder geknutscht, Babs? Ja, war auch sehr fesselnd hier. Das stimmt. Oh nein, die schwere Männergrippe. Ich wollte... Ich habe gelesen, die Schweinemännergrippe. Oh, nehmt es mir nicht übel, Jungs. Das muss man mal nicht. Die schwere. Nur die schwere. Nur die schwere. Oder die schwere Schweinegrippe. Keine Ahnung. Bibu, unser neuer Gegner. Bibu. Der kommt bestimmt auch aus Frankreich. Ist aber erst Level 6. Wer hat denn hier das größte Level? Louis Rensamel und ich. Level 8. Wunderschön. Macht ihr das Spiel Spaß? Was? Carrie? Hallo? Carrie? Carrie? Ja, die sind gerade alle abwesend. Ich kann da noch nichts dafür, wenn Bibu schreibt. Go! Ja, wir würden. Wenn die Mädels da wären. Hashtag Schweinemännergrippe. What? Moin. Smoke, hallo. Wollte einfach mal reinschauen und hallo sagen. Ja, hallo, Smoke. Schön, dass du hallo gesagt hast. Schönen Abend noch. Carrie gone. Ich weiß nicht, was mit Carrie... Hat sie gesagt, dass sie kurz weg ist? Geht? Ich hab's nicht mitgekriegt. Oder sie hat wieder Sekunde gesagt, ohne dass ich's gehört hab. Pandasi hat sich gemutet. Da weiß ich ja, was sie tut. Und müde Pippi kalt, ne? Ihr wisst Bescheid. Hashtag müde Pippi kalt. Und Rensamel ist wahrscheinlich wieder gucken, wie das Wetter ist. Ob's langsam hell wird draußen. Carrie, come back. Carrie, come back. Carrie, come back. Ich wollte gar nicht reinkommen und hallo sagen musste, aber... Du musstest? Wieso? Hat dich jemand gezwungen, Hoshi? Also, fühl dich nicht gezwungen, irgendjemand mir... Ja, ich fühl mich so benutzt. Hoshi, können wir dir irgendwie helfen? Sollen wir etwas für dich tun? Och, manchmal ist benutzt werden ganz schön. Tschüss. Ja, ich... Der Frank findet's auch lustig. Ich sag euch jetzt nicht, was die Sim mit mir geschrieben hat. Ich werd immer genötigt, ja. Ach, Quatsch. Ein freier Mensch. Warte, ich zeig dir das. Warte, warte, warte. Wehe, du machst jetzt deinen Mund auf. So. Okay. Halt die Klappe. Mir kann geholfen werden. Ja, ich suche Steuerklasse 3. Ist denn Weibsvolk anwesend? Ist es eine Menge Weibsvolk anwesend, Hoshi? Ähm, ich wüsste jetzt nur nicht, wer so... Also wer so... Wer jetzt quasi so... Ähm, noch jemanden gebrauchen könnte mit Steuerklasse 3. Oder der Steuerklasse 3 hat. Also, ähm... Da müsstest du mal, ähm... Da müssten wir mal eine Umfrage starten. Alle mal vorstellen der Reihe nach. Wow. Aber Ansprüche hast du nicht, ne? Also, ich bin raus aus der ganzen Geschichte. Bämster, du machst Notizen. Genau, Bämster. Mach mal einen Katalog. Pro und Contra. Achte zu sehr auf ihr Aussehen. Ist viel zu zickig. Hat klobige Knöchel. Hat einen zu großen Kopf. Und so weiter und so fort. Ah. Ja, ähm... Ich kann gar nicht... Lol, Weibsvolk. Wer hat denn den ersten Stein geworfen? Bämster ist ready. Wie? Wie Bämster ist ready. Für was? Bämster? Bämster? Hallo? Bämster? Oh, unser, ähm... Unser, hier... Killer hat die Sitzung verlassen. Tja, schade. Geduld ist deine Tugend. Bibo. Bibo? Bobo? Bibi? Bibo? Ich weiß nicht. Sie war's. Sie war's. Was? Was war ich? Sie hat. Sie hat. Sie hat. Er hat. Er hat. Er hat. Er war's. Er war's. Was denn? Mit Notizen. Ach so. Er ist ready. Quasi Modo halt. Oh mein Gott. Diese Wortspiele heute. Ich werde ja wahnsinnig. But first let me take a selfie. Sagen wir Bobo. Klingt schön doof und ungeduldig. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist das nicht schlimm, ne? Da hast du schon mal einen random Gegner. Zumal hier ja wirklich nicht so viele Killer sind. Oder so viele Kreaturen auftauchen. Random wie bei, ähm, DBD. Da hast du ja wirklich eigentlich immer einen Killer. Je nach Server. Aber das ist ja eher nur wenn nicht so einfach. Die Carry hat leider Dead by Daylight nicht. Sonst hätte ich, ähm, gesagt... Sorry. Wir... Wieder gedacht, dass sie es wunderschönen. Alles okay bei euch? Alles, äh, okay. Die Semmel kommt auch grad wieder. Ja? Wir waren zusammen auf Duelette. Ed Susi, das Leben des Brian. Was? Das Leben des Brian? Das Leben des Brian? Das Leben des Brian? Wie, wieso jetzt das, äh, das Leben des Brian? Klemm ich auf, Frank? Ihr seid alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Tut mir leid, es hat etwas gedauert. Ich muss euch noch etwas über mich erzählen. Oh oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich bin kaffeesüchtig. Zuerst war es nun der leichte Stoff. Latte Macchiato hier, ein Cappuccino da, aber jetzt ist es der Filterkaffee. Oh mein Gott. Das klingt wie eine Werbung. Jetzt ist es der Filterkaffee. Ähm, ja, Hoshi sucht weibliche Unterstützung. Also Steuerklasse 3 hat er gemeint. Was, das klingt weiblich. Das erst, die erste Mal vorstellen bitte. Susi ist so. Ja, so mein Name ist Susi. Hashtag ist so. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus dem schönen Osten. Ich liebe Spaziergänge und Hörspiele. Ähm, und bin seit fast sieben Jahren vergeben, Hoshi. Also ich glaube, du musst in der Liste weitermachen. Es tut mir leid. Äh, und ich weiß glaube ich auch gerade gar nicht, welche Steuerklasse ich habe. Ich habe mal ganz davon abgesehen. Okay, die kennt das Leben des Brian. Das ist ein Pluspunkt. Notieren Sie, Bamster. Oh mein Gott. Susi, wer hat den Stein geworfen? Ist denn... Ach so, schaltet es jetzt. Ach so, ja klar, okay. Natürlich. Er war es, er war es. Genau, richtig. Er war es, er war es. Auf den Boden mit dem bösen Puben. Vergeben. Ich bin raus. Leute. Oh, Tina ist auch wieder da. Ja, ihr könnt ja gerne... Rennsemmel wäre noch... Also Rennsemmel ist... Soweit ich weiß. Einmal vorstellen bitte. Bitte einmal vorstellen für die Kratei. Bin ich Jemel. Bin ich Simel. Du sollst lediglich die Vorstellung von den anderen weiblichen Stimmen machen und nicht dich selbst vorstellen. Du bist raus. Ja, sorry Horschi. Entschuldige bitte, dass ich mich angesprochen gefühlt habe, dass irgendjemand was über mich wissen macht. Oh mein Gott. Ich sehe hier Goldmann. Das ist so traurig. In Continentia. Ähm, äh, äh, Maxus Longus. Genau. Sehr gut. Susi ist vergeben, ich bin auch... Ja, Frank, dann geh doch. Einmammen mit Profis. Ja, Horschi, das denke ich mir auch gerade. Einmammen mit Profis. Er hat sich verbessert. Rennsemmel ist sehr sympathisch, kommt aus meiner Nähe, hat Faustic hinter den Öhrchen. Was? Ich bin nicht so nett. Neck. Ist total nett, wie du gerade hörst. Hätte gern Pandi oder Carrie. Äh, ja, das müsst ihr unter euch ausmachen. Also ich vermittle da... Also Bamster muss vermitteln. Ich bin Steuerklasse egal. Hallo, Herakles. Hi, Herakles. Oh mein Gott, so ist du auch eine Frau. Wir sind gerade dabei. Wir können ja das nächste Mal einen Herzblatt-Stream machen. Ja. Die Frau, äh, die Frau bei den früheren Herzblatt-Folgen, die immer gesagt hat, so, lieber, jetzt musst du dich entscheiden. Die hieß nämlich auch Susi. Deswegen, also, da ich ja raus bin, kann ich gerne, also, ich spiele gerne Amor, so ist nicht, ne? So, Leute, wir brauchen einen Killer, weil der Killer, der vorhin da war, der Bobo... Susi, du bist zu verwirrt für Hoshi. Ich bin zu verwirrt? Susi ist mir zu verwirrt. Bitte? Entschuldigung? Die Susi hat viele Fehler, aber verwirrt ist ja nie. Danke, Semmel, vielen Dank. Du, ihr macht mir immer mehr, äh, Freude, gerade hier, so, von wegen, ich bin verwirrt, ich hab viele Fehler, ich soll nicht mich vorstellen. Also, wenn du so mal bitte, Zuschauer, Mike ist auch noch Single. Ja, tatsächlich, ich bin auch noch zu vergeben. Hoshi, Mike, wie wär's? Entschuldigung. Klar, was ist im Angebot, äh, ich, ich halt mich jetzt da raus. Guck mal, wir haben, wir haben hier, wir haben, wir haben Nurgle-Soul, hier, Spiel starten, Chaka, fertig. Nein, es spielt nicht genügend Spieler, sind noch nicht bereit, irgendjemand ist noch nicht bereit, der Killer ist es wahrscheinlich. Komm ich verwirrt drüber? Steuerklasse, ja, Steuerklasse 3 muss drin sein. Hey, Mike, wann wollen wir uns treffen? Frank, halt dich zurück. Eine Abmahnung für Frank, bitte. Ist der jetzt, ja? Ist der jetzt mal bereit hier, oder wie? Der Erste schreibt, go! Und verlässt die Sitzung und der Zweite, der... Nurgle-Soul, heißt das? Nurgle-Seele, übersetzt? Ich, oh, jetzt... Der wisst wahrscheinlich nicht, wie's geht. Doch, jetzt, 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 es geht los. Ja, das ist ja gut, das klingt nur, das ist gut für uns, dann wissen wir... Oh mein, das ist grad echt zu hart. Ich bin nebenberuflicher Stream-Stress-Test, da musst du durch, Susi... Oh mein Gott. Wir haben ein Match, Frank und Mike. Äh, nein, Frank doch nicht, Frank ist raus. Ähm, so, Leute. So. Ähm, Kompass, anyone? Ich hab... Oh, hier kann. This way. Okay. Ich mach meine Taschenlampe aus, es spart Batterien. Hier lang, hier lang, ich meine... Hier lang, hier lang. Hier lang, hier lang. Hirnstand. Da oben ist, ähm... Ja, ich weiß auch. Hey, schön, dass du da bist. Setzt dich und nimm dir einen Keks, du Arsch. Also Bämster hat mich schon nach Fußmassage gefragt. Ja, warte mal. Oh, hier ist wieder... Ja, hier ist es richtig. Ähm, Mädels, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück. Hier, ich esse noch mal eine Kleinigkeit. Das Weihnachtstier, hör auf damit. Irgendwo... Ist doch eh schon gut. Äh, hier dahinter, irgendwo. Das Gute ist, wenn wir in Bewegung bleiben, dann findet uns dieses... Jetzt fiel ich nicht so schnell. Seid ihr da? Ne, ihr seid nicht da. Äh, doch, ihr seid da. Da hat's schon ordentlich geknistert. Hoshi78, ich wusste, es kommt von dir. Also, wie das Leben des Brian Tante im Stream hat einen Pluspunkt. Ist notiert, ja? Hubs. Mit einem Hubs. Mit einem Hubs ist es im Mund. Ihr seid nicht angekürzt. Wenn seid ihr da, seid ihr wieder weg. Entschuldigung. Hier, ich kann noch keinen Kompass machen. Wolling Susi? Ja. Koko Krossi. Hahahaha. Hältst du, du weißt nicht. Ey, was? Wie geil ist das denn bitte? Ja, warte. Da lag. Gerade aus. Immer der... Oh, der Nase nach. Ha! Ja, ich hör schon. Ich hör's auch, aber... Ich glaube, das ist eh noch oft gestelltes, oder? Das kam noch jetzt erst. Ich sehe, glaube ich, eine Batterie. Brauche ich jemanden, eine Batterie? Nö. Ich bin noch drei Flüge voll. Negativ. Negativ. Raum ist gesichert. Wo seid ihr, Mädels? Ich seh nur die Pant... Ach, hier. Aber dann hol ich mir die Batterie. Ja, mach das. Go for the battery. Carrie, könntest du mal Kompass machen, kurz? Ja, na klar. Äh, Vorsicht. Wo? Ah, hinter mir. Hallöchen, nögelnde Seele. Das sah gerade aus, als würde er winken. Ich bin wieder weg. So, ich glaube, wir... Okay, es reicht. Äh, so, Carrie, hast du dir die Richtung gemerkt? Ja, wir haben hier die Richtung gebraucht. Leider, ja, genau, dahin. Dahin? Wieder zurück? Aber ich glaube, der hat hier in so ein Fake-Ding hingestellt. Wie Fake-Ding? Ähm, der kann auch ein Fake-Tonband aufstellen, was uns dann auch angezeigt wird. Als wir schon vorbei waren, ne? Nein! Hilfe! Wo seid ihr? Ich finde euch nicht so gut. Wir sind hier alle. Hier, äh, grünes Licht. Ihr seid weg. Doch, ich hör's doch. Grünes Licht? Ja, aber ich glaube, das ist so ein Fake-Ding. Wir können ja mal hier gehen. Ach da, ich seh was. Hallo. Ich komme. Äh, wo seid ihr denn? Pantasi, Pantasi. Hallo, hier rein. Guten Tag. Yay. Du hast ja Angst, dass du wieder auf meiner Seite bist, aber... Dein schielender Psychoblick ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ja, hier steht so ein Fake-Ding. Ja, können wir das nicht kaputt machen? Äh, ja. Okay, super. Ich möchte wieder Anna sein. Ist doof sonst. Ich mach nochmal Kompass. Wir müssen hier lang. Der Blumenhemd-Typ sein. Wir müssen hier hinter die Hecke. Ja, ich glaub schon, oder? Äh, eins, zwei. Einer fehlt. Ne, wo ist ein... Wo ist ein Semmel? Ich bin ein A. Von hinten wie von vorne. Achso. Ah. Hier, hier lang. Oh Gott. Immer danach, danach so weit kann man leider nicht laufen. Bitte was? Hier lang, hier geht doch. Hier sind, äh, hier gehen die hier? Hier? Was war das für eine Grammatik? Hier dann? Also hier? Ich wollte nur, dass ich um die Hecke laufen bin. Und hier ist auch viel besser. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ich lache ihn weg. Irgendwie rennt er auch direkt gleich wieder weg, ne? Dass der auch weiterlaufen kann. Wenn da angeleuchtet wird, hat ihm noch keiner gesagt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Pssst. Vielleicht guckt der ja am Stream zu. Und warum geht ihr so dicht an dieses Ding ran? Steuer, klasse Schein. Steuer vor allem. Steuer. Klasse Schein A38. Ja, auf jeden Fall wünsche ich auch viel Spaß auf meinem Kanal, wo ja gerade die Dings so, äh, durch die Gegend geflogen sind. Ja, wo? Hade, hinter mir! Oh Gott. Ich komme, Susi, zwar im Schleckentempo, aber er läuft schon wieder weg. Ich brauche langsam meine Batterie. Wieso? Ja, genau. Guckt euch mal. Obwohl das nie doof macht, weil er wollte ein Selfie mit dir. Teleportiert. Na doch, wird er wohl. Oh Gott, dieses Sehen, das macht mich gerade wahnsinnig. Wir müssen da lang. Wo ist denn die Semmel? Da. Ja. Immer dem Kurt hinterher. I need some battery. I need some Kurt. Guck mal, das war doch mal ein guter Wurf hier. Ich höre es. Ich weiß noch nicht wo. Ich klicke in dieser Runde so ziemlich gar nichts auf die Reihe irgendwie. Gibt es hier nicht irgendwo mal eine Batterie? Das ist schön, Franky. Ja, aber ich sehe es nie. Was ist schön, Franky? Dass sie den Spaß haben. Ja, alles klar. Alles klar, Wemster. Ich hatte die Taschenlampe angemacht. Es ist bei mir, es ist bei mir, es ist bei mir, es ist bei mir, es ist bei mir wieder weg. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Es ist aber irgendwie ein teiges Monster, ne? Ja, echt schlimmer als Grün. Aber ich finde, äh, das geht wie auch hier. Ja, jetzt ist er weg. Ähm, hast du's? Oh, hast du auch eine Batterie? Ich sehe doch eine Batterie, oder? Ich habe leider keine Batterie und ich bin viertelvoll. Doch hier drin, hier, hier, hier. Du bist viertel, ja, ich auch. Guck dir, Diebchen? Dann mache ich mal aus. Wo seid ihr denn? Äh, wo, ach ja. Wir müssen jählen. Oh, hier ist eine Wand. Ich muss mal kurz einen Chat lesen, Leute. Mit einem Hubs ist es so bunten. Susi 2017, den merke ich mir, es notiert. Oh mein Gott, ich bin gespannt auf das Sprüchebuch. Ahoi, liebe Leute, Zeit für ein wenig Werbung. Ja genau, unterhaltet euch auf meinem YouTube-Kanal, auf Mike's YouTube-Kanal, auf Pantasis YouTube-Kanal und, 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 und. Und natürlich auch bei Carrie. So soll es sein. Immer dem Crot hinterher werden, das gesagt. Immer dem Crot? Semmel ist viertelvoll, die braucht noch einen Glühwein. Ach, Crot, ja genau. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier lang, glaube ich, ne? Warte mal, ich gehe mal raus und mache nochmal Kompass. Machst du Kompass? Ja, hier, hier, dahinter irgendwie. Ja, wir kommen näher, hier lang. Hier so. Wo? Da, hinter uns. Komm, du hast doch vielleicht eh wieder ab. Also, Pantasis, ein bisschen mehr Furcht, ja, wäre ja wohl mal nicht angebracht, doch. Da, da ist er, Vorsicht, der ist noch da, er ist noch da. Oh, jetzt haben wir ihn aber ganz schön, er ist gefallen. Oh mein Gott, er ist weg, er ist weg. Tut uns ja schon fast ein bisschen leid, ne? Hier ist ein Medipack. Die Info muss daraus, Susi, ich muss ja die zwei Weibchen auf Steuerklasse 3 Tauglichkeit prüfen. Ach so, alles klar. Oh, da, 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 wo? Let's get for take. Los, Kurt. Kurt, da ist noch eine Batterie. Los, Kurt. Semmel, du brauchtest doch eine Batterie, oder? Ja, ich gebe mir die, wollen ja. Geh mal. Und wir müssen dann da lang. Nein, da lang. Nein, äh, hüt? Wo seid ihr? Ich bin hier. Wo lang? Hier, da, so lang. Ich kann ja auch mal, äh, okay. Aber nicht gegen den Baum laufen. Wenn da... Ey, so, Jules, ist das immerhin so gesteuert? Ja, Carrie, mach mal bitte kurz. Hier lang. Der Kompass sagt hier lang. Oh Mann. Puh, puh. Oh, ich, oh, das ist wieder meine Errungenschaft. Ich hoffe, dass diese Leuchtstäbe biologisch abbaubar sind. Da kommt wieder der Christian, ja. Da kommt wieder der Christian, so. Der Bruder von der Chrissy. Hier ist noch eine Batterie, Leute. Ja, ich, nee, ich brauche gar keine. Ich bin dreiviertel voll. Hier sind sogar zwei Batterien. Oh, ich hol mir das Tab. Carrie, wie sieht's bei dir aus? Carrie? Äh, ja, habe ich gerade aufgesammelt. Also, ich bin jetzt voll... Okay. Tschüss. Ach ja. Harry, ich weiß ja nicht, ob du den Spruch schon öfter gehört hast, aber... Ja. ...wenn wir dich jetzt mobben würden, drehst du dann voll durch und so und schüttest alle? Dann werde ich am Ende das Monster rum. Okay, das würde ich wissen. Da oben ist Weihrauch! Mach nochmal, Harry. Dann holst du dir, Susi. Und wir müssen in die Richtung. Na, da unten ist er. Okay, ähm, das Tab ist schon weg. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Oh, ich sehe ihn aber nicht. Ich auch gerade nicht. Ähm, irgendwo hier dahinter. Das ist aber nicht klug. Leute, wir müssen auf jeden Fall da lang. Ich hole mir erst mal den Weihrauch. Dann sehe ich ihn nämlich. So. So, Batterien, Batterien. Ja, wir haben alle Mitleid mit dem Monster, weil das Monster scheint voll... Da, er ist da. Er ist da. Außen an der... Da, wo... Also, er steht da. Da, in Richtung Rennsemmel. Pass auf, er kommt jetzt hoch. Semmel, komm mal zu mir. Dann bin ich wieder weg, ich gehe mal auf ihn zu. Oh nein, das war ein Fehler. Diesmal kommt der Nea. Oh nein. Oh nein, Chrissy. Wir können dann ahnen, dass du da unten bist. Chrissy. Oh Gott. Oh, der hat mich angelächelt. Also, ich glaube, ich bin auch nicht mehr für die Partner böse, weil ich habe meinen Traummann gerade gefunden. Da, wo er so... Da, wo so außen, da, wo so... Die Rennsemmel ist einfach ansteckend. I'm so sorry. Hat jemand gekommen, passt? Ja, äh... Da, Laren? Kompost? Oh Gott, dieser Kompost, da wird mich, der hat da so gezeigt. Du bist ansteckend. Oh, da ist er. Ich höre hier was. Ja. Hau ab. Hau ab, du Säcke. Oh, 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 er hat mich gleich wieder zu wissen. Nein, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht, bist du nicht. I'm crazy right now. Doch, bin ich echt. Na, okay, das war knapp, das war echt knapp. Ach, meine Funzel ist leer. Sag mir das doch mal jemand. Deine Funzel ist leer. Meine Funzel ist leer. Hat Mademoiselle Rennsemmel eigentlich keinen Kanal auf Twitch oder YouTube? Mal so eine ganz langweilig, seriöse Frage zwischendurch stellen. Hat sie tatsächlich nicht... Oh, so muss sie jetzt langweilig und seriös werden. Hat sie tatsächlich nicht. Sie ist meistens entweder... Ich bin immer nur einig. Leute, sie ist entweder hier bei mir im Stream mit dabei oder in einigen Let's Plays, entweder auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem Kanal Let's Play for Charity, für den der Frank, die Rennsemmel und ich ein paar Videos sponsoren. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen und etwas Gutes für die Menschheit tun. Let's Play for Charity auf YouTube. Nur zum Fehlen. Das ist unter anderem der liebe Rez auch vertreten. Ja. Leute, da, ich sehe ihn. Nicht weiter laufen. Halt, stopp. Halt, stopp. Nein, da, unten. Da, 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 da. Nein. Noch da. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein, tu, ich's Batterie brauchen. Tu, ich... Ist er... Ist er weg? Geh weg. Nein, der ist er noch da. Visa, wie? Jetzt ist er weg. Ich brauche auch gleich Batterie. Oh, komm, das ist für eklig. Ich bin noch halbvoll. Nein, hat sie leider nicht. Das betrügt mich jetzt schon. Wäre ansonsten mit dir in der Werbung. Oh, oh, Batterie, Batterie, Batterie. Hier ist eine Batterie. Hier sind mehrere Batterien. Ja, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Wo, 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 wo. Zack, die Bohne. Da habe ich eine. Zack, die Bohne. Wow, wow, wow. So. Ich höre doch das Tape hier unten links. Jo, es ist unten irgendwo draußen. Unten draußen. Unten draußen. Hier ist ein Medipack. Braucht jemand? Lass das vielleicht mal der Chrissy. Wo ist das denn? Hier lang, Mädels. Ich bleib mal hier stehen kurz. Und so. Da würde ich mal direkt das Medi-Kitty nehmen. Nee, wir müssen nach da, sagt der Kompass. Hier lang. Ja, dann sagt er aber wieder andersrum. Ich hab ihn ja unten gerade angemacht. Warte, seid ihr da? Ich bin hier, ja. Chrissy ist da und Carrie? Oh Gott! Stimmt! Stimmt direkt vor mir! Oh Gott! No, hier! Jetzt komm doch mich mal angreifen, du blöder Victor! Wer macht das denn schon? Naja, weil mich hat er noch nicht angegriffen. Das müssen wir ein bisschen aufteilen. Raz ist vertreten? Ja, also dann sehe ich mir das selbstverständlich an. Ja, also Raz ist nicht zusammen in dem Video mit der Semmel, nur um das aufzuklären. Ja, komm, was ist denn jetzt in die Richtung? Wo? Wo bist du? Da? Hä? Ich bin verwirrt. Ich fühlst dich auch. Sollen wir vielleicht mal unseren Ohren trauen und einfach mal hören, wo es sein könnte? Okay. Das war doch hier irgendwo. Als wir hier oben waren, war es links runter. Ja, Carrie kann echt furchterregend sein. Da vorne kribbelt irgendwas. Der hat schon wieder so ein Fick-Ding hingestellt. Oh, ich höre mal. Das ist ein Fick-Teil. Wo seid ihr? Aber dann müssen wir was kaputt machen. Ich hol mir mal die Batterie. Mädels, ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Wo seid ihr? Mädels. Hallo. Hallo? Ich kann nicht... Oh, 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 oh. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich seh... Wir seh'n dich nicht. Ich seh' euch auch nicht. Wo bist du? Ich bin hier bei diesem Mauer-Ding immer noch. Bei der Bastei. Wir sind doch bei der Bastei. Wollt ihr mich holen? Ich werfe mal einen grünen Leuchtstab. Höh! Er ist hinter mir! Wir sind da, wir sind da. Bitte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Aber nicht, ab nicht. Nein! Nimm deine Flossen weg. Das ist unglaublich. Ich bräuchte gleich noch mal eine Batterie. Ich bräuchte ja auch noch mal eine Batterie. Ich bin viertelvoll. Kann mir mal wer sagen, wer die Schnatter-Schnute ist? Also die, die neben Susi am meisten klappert? Äh, äh, äh. Entweder... Ich würde sagen ja meinen Pandasi. Das könnte auch die Semmel sein. Nee. Oder die Carrie. Das könnten wir alle sein. Hier, hier schon wieder. Oder um der Mauer. Um der Mauer? Hier an der Mauer. Ja, hier. Also unser Deutsch ist ja echt beeindruckend. Ja, ey, das geht halt nun mal nicht. Gleichzeitig eine passende Grammatik zustande bringen und dann noch... Nein. Gegen den Level-1-Killer müssen wir das doch schaffen, Leute, ey. Darauf trinke ich einen Schluck. Hallo, T-Werk. Hey, hey. Nee, Twerk-TV-Original, oder? Nein. Nein, T-Werk. T-Werk? Aber Twerk-TV wäre mir lieber. Ja, genau. Twerk. Twerk. Twerk-TV, schau zu grüß mal. Bitte. Danke schön. Twerk? Ach so. Sorry für das Twerk. Aber ist ein Kompliment. Ganz nette Jungen. Äh. Zerschlabbe aus. An, aus, an, aus, an, aus. Kann mir jemand helfen? Hallo? Hallo? Hallo, Turbo-Torty. Turbo-Torty? Ei. Aber jetzt brauche ich den Wesen mit Batterie. Ich bin leer. Ich habe halt auch Twerk gedacht. What? Ja, sorry, Jules. Ich habe, ich, ich denke halt an twerken, ne? Ist halt cool, ne? Twerk, 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 twerk. Oh, das sind die beiden. Schilly. Oh. Aber schön, dass ihr da seid. Können meine Komponenten nicht benutzen, sonst würde ich mal vorrennen. Die unterscheiden sich dennoch super, Franky. Wenn auch nur Defizite, die Details erkennbar sind. TS-Qualität ist Jules. Ich höre schon wieder, es ist auch dort irgendwo. Ich habe keine Batterie mehr. Ist draußen? Da unten, da unten, da unten. Oh, das ist nie, nein, nein, nein. Wer ist da unten? Carrie? Nein, hier oben, neben dir. Okay. Hört der Taschen, Taschenschlampe an. War, musst du schmunzeln. Lü, lü, lü. Das ist schon. Ah. Getwerkt wird nur auf Wunsch. Ah, okay, alles klar. Da wäre ich doch gerne mal Moischen, ne? Ich habe keine Batterie mehr. Ich auch nicht. Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal. Also hier, ähm, ach ihr seid noch nicht. Oh, da ist er, da unten, da unten, da unten, da unten. Da, da ist er. Da, wo mein Leuchtstück gerade hingeflogen ist. Hinter mir, ich komme da nicht hin. Oh nein, ich bin so rum, oh nein. Wo denn? Ach, da unten. Hi. Ich höre es, ich höre es hier hinten irgendwo. Wir kämpfen gerade. Hilfe. Hashtag ist so. Oh, ich gehe mit meinem Gesicht im Dreck jetzt gleich. Das ist aber auch nicht nett. Komm mal hinter mir her. Also ich höre es hier irgendwo. Ach, wo bist du denn? Ach, da. Hier. Oh Gott, ich bin so am Ende. Also hier noch, da habe ich es gehört, glaube ich. Oh Mann. Ich höre es auch die ganze Zeit. Was sagt denn der Kompass? Der Kompass sagt in die Richtung, wo Chrissy hinläuft. Hier hinter uns, glaube ich. Hier, hier habe ich einen Punkt. Das ist das Fake-Teil, oder? Ist das nicht ein Fake-Teil? Ja, das ist ein Fake-Teil. Komm, ich mache es mal kaputt. Hier. Du siehst es wahrscheinlich nicht. Nee, ich mache es kaputt. Ich habe es zerlegt. Ah, nee, das konnte ich nicht sehen. So, dann müsste jetzt einer mal Kompass... Oh, seid ihr. Ach, hier. Da lang. Ich brauche eine Batterie. Hier ist er. Da ist er. Mach mal dieses Ding kaputt. Und da ist es auch irgendwo. Das gibt es doch nicht. Oh, das ist schon wieder so ein Ding. Ja, ich sehe es. Kannst du das auch? Nee, Chrissy. Ach, Chrissy hat es gemacht. Okay. Chrissy hat es gemacht. Ich kann jetzt nochmal Kompass. Chrissy hat es gemacht. Ich auch gerade nicht. Carrie? Ja, aber... Kannst du mir irgendwie eine Batterie bekommen? Hä? Ah, da ist er, hinter uns. Ich mache erst mal das Idol. Den kaputt, ja? Ja, okay. Wow! Ich habe ihn... Nein, doch nicht. Schade. Ich habe gedacht, ich... Nein, ich bin weg. Ich bin weg. Habe ich einen Wunsch bei? Weißt du Bescheid, was ich mir wünsche? Ich habe keine Batterien mehr. Lässt mich aber auch ein bisschen zu viel Sand schmutzeln. Ich habe auch nur noch ein kleines... Ah, hier, alles klar. Du bist tot. Du müsstest leise sein. Was? Hier ist leider gar nichts. Sonst hätte ich euch da schon engst Bescheid gesagt. Wir sind doch hier nicht bei TTT, Babster. Also, meins zeigt in die Richtung hier, aber ich gucke erst mal. Ja, geh mal suchen und hol uns dann. Ich brauche eine scheiß Batterie. Ja, ich auch. Hier liegt jemand. Das bin ich. Ah, Chrissy. Bist du noch bei mir, Cary? Äh, ist ja hier bei mir! Ey, wie? Ey, du bist im Front. Oh mein Gott. Ich bin tot. Nein, oh mein Gott. Wo ist denn dieses blöde Ding? Wir haben das letzte Mal hier auch so ewig lang gesucht und da war es in irgend so einer Kiste. Mach nochmal so ein Anlässe-Dullding kaputt. Ähm, wer ist denn da so weit hin? Achso. Alter, du bist da so ein kleiner Punkt. Ein kleiner rosa Punkt. Wo ist Cary? Da ist Cary. Cary, rette uns. Räche uns. Mit dem Rächeln. Ich habe noch etwas Batterie. Hier rechts lang. Moment, ich bin jetzt gerade hier. Ich glaube, es ist wieder ein Fegteil. Ganz dein Moment. Okay. Ah, okay. Cary, bleib bei dir. Soll ich dir ein bisschen Feuer machen? Bitteschön. Ein bisschen, oh. Also hier ist eine Batterie, wenn ich hin bin, wo ich bin. Weil hier hinten ist, glaube ich, irgendwo was? Hier bin ich. Ich sehe euch beide, aber ich glaube, die... Ja, ich bewege mich nach rechts. Cary, komm mal mit. Cary, komm mal mit. Danke, Ella. Guck mal, ob ich hier... Ich habe hier einen Tape. Oh, da müssen wir zu Chrissy. Ist bei dir auch eins, Sämmechen? Sämmechen, siehst du, wo ich bin? Äh, ja, da ganz hinten, der kleine Punkt. So, Cary ist sofort da. Hier. Äh, die müssen sich aber hochgeist. Ich schreck sie dich aus, ne? Hier, 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 irgendwo, hier. Ah, hier. Läuft. So. So, ich mache jetzt hier das Ding kaputt. Die Pantasi ist Kilometer weit entfernt. Ja, aber es ist das nächste Teil. Du läufst, du läufst richtig, du läufst richtig, Cary. Äh, hier lang, hier lang? Obwohl hier ist, warte, ich mache das Ding hier mal. Oh, ist ja schon. Okay. Das mache ich gerade. Ach so, ich habe dich gar nicht gesehen. So. Äh, da ist die Pantasi. Okay. Ja. Sag mal, wenn ich dir zu schnell laufe. Oh Gott. Stimmt, Susi, du bist ja tot, und ich Sämmechen. Tut mir leid, ich bin noch. Doch, Sämme ist auch tot. Nur die Cary ist noch übrig. Ach, dann bist du. Ach, hi. Hi, cool. Hey. Oh, ich bin jetzt mal alleine. Oh, Mädels. Kontenanz. Entschuldigung, die können mal sehen, was sie nicht sehen wollen. Richtig. Ich muss erst mal hier das Labyrinth zu euch finden. Was muss ich denn, die das nicht zu beinnehmen? Die Cary hat genauso diesen Anfall, den du immer hast. Guck mal, hier ist noch eine Batterie. Hier geht aber außen rum, ihr müsst rein. Ich hätte dir andere Batterie auch zeigen können. Batterie, Batterie. Hier hinten ist noch eine. Hier. So, was sagt denn kleiner rosa Punkt Cary? Really? Ich habe ein Auge auf das kleine rosa Punkt. Soll ich dich retten? Komm, ich habe Ersatzeinsatzerfahrung. Ersatzerfahrung? Wieder da einfach stehen. Harry, komm her, komm her. Achso. Was denn, wie denn? Na komm, wir gehen jetzt hier lang. Ne, Quatsch, wir müssen hier rein. Na deswegen. Hier bin ich. Komm, wir ja hinterher. Wir wollen gerade aufs Monster zu. Monster, 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 Monster. Na dann, äh. Oh nein, 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 nein. Oh nein, jetzt hat's dich. Ich seh's ja selbst nicht. Oh, Schade, was fust du an einem Tape? Ich hab's noch um die Ecke gesehen. Batteries. Oh man, das ist echt Esel. Schade, du hättest mich gerne retten können, aber ich bin ja, ich hab ja schon versagt. Ich bin ja schon gestorben. Sie ist ja schon gestorben. Ja. Wo war der Wüste? Ich, ich befriedige meine Sucht und tue mir noch einen Kaffee. Ich befriedige meine Sucht und gehe in die sanitären Anlagen. Ich hab ganze Tafeln voll Schokolade, also ich, ich bin immer befriedigt. The M. The M. Carrie. Bis gleich. Das ist echt gemein, er ist auch um die Ecke und dann, oh. Schokolade übrigens wiegt sehr gut. Ich glaube, das würde es wahrscheinlich gar nicht aushalten. Oh mein Gott. Guck mal, wie wir da unten gelaufen sind. Guck mal, wie eine Basale gelaufen ist. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, Susi. Die machen gerade beide Pause, oder? Oh, weil ich wollte eigentlich nicht mich verabschieden in der Runde. Es ist auch so schön mit dem Kuchen. Ja, dann musst du aber jetzt noch warten, bis die zwei Weibsten zurückfragen. Auf jeden Fall. So lange hat es noch. Ich habe die Schokolade, die lässt mich geduldig sein. Wisst ihr, welche Schokolade sehr lecker ist? Das ist diese Schokolade mit den Tuckkeksen drauf. Oh ja. Schokolade ist generell nicht lecker. Was? Naja, ich, also, ja, Chips sind auch gut. Und Döner vor allen Dingen. Ich bin dann mehr so der Pizza-Typ. Oh. Ich brauche etwas Süßes, sonst raste ich aus. Dann nehmen wir doch Pizza Hawaii. Hashi, der alte Grillhunter. Nasi, was denn? Ich muss eigentlich gleich gehen. Was? Mhm. Gary, verlass uns nicht. Komm zurück. Ich kann mich so schlecht von euch trennen. Das geht nicht. Oh mein Gott. Es ist gut, dass du das nicht kannst. Dann bleib doch einfach. Ich habe meine Pflicht zu erfüllen. Mein Gott, es ist mir so schwer. Musst du den Ring in die Feuer Mordos werfen? Ja. Oh Gott. Vor allem so ganz lange ruhig. Ja. Was habe ich verpasst? Carrie muss bald gehen. Sie muss den Ring vernichten. Ja. Oh, was? Ja, ja, ja. Wichtige Missionen, wichtige Missionen. Damit es euch geht. Damit bitte was? Du warst gerade abgehackt. Ja. Ach, scheiße. Das tue ich nur für euch. Damit ich den Ring vernichten. Ich muss das mal besser machen. Oh mein Gott. Ihr sollt das haben, was ich nie hatte. Wer ist denn jetzt hier neu dazugekommen? Fruchti, Chris. Hallöchen, mein Lieber. Oh, wie ist der Chris? Oh, wie ist der Chris? Fernkampf Hamster. Ach, die cremigen, eine cremigen Grills da im Stream? Wieso Grills? Du meinst wahrscheinlich Girls? Halli, hallo. Ein Ring, sieh zu knechten. Fruchti. Oh nein, ein Fernkampf Hamster. Hoshi, der alte Grillhunter. Beer Grills? Leute, es gibt nichts besseres als weiße Schokolade. Nichts gar nichts. Äh, Tina, das könnte vielleicht an deinem Internet liegen, wenn der Stream nicht hinterherkommt, dass sich das immer aktualisiert und dann die Werbung kommt. Das habe ich auch immer, wenn ich Streams gucke, weil ich eine ganz schlechte Internetleitung habe. Das ist so böse. So böse. Oh Gott, Carrie, bist du da dein Hobbit? Mit Haaren an den Füßen? Ähm, ja, 1,54 Meter. Also, ja, falle ich leider rein. Okay, ja gut, aber die Füße rasierst du dir öfter mal, oder? Ja, so ab und zu. Glaube ohne Haare, aber definitiv mit Füßen. Ja, meinst du dann komplett easygoing oder kommst du dann nochmal wieder, liebe Carrie? Liebste Carrie? Oder wie, oder was? Ja, so easygoing mit, ähm, Option auf, ähm, Wiedernahme und so. Okay. Wie lange machst du? Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde, ich würde sagen, also bis Null auf jeden Fall. Oder, Pantasi, Rennse, oder, oder? Das hört sich so gut an, auch. Ich denk schon. Ne? Jetzt krieg mal... Äh, ich, ich glaube, K41SOR, wartet. Ja, ich glaube auch, ich hab's gerade gesehen. Ähm, K41SOR? Musst du jetzt direkt los, Carrie, oder kannst du noch eine Runde? Carrie? Hm, warte. Problem, das waren bestimmt Schmerzen, oder? Hm, das live im Stream? Eww. Na gut, okay, wenn Toni sich schminkt, kannst du, ja... Ja, Rorsi, das stimmt. Eine Runde hab ich jetzt gebaut, der noch für euch. Eine Runde ganz schön. Oh, sehr schön. Dann würde ich sagen, Spielspartin, Spartin wird das Spiel, aber ich suche noch Standbe. Aber ich will Anna. N-A-A. Dann Such-A. Genau so, hinten, vorn. Ja, Moment, dann nehme ich, äh... Oh, Rinko ist frei? Dann nehme ich doch Rinko mit den Hotpants. Dann nehme ich Iger, den hässlichen... rostige ich nehme die rostige taschenlampe ich nehme die professionelle so das klang so überraschend ich bin ein fan von großen worten ich glaube ich bin das 9 oder 8 oder so ich dachte ich weiß nicht der kill her habe ich jetzt nicht drauf geachtet hat er bestimmt 20 oder 30 oder so ich weiß es nicht ich habe hier mal eine pandanien die geht zur c richtung wohin wo hier die kreppe hoch telefonen nach meiner hau ja ja wir sind da einer an die kärle abwesend das ging wirklich schnell warum ist es hier heller und bestimmt unser stream meinst du weil bergab ist schneller als zu fuß wir werden das kind schon über den berg schmeißen ich höre ihn doch ich höre ihn hinter uns nein doch nicht ums eck und das war da ist er rechts dann müssen wir noch lang ja 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 hat er dich ja tatsächlich steht auch vor mir wir müssen weiter laufen nicht sagen komm mit jerry kommit bandwürmer hoschi ist following dankeschön für den follow aber irgendwie sag mal habe ich turbo tortis im follow alert verpasst dankeschön turbo torti für den follow ich habe es nicht gehört das hat in die richtung gezeigt in die bist du denn hier ach ja es ist zeigte in die richtung also schätze ich mal hoschi 78 rennet pandasi wenn es steuert klasse 3 gibt beim star kannst du mir mal sagen ob ein follow alert kam oder mike bei turbo torti oder ich habe es nicht mitgekriegt dann war es vielleicht als ich gerade eben auf tour war dann einem so sorry ich weiß gar nicht wo ihr seid kommt was an wo seid ihr da zeigt es hin wo ist denn susi ich weiß nicht wo ihr seid ich bin ich bin bei den bandwürmern ich bin da ich bin da ich glaube hinter mir ja aber ich dich nicht mit schnell 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 ist wirklich brüste siehst du sage ich doch mit der fliege ich mir jetzt viel lang klar aus hier ja 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 hallo ok also der ist glaube ich ein bisschen fixer als das level 1 gerade hat jemand kompass gemacht ja ich bin ja auch damit überhaupt noch aber ich habe hier punkt Ich bin hier, braucht er nie. Habt ihr noch? Also seid ihr noch da. Nein, ein kalter Schlafbär. Ah, hinter mir, oh Gott. Böse Monster, nein, nein, nein. Sorry für den Jumpscare, meine Lieben. Kein Stress, werde öfter ignoriert. Bin Kummer gewohnt. Turbotorti, es tut mir so leid. Aber ich weiß nicht, ob der Follower-Alert kam. Ja, gab es. Dann war ich gerade nicht da. I'm so sorry. Warte. Rennsemmel, du hast das Turbot gefunden. Rennsemmel, renn. Auf, kleine Semmel, lauf. Danke für den Follow, Turbotorti. Vielen Dank, voll dieb von dir. Danke, danke, danke. Voll unerwartet. Nein, 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 nein. Ich verlachlässige meine Girls. Ja, du hast mich sterben lassen. Oh, Rundegor. Stell sie lauter ein und etwas länger. Ja, wenn ich nicht am Platz bin, Bämster, dann kann ich es doch nicht wegkriegen. Oh nein, Fantasie mit deiner Hütchen. Du liegst hier auf. Wo denn? Ich mach mal den, ja, weißt schon. Ich mach mal den, ja, weißt schon. Hier, da lang. Äh, äh, äh. Ich mach mal so ein Ding kaputt hier. Mal wieder. Herakles, danke schön für den Follow. Ihr seid so cool. Rüste of Doom. Ich bin, ich bin weder Mike noch Herr Bämster. Jedoch, es gab einen. Sorry. Oh, hi. Du guckst mich hier einfach an und ich... Gott. Wie lang? Wo sind denn? Wo lang? Da lang. Äh, vor sich jetzt wieder irgendwas... Da kommt was gehört. Irgendwas, was. Mann, hör doch damit. Äh, das ist die Carrie, die hat auch... Die ist... Das ist die Pandasi-Krankheit. Äh. Äh, jetzt... Jetzt bräuchte ich meine Hilfe. Ich weiß noch mal, wo lang. Warte. Wir müssen hier... Hier, wir müssen hier rein. Hier, rein. I don't wanna die anymore. Genau. Bin ja schon tot, also. Was das ja? Gott. Ich weiß gar nicht, wo man hier... Ich brauch Schmerzmittel oder sowas. Wo, wo? Wir sind nur zu dritt. Warte. Warte. Wo ist die... Wo ist die Pandasi? Bin doch tot. Ach so. Das hab ich gleich mitgekriegt. Aber habt ihr eine Sekunde? Eine einzige Sekunde? Eine Sekunde? Ja, bitte. Warte. Wo... Warum? Ah, Sherry, für dich haben wir auch Minuten. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Kurt und, äh... Wie Anna. Oh, okay. Während im Hintergrund die Sonne aufgeht. Ja, das Mäuse ist aber ziemlich hässlich. Sorry. Ich möchte... Ich möchte auch... Oh Gott, ich... Das bin ich grad vor Chrissy erschrocken. Das war an sich. Ich bin hier... Aha. Aber ich hab keinen Kompass, das heißt, ich kann euch nicht helfen. Ich mach Kompass. Wir sind hier richtig. Ich hab... Oh Gott. Ich hab einen Punkt. Nöööööööööööööööööööööööööööööööö Ich muss doch beschlungen. Du warst nur gerade beschäftigt. Wollen wir zwei pelo soley euch mal constru? Oh, nur noch ihr all inputs. Double Follow! Ja, natürlich. Aber wenn ich es nicht mitkriege, dann... Wie die... Wir müssen in die andere Richtung, Susi. Hier? 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 Hier so? Warte, ich mach mal hier den hier. Was machen wir jetzt? Errungenschaft. Ich hoffe, dass sie biologisch abbaubar sind. Nee, da vorn. Oh, hier ist ne Batterie. Ähm... Phantasie, du bist... Phantasie, du bist weit weg, glaub ich. Nee, hier ist es. Ich bin bei Betengeistern. Ach so. Hier ist ne Batterie. Ich hab eine. Ich brauch eine. Na dann. Jaaaa... Hast du schon... Habt ihr was gehört? Ich hab auch was gehört. Hallo Angelo, willkommen zurück! Welcome, 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 welcome back! Willkommen, willkommen, willkommen! Willkommen, willkommen, willkommen! Das ist so ein komisches Krisselding. Weißt du, die Rennsemmel, die sich sonst immer 3 Meter hohen Turm in die Box kackt, weißt du? Das ist so so ein Krisselding. Hä, was jetzt? Aber irgendwie finde ich hier überhaupt nichts. Die Dämmeln haben nie Angst. Ich mach jetzt... Also hier ist es doch irgendwo. Ich hör's auch. Aber hier ist es doch irgendwo. Tonband, hier ist es doch. Ich hab's. Perfekt. Hab das nicht mehr gehört. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur aufgenommen. So. Kann jemand Kompass machen? Ich mach. Leider nicht. Da lang. Hier? Ja. Oder wo? Hier? Wir gehen mal hier so rein. Ich bräuchte ein Schmerzmittel oder sowas. Wir haben mal die Batterie hier. Äh, da hinten? Uh, hi. Da ist noch ne Batterie, brauchst du, Susi? Ne, ich bin mehr als dreiviertel voll. Okay. Ich bräuchte mal ein Schmerzmittel oder sowas. Ah! Iiiiiii. Grisselding. Oh, Carrie. Jetzt bist du aber ganz schön... Was denn? Etwas übersteuert? Oder hör nur ich das? Ne, ich hör das auch so. Ne, ich hör das auch so. Was? 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 Ich wäre verrückt. Ich glaub jetzt ist es besser... Äh, Carrie, sag... Sag nochmal was. Sorry. Lass mich mal vor. Mich hat doch noch nie einen gehabt. Oh, und ich hatte mal, dass es nie eine Hand gab. Aber es wäre schön mit den Taschenmammel da draufhalten. Ja mach ich doch! Oh Gott, ich glaub es wird sehr witzig, wenn wir hinterher meine Strecke sehen, die ich gelaufen bin. Ich glaub ja. Äh, warte ich mach... Aber ich hör es doch, warte. Irgendwo. Ich hab hier einen Punkt. Ja, ich hör nichts. Du hast einen Punkt? Ich auch. Ja, aber nichts. Doch, ich hör was hier irgendwo rechts... Bist du da? Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich mach mal hier ein Ding jetzt bei uns. Sehr gut. Ich bahne grad unten. Hinter dem Sofa. Sehr gut. Äh... Äh, ich bin im Kreis gelaufen. Hier ist Weihrauch, hier ist Weihrauch. Ne, doch nicht. Doch, hier ist Weihrauch. Hier läuft aber auch irgendwie im Kreis, ne? Ich hab's. Du hast es? Ja. Ja. Wo bist du? Hä? Hä? Da ist er. Äh, ich versteh das nicht. Wieso hör ich denn die Tonbänder nicht? Oh, eklig, wie das pausiert. Unglaublich. Wo müssen wir lang? Äh, warte mal, ich mach... Moment, wer hatte wen noch nie in der Hand? Was? Also, wer hatte wen noch nie in der Hand? Ja, ich hab... Ich hab vorhin gesagt, lassen... Äh, lassen sie mir... Der hatte mich noch nie in der Hand. Und schon ist das Gelberweibchen tot. Ich bin schockiert. Ja, so schnell kann's gehen. Oh! Was? Wie? Wo ist er? Warte, ich mach mal kurz meinen Weihrauch. Lauf nicht weg. Bleiben wir bei mir. Ich bin hier. Richtig coole Sachen bannen. So. Da ist er! Da kommt er! Da! 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Einer deiner Mitspieler und so. Wir brauchen noch 5 Männer! Ah! Ich kann auch noch mal so... Ich assidisch! Jacques! Nicht putzen! Ich kann keine Batterie, äh... Komm, was ist hier los? Ja, das kann auch mal... Nein! Nein! Mami! Blöder Sackarsch! Ich guck nicht unbedingt auf meine Strecke. Ich brauch auch gleich ein Schmerzmittel. Moment, wer hatte weh noch nie in der Hand? What? Eklig, wie das passiert. Was hier los ist. Ich hab ein Déjà-vu. Ich hab ein Katzenbild. Er hat ein Katzenbild. Von dem darf man gar keine Angst haben. JT! Wie schreibt ihr denn mit ihm? Wie kommt ihr denn in den Chat? Na, unten brauchst du was draufklicken. Oh mein Gott. Okay. Wie lange hat denn die Runde jetzt hier gedauert, ey? Big Noobs. Wollen wir jetzt schreiben ein B anstatt ein? Wie bin... Oh Gott. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Probleme mit der Strecke da. Merkt man, glaub ich, nicht so? Ja, jetzt gleich hast du das Viereck voll. Tada! Ich bin immer die gleiche Strecke gelaufen. Wir haben uns dort ja überhaupt nicht wegbewegt, ne? Oh, schrecklich, ey. Das ist so unglaublich. Oh mein Gott. Das ist ja auch geil, dann bleibt er ja direkt drin. Big Boob, seriously? Dann lässt er euch noch gewinnen. Ja, hallo, guck uns doch mal an. Anyone else want to play as creature? Oh, er möchte weiter mit uns spielen. Ja, ich weiß nicht, Carrie? Ich richte mich jetzt nach Carrie. Aber selbst wenn du gehen solltest erst mal, dann kann er ja trotzdem mit drin bleiben. Ja, der ist so heiß auf euch, also... Ich glaube, das wird was. Was? Hoshi, wir sind alle total normal. Susi ist schon ein bisschen durch. Aber die anderen drei nehmen sich da auch nichts, oder? Was heißt denn bitte durch? Jetzt erklär mir das mal, mein Freund. Willst du sagen, wir sind fett? Steck deine Gabel in mich rein, ich bin durch. Was? Hä- Ich will nicht eigentlich, ähm, die weißfigur, äh, hier, die Kleidung nochmal, wenn... Äh, 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 Äh... Äh, 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 Äh- Äh, Äh- Äh, 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 Weexl? Ich will die Figur. Ich will die Figur. Ich bin ein Ermittler. Ich bin ein Ermittler. Ich bin, äh, ich bin, ich bin, ich bin an, 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 an. Dann haben wir dann die Kreatur. Ren Semmel würde den Job machen, genauso hinten wie von vorne. Oh, scheinwerfer. Okay, oh mein, okay. Der ist aber noch Kreatur. Eww. Und wer ist Phileas? Oh, okay, bin ich mal groß und schwarz, oh mein Gott. Oh, guck mal hier, ich bin Abenteurer, ich bin voll gut getarnt. Ich bin schon voll verletzt. Der ist immer noch Kreatur, da müssen wir mal rausgehen. Ich will die Kreatur, der größte sein. Please. Am Ende ist es bestimmt wieder ein Deutscher und wir schreiben hier irgendwie Englisch, wo wir es gar nicht müssten. Please change. Ah, okay, alles klar. Dann brauchst du hier nicht mehr schreiben. Entschuldigung. Steck meine Gabel in mich. Ich bin durch, sowas von notiert. Steck eine Gabel in mich. Habt ihr alle niemals Friends geguckt, Mensch? Es ist Chandler Bing, Chandler Bingidi-Bong hat das gesagt. Durchgehend charmant und wunderbar. What? Susi, Fragen? What? Bitte was? Wirst du damit sagen, wir sind fett? Was? Kann schon nicht mal mehr richtig schreiben nach dem Knaller. Was da los, je später es wird. Ja, hallo? Äh, Frauenrunde. Wir sind schlimmer als ihr Männer, ja? Also, als wenn ihr das noch nicht wüsstet. Der Pflicht auf ihr steht bei. Ist der eine, der immer recht hat. Der immer, 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 immer recht hat. Friends, jo, Claro, Friends. Na ja, siehste, Friends, wie alt bist du? Was, bitte? Wieso? So macht man nichts. Ich weiß das, hallo? Muss man so alt sein, wenn man das kennt? Echt mal, Friends ist voll Kult. Friends ist kacke. Genau. Ich fand es auch nie so witzig, aber äh... Panda, äh, Pandasi sag ich schon. Ransom left your channel. Was? Was? Ransom wurde gebannt. Weißt du, sagt Didi hier, Grey's Anatomy und, 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 und das wird Housewife. Oh, ja. Aber Friends ist scheiße, Friends ist wenigstens. Da brauchst du nicht nachdenken, da brauchst du nur zugucken. Ich hab nie gesagt, dass das scheiße ist. Nee! Ich hab nie gesagt, dass das kacke. Es ist dasselbe, Fräulein. Es ist dasselbe. Oh, Jules, du hast dich herausgefordert. Aber ich, äh, gehe ja auch wieder zurück. Was denn jetzt? Na, ich starte das Spiel. Achso. Für uns wurde schon mal ausgestrahlt. Äh, ich hab's ja auch mal geguckt. Aha. Aber ich würde, ich würde jetzt nie folgen, weil sie das nicht starten. Doch, ich habe alle zehn Staffeln in einer riesengroßen DVD-Box. So viel muss sein. Sag mal, wer bist denn du? Also... Wer, wer ist denn das? Guck auf den Mann! Guck auf den Mann! Ja, das ist, das ist er hier. Nicht so schnell! Oh mein Gott, ich... Ich bin durch meine Taschenlampe voll langsam, Leute. Ach, der kann uns ja gar nicht hören. Na gut, dann lass ihn sterben. Dann lass ihn vorlaufen. Warum eigentlich haben wir nicht so eine Tasche? Ach, wir laufen ihm einfach hinterher. Der sieht so aus, als ob er viele freigeschaltet hat. Das heißt, er hat schon oft gespielt. Oh, ich hör was. Ich blende ihn. Ja, irgendwie... Er läuft ganz schön straight in irgendwelche Richtungen. Vielleicht schaffen wir das ja mal mit ihm. Ich blende ihn. Alter, ist das hell. Ich habe meine nicht mal an. Ich bin zurückgeblieben. Okay, er hat Weihrauch. Hier ist es. Ich sehe es, ich sehe es. Oh nein, ich will das an! Tonband hier drüben. Hallo, Henry. Er ist wirklich deutsch. Oh, meine Fresse, ey. Das war auch geil, ne? Das ist Friends die Serie mit der Aniston. Ja genau, Jennifer Aniston, David Swimmer. Äh, 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 äh. Hier, Joey Tribbiani. Ich glaube, ich hätte ja auch sagen können, dass er deutsch ist. Äh, nein. Ich glaube, das ist so ein Ingame-Chat. Ähm. Wie komme ich denn in den Ingame-Chat? Carrie, wie hast du denn das vorhin gemacht? Du hast doch genauso hochgeschrieben Tonband hier drüben. Das kann doch jetzt kein Zufall sein. Hm, äh, ich habe gar nichts geschrieben. Ich habe auch gesehen, dass es da mit einmal stand, aber... Keine Ahnung, wahrscheinlich... Ja, vielleicht mit C? Hat jemand mal C probiert? Nee, mit C vielleicht. Nee, ich habe ja R gedrückt und dann... Nee, nicht R. Irgendwie, dass die halt rufen tut, ne? Warte! Wir müssen, wir müssen da lang. Einmal zurück. Und warum rennt er dann da gerade aus? Okay. Susi, du hast ja eine neue Haarfarbe. Ja, ich bin, ich bin... Wie er gleich auch süßen soll. Ja, aber Wahnsinn, ey. Ja, ich bin halt anziehend. Für erst werden die Kill the Friends gucken. Schilone Luzi. Der ist Level 30. Und da war immer Nippelwetter auch in der Wohnung. Ja, das ist richtig. Hoshi, ich stimme dir zu, weil... Ich wette mit dir, Jennifer Aniston und die ganzen Frauen... Blackjack, danke für den Follow! Oh, das ist lieb! Hi! Und willkommen im Stream zu später Stunde. Ja, ich habe das Gefühl, dass die ganzen Mädels, also Jennifer Aniston und ich komme gerade nicht auf den Namen, Monica und Dingens und so, die mussten wahrscheinlich im Vertrag unterschreiben, dass sie keinen BH tragen dürfen. Oh, mein Gott. Das ist schon... Machen wir mal dem Herkules hinterher. Ja, das tun wir. Irgendwie griselt es gerade ein bisschen. Ich brauche nicht mal einen Kompass hier anmachen. Was ist denn los? Der Kompass zeigt noch da. Alle, die die Serie Friends mögen, macht mal Hashtag Friends in den Chat, damit wir der Semmel hier mal zeigen. Wie keine Serie ist! Oh, wie nett er sich immer umguckt, ob wir noch da sind. Ja, ne? Alles das, was wir nicht machen. Er weiß, wie der Hase läuft, wie es geht. Ja, vor allen Dingen, wir trampeln nicht ständig auf einer Stelle, das ist echt nicht schlecht. Ich könnte ja vielleicht auch mal ein Stück schneller laufen. Sollte Richtung. Mist! Willst du immer deine Leuchtstäbe rausholen? Diese Fackel ist ja auch mega hell, ey. Aber das sind keine Stäbe, das ist schon fast ein Laserschwert. Oh mein Gott, der war schlecht. Oh Gott, da hinten! Nicht schon wieder ich! Mann, no! Ey, Semmel hat's auf mich abgesehen, ja? Semmel hat's auf mich abgesehen. Leute, merkt ihr was? Merkt ihr was? Hashtag Friends. Äh... Oh, okay. Oh, okay. Ähm, wo seid ihr? Hi! Oh, okay. Ah! Oh, Vorsicht! Hinter euch, hinter euch, hinter euch! Ja, Semmel! Ja, Semmel! Nein, nicht schon wieder, Semmel! Mann, no! Wenn du immer so nahe, wenn wir dran stehen! Semmel, wir müssen ein Gespräch führen. Ganz dringend! Was? Susi! Ich kann auch nix dafür, wenn die mich hasst! Ich finde, die zeigt das einfach so. Mit dir mache ich noch mal zusammen Mittagspause! But I love you! But I love it! I can feel my face when I'm with you! But I love it! Hier ist ein Fake-Ding! Kann ich das auch kaputt machen? Ja! Hab ich! Das hier hinten ist irgendwo noch eins. Ach hier, Herkules macht schon! John Smith! John Smith! Oh, ist das nicht von Mr. Miss Smith? Ah! Das ist nicht erschreckend! Oh nein, 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 nein! Vielleicht ganz kurz! Aber frage ich dir nicht! Alle gleichzeitig! Ah! Ach ja, Herkules rennt einfach jetzt! Guckt er sich aber nicht mehr um, ob alle da sind! Pantasi, wirst du mitkommen? Hier, hier! Ah, jetzt kommt er! Also in die Richtung müssen wir! Herky! Ja, er guckt, er guckt, er guckt! Ey, Pantasi, du läufst in die falsche Richtung! Aber mein Kompass hat gesagt, da lang! Kompass hat da lang! Ich lese nur Nippelwetter im Chat, was hab ich verpasst? Wo seid ihr? Was geht? Aha! The Cruise! Schön, dass du wieder dabei bist! Wie war's? Zocken? Alles gut? Alles fresh? Alles fit? Uh, Carrie, du großer, starker, schwarzer Mann, du! Oh ja, ich bin groß und schwarz! Carrie! Carrie! Hier kommt Carrie! Eine Batterie für mich! Oh! Weil die Pandasi so weit hinten war! Hier, Herkules kommt schon, Herakles! Herkul! Für mich ist es John Smith! Wie kommst du auf John Smith? Pocahontas! Ach ja! Natürlich! Genau! John Smith! Er hält meiner Gingweide! Oh Gott, wie ging das Lied noch? Ähm... Stimmen des Swinds? Ne, wie hieß das noch? Farbenspiel des Swinds! Oh Gott, zeigt in die andere Richtung! Das verstehe ich nicht! Hier ist ganz viel geboot! Ich laufe John Smith! Für dich bin ich noch eine Wilde! Es ist klar, dass du so denkst, denn du bist sehr viel gereist! So sieht auch aus! Ich könnte das noch jetzt voll singen, ne? Oh, der Film ist so schön, ne? Oh wow! Seh mich nicht ein, wenn so wild ich dir erschein! Wie kommst, dass du so vieles gar nicht weißt! Ich sing jetzt nicht mit, weil, ähm... Dann bist du vielleicht ein paar Follower los! Komm, wir singen alle zusammen, sonst wird das kackert schon mehr! Oh, guck den Johnny Boy an! Oh, der klaut einem alles! Meine Taschenlampe ist leer und hält es alles! John Boy! Von mich such dir noch eine Battery! John Boy, Opfer, die nicht für uns! Hä, wo ist das Tape? Oh, scheiße! Ich bin... Oh! Mimimimimi! Mimimimi! Oh, guck mal! Jules singt mit gar nicht weiß! Oh, die Lieder sind so toll! Aber generell in allen Disney Filmen! Ich weiß nicht, dass ich nicht gerne singe! Wo seid ihr denn schon wieder? Äh, warte, ich komm zurück! Warte, 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 warte! Wo bist du? Wo bist du? Äh... Warte, du läufst richtig, Chrissy! Lauf weiter! Wie lang? Ne, 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 ne! Stopp! Zurück! Wo bist du denn? Hä? Wie komm ich denn zu dir? Oh, Semmelchen! Hi! Hey! Hey! Äh... Oh, nein! Ja, sie sind jetzt... Ich finde selbst den Weg zu dir nicht mehr! Ah, Pandasi ist eh schon außer Gefecht! Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, doof gelaufen! Ach, da seid ihr! Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich finde euch nicht mehr! Doch, ich finde euch! Ich finde euch nicht mehr! Hä? Vom das Schlimme ist, er rennt einfach weiter ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Singen ist immer gut! Ja, ähm... Es gibt so eine nette... Eine gewisse Person, die kann das übelst gut! Fängt mit L an, hört mit Lara Loft auf! Mit Ara oft! Mit Ara oft! Bei der... Bei ihr könnt ihr euch singen lassen! Oh Gott, wo seid ihr denn? Wie komm ich denn da hin, wo ihr seid? Übel ich so einsam! Wo bist du denn? Ich bin so einsam! Meine Leiche liegt hier! Ach, da hinten! Warte mal! Ich geh mal die Pandasi aufsammeln! Ja, ich find euch schon... Hä? Wo läufst du denn jetzt lang? Du läufst ganz anders als ich komme! Ja, nee! Ich muss ja hier den Labyrinthgang lang gehen, damit ich dich finde! Ach so! Guck mal hier! Jetzt treffen wir uns gleich! So, hier lang! Ist das schön! Wieder vereint! Der Pockelmann, der guckt immer nach mir! Moment, nur nach mir! Okay! Hohchi! 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 Ohne Scheiß! Ich hatte es nicht gelesen! Ich hab's jetzt erst gelesen! Hohchi! Perfekt! Guck dir das an! Das ist der beste Spiel ever! Oh! Ich hab's jetzt gelesen! Ich hab's jetzt gelesen! Nein, ich bin rausgeflogen! Oh ja, ich auch! Danke, Ichi! Das ist aber lieb! So viele Hosts wie ich heute kriege, ist ja Wahnsinn! Ey, Hohchi, ist das nicht geil? Ist das nicht mega geil? Hohchi! Ich hab's jetzt hier! Ich hab's jetzt hier! Guck mal! Wieso bist du denn noch nie im Bett? Willkommen! 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 Willkommen auf der einsamen Insel! Willkommen! Willkommen auf der einsamen Insel! Willkommen auf der einsamen Insel! Willkommen auf der einsamen Insel! Ja, ey! Mieste Pieste! Sie sind alle wieder geflocken raus! Ja, Insel könnte hinkommen! John... John Boy Smith irgendwo... Hat uns... Keine Ahnung, wohin entführt! John Smith! Du bist abgestürzt! Und jetzt? Jetzt, äh... Jetzt, äh... Das war deine Runde! Das war deine Runde! Nein! Carrie! Ich bin immer noch Level 3! Ja, ich hab gedacht, ich level ein bisschen, aber nein! Aber du hast, äh... Gut, äh... Gelevelt, äh... Gut, äh... Gelevelt, äh... Kapau! Was? Gerade waren es noch 5 Viewer? Damn zu spät! Sorry! Ach so, ist ja kein Thema, Ichi! Ich bin ja dankbar, dass du hostest! Also, ist ja nicht selbstverständlich, ne? Ähm... Ja, cool! Ichi! Ichi! Oh! So! Ja, meine Carrie! Hast du noch oder willst du gehen? Oder wie? Oder... Oder was? Verlass uns nicht! Wenn die Carrie jetzt gehen sollte, mache ich auch noch einmal eine 5 Minuten Pause! Dann machen wir eine 5 Minuten Pause! Das ist das beste Game ever! Oh, sie hostet auch! Leute! Ihr seid so geil! Aber jetzt, wo er gehalten hat, ist echt mies! Ja! Siehste, überleg's dir! Also, ich weiß ja nicht, was dich jetzt hier wegtreiben würde! Ich kann's mir vorstellen! Gary, guck mal, Jules ist ganz traurig, wenn du jetzt gehst! Und die Tina bestimmt auch! Und ich! Und alle anderen! Und wir auch! Und so! Und so! Und das Monster John Smith auf! Oh, der Bot! Wir können ja mal eine 5 Minuten Pause machen, dann sag ich euch nochmal kurz! Alles klar! Ja, machen wir! Okay! Hey! Ja! Der, der Alert, Hoshi! Der Alert! Das ist wiederum, ne? Also, Friends! Ich sag's ja nur, ne? It's the best game ever! Joffin! Bambusel! Ich bin gleich wieder da! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ja, ich bin mega traurig! Also, sie hat gesagt, 5 Minuten, Tina! Sie kommt bestimmt gleich nochmal, nochmal wieder! Und dann müssen wir alle schreiben, dass sie hier bleiben muss! Jules tut nur so! Jules will Carrie komplett für sich allein! Höhöhö! In der Zeit, wo ihr Pause macht, könnt ihr ja mal abklären, mit wem ich das erste Date habe im Kampf um die letzte Rose! Oh, bist du der... Bist du der Bäbschler?! Gehört Ihnen das Ganze hier, Herr Bäbschler?! Oh je, Hoshi! Ich weiß ja nicht! Ich weiß ja nicht! Sie kommt wieder! Juhu! Also, sie hat gesagt, zumindest 5 Minuten Pause! Ich vermute... Ähm... Ich habe eine Vermutung, worum sie sich kümmern muss! Ich kann ja schon mal... Ähm... Ein Spiel erstellen! Und schon mal einladen! Äh... Jetzt möchte ich mal... Wir nehmen jetzt mal den Vincent! Verlorener Ruhm! Scheinwerfer? Ne, Scheinwerfer ist doof! Da komme ich nicht... Obwohl, doch! Ist eigentlich gar nicht schlecht! Äh... Und Einladen! Äh... 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 Habe ich das gesagt? Zeit für ein wenig Werbung! Genau, Mike! Hau raus! Hau alle draus, was geht! Schaut bei der Pandasi vorbei! Schaut bei der... Carrie vorbei! Aka Gamerwäbchen! Schaut bei Mike vorbei! Schaut bei mir vorbei! Schaut einfach bei allen vorbei! Wir machen hier für alles Werbung! Für alles Werbung! Werbung! Viel Spaß bei uns! Genau! Der Mike, die Pandasi, die Carrie und ich machen Let's Plays auf YouTube! Äh... Wir streamen soweit fast alle! Wenn ich... Also... Carrie habe ich jetzt noch nicht streamen gesehen, aber sie hat auf jeden Fall einen Twitch-Kanal. Mike hat gestern erst gestreamt und wird wahrscheinlich auch morgen, wenn ich das heute so richtig verstanden habe. Ähm... Äh... Pandasi kann... Äh... Wegen ihrer Bambus-Leitung noch nicht so... Bambus-Leitung noch nicht so, wie sie gerne möchte. Also jetzt liegt Pandasi vorn, ihr Bamster, oder? Ähm... Ja... Und äh... Ich... Streame ja auch... Was? Ich schaue komplett vorbei? Wie du schaust komplett vorbei? Du kommst nicht vorbei! Wieso? Hab ich gesagt, du guckst teilweise vorbei? Oder... Ich versteh's nicht! Präsident, clear me off! Richtig! Aha! Führst du wirklich Notizen? Oh mein Gott, Bamster! Das ist aber alles nicht auf meinen Mist gewachsen! Ich hab zwar Herzblatt vorgeschlagen, aber Hoshi war hier mit Steuerklasse 3 und so. Oh, ich seh grad von Mark Hong aus, dass mein TV aus ist. Muss mal den Schlieb... Den Schlieb ausstellen! Da muss ich Gamer-Weibchen aber ranhalten. Da ich ja bei... Bei allen überhaupt nicht Bescheid weiß... Ähm... Wie das so... Oh, da ist schon jemand beigetreten! Hi! Hi! Ähm... Wie das so... Ähm... Wie sagt man... Beziehungstechnisch grad aussieht? Ich halt mich hier zurück, bevor wir da... Warum hast du das gesagt? Warum hast du mir gesagt? Ich bin so und so! Deswegen ich sag nix! Hi! Äh... Jetzt wollte ich schon... Achja! Do you want... Und tschüss! Haha! Ich wollt grad schreiben! Naja! Schade! Ähm... Wenn das Gamer-Weibchen erstmal loslegt... Ist Kassala! Da kannst du mir aber glauben! Bamster ist auch bei Lara der Schrittführer, Susi! Der kann das ganz gut! Der Schriftführer! Oh! Schrittführer! Vergiss das ganz schnell! Äh... Spur mal 10 Sekunden zurück! Der Schriftführer! Ja, äh... Das kann er ja gerne tun! Ich weiß das! Ich weiß das wohl! Äh... Der Bamster ist ja überall und überall tätig und ähm... Macht seinen Job! Gamer-Weibchen! Wow! Schreibkünste lassen nach! Wieso? Was hast du geschrieben? Ach, Gamer-Weibchen! Haha! Schrittführer! Ja! Sorry! Hello, hello! Hello, hello! Ah, jetzt lass sie wieder anmachen! Warte mal! So! Ja, deine, äh... Deine, deine, deine... Was hast du geschrieben? Deine Schreibkünste lassen nach und bei mir ist es die Lesefähigkeit! Ja, F und T sieht halt von hier aus... Also... Ich sitz drei... Äh... Ich sitz halt sehr weit weg, äh... Vom Bildschirm! Susi, hör mal! Guten Abend! Blackjack, hi! Dankeschön für dein Follow nochmal! Herzlich Willkommen in der Stream! Gibt's eigentlich einen Channel ohne Bamster? Äh, den Channel mit... Das ist heute tatsächlich mein erster Stream! Das ist heute glaube ich sogar der fünfte Stream insgesamt! Ich hab ja erst im Dezember angefangen! Und Bamster ist heute das erste Mal Mod! Und Bamster hat mich gefunden! Nicht andersrum! Obwohl... Naja, wir haben uns quasi gegenseitig gefunden! F, Ausrufezeichen, ist gleich T! Nü! Blackjack, nü! Kommst du aus dem Östen, wenn du schreibst! Nü! Wieso eigentlich Susi Hömmer, Jules? Warum? Was soll ich denn Hömmer? Hömmer, komm mal bei mich bei oder wat? Komm mal bei die Oma! Oma, haben wir noch Curry King? Haben wir noch Donkollet Schnitzel? Wieder da! Sorry, ich musste, äh, Carrie noch die Füße rasieren! Okay! Ein schnieker Kerl zu sein! Ausrufezeichen ist ungleich, nicht gleich, nicht... Ach natürlich, Hömmer war so nach dem Motto, Schrittführer ist aber jetzt schon sehr hart! Curry King! Hör mal du Otto! Wer ist da? Wer da ist? Habe ich gefragt! Tina 07 LP Ist das jetzt ein... Ach, das ist ein Lachsmiley! Hallo! Sind wir alle wieder? Guck mal hier, wir haben hier, äh, G-G-Gemini Gaming! Ich wollte fragen, ähm, du... Do you want to be... Kreature? Bin ich die Kreature? Ähm, ich hab euch ne Einladung geschickt, habt ihr die gekriegt, äh, Christian? Ich bin die angenommen! Und wer macht jetzt die Elsterglanz-Parodie? Ähm, das könnte... Das könnten wir da Cruz überlassen, von dem hab ich das! Oh, ich liebe es! Oh, so, ja... Mein... 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 Ja, dann sind wir... Ich mach halt hier den... Den Ilgor! In... Im... Imker? Den Ilgor! Oh mein Gott! Oh, dieses Hemd ist so... Oh... 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 Aber es ist gar nicht, was ich, äh, dazu sagen soll! Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Was ist denn hier los? Semmel, sind wir so weit, oder? Eiwisch! Brauchen wir noch ein Minitsche? Nehmen wir mal eure Verdoppel in die Hand, wir gehen jetzt mal los hier! Oh, Denschen! Ich starte mal... Oh, ich hätte vielleicht ne andere Map nehmen sollen, oder? Wir lernen schlecht lesen! Ich kenn den einen von Elsterglanz persönlich! Ach, ihr kennt ja hier eh jeden! Irgendwie! Jeder kennt jeden! Jeder kennt jeden! Jeder kennt jeden! Die Welt ist ein Dorf! Äh, sehr was von... Die Batterie am Anfang zu nehmen ist sehr, sehr schlau! Ist, äh, total schlau, ja! Äh, und ich mach mal die Dings aus hier, weil... Hat jemand schon gekompasst? Ich hab gekompasst! Okay. Wolland ihr? Kommt ihr denn mit? Ja, ja, wir sind da... Oh, wie süß! Du hast ein Hühnchen auf deinem T-Shirt! Echt? Dreh ich mal um! Ja! Pandasie! Ich guck dir auf dein T-Shirt! Oh! Ja, ja, du willst nur den Hund sehen! Ja, ja, ja! Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay! Oh, Mann! Oh, ich hör's! Ich hör's! Ich hör's auch! Wo ist es? Äh, warte, ich mach mal Kompass! Jetzt hab ich mich aber... Jetzt hab ich mich erschrocken vor die Kreatur! Ih, du siehst ja eklig aus! Ih, siehst so eklig aus! Ih! Wuh, wuh, wuh! Aber jetzt geht's... Jetzt ging sie zuerst auf dich, das heißt, ich hab noch eine Chance! Kinder mit der Knarre schießen sich die Knochen ab! Äh, hier gehört das Geräusch wieder auf! Ja, wir müssen zurück! Wir müssen zurück! Hier, Freunde! Ich hör's doch auch! Ich geh jetzt immer... Ich geh... Ich geh... Ich geh mal hier! Nee, hier ist es auch nie! Warte, ich mach Kompass! Aber das Kompass zeigt immer nur einen Punkt an, Mensch! Wir müssen vielleicht hier ausruhen, ne? Ja, 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 ja! Ja, was? Welchen Teil von Infraganz magst du? Ähm... Oh, da hinten, da seh ich was! Da seh ich was! Ich... Ich muss mal... Ich müsste mal da kurz fragen, was wir uns... Was wir uns angeguckt haben, hier... Hier mit diesem Bewerbungsgespräch da... Ja, dieses... Das eine Brille tut? Ich glaube ja, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall... Auf jeden Fall war's sehr lustig! Ich auch! Hier ist es doch! Mädels! Voll blind! Ich brauch' ne Brille zum Autofahren! Okay! So! Äh, oh! Grundspur! Ähm... Kompass? Sag da lang! Was hast du denn für eine professionelle Taschenlampe? Oh mein Gott! Ich habe eine große, die sehr viel Batterien verbraucht, leider... Was sagt denn der Chat? Dorn-dorn-dorn-dorn-neue! Genau! Eiferbipsch! Wie schaut das eigentlich aus, wenn die die Kreatur mal besiegt? Ähm... Das schaut so aus, dass wir, wenn wir alle acht Tonbänder gefunden haben, noch irgendwelche komischen Totems oder so zerstören müssen... Und dann haben wir gewonnen! Oh mein Gott! Ach, auch Totems? Ja, quasi das, was wir jetzt machen, noch mal machen! Weil ich mir das den Kumpels mal zeigen! Na willst du? Na komm, dann mach' mal noch mal so... Dann mach' mal das jetzt mal... Aber ein bissl kannst du uns trotzdem schocken, Semmel! Nur nicht so viel! Nur nicht so viel! Kannst nicht mal ein paar Eierbraten? Gar nicht, nicht! Ich würd' hier mal die Batterie nehmen, was sagt denn doch Chat? Da, da ist das Dave! Gary, schöne, schöne glatte Füße, war Pardasi gründlich! Sorry, wo bist du denn? Äh... Auf dem Turnband, warte! Ist so, die kommen doch aus der Hälfte, Junge, aus dem Mannzweller... ...Forgenspaß! Wie stark wie du grad geguckt hast, Panda, die dein Gesicht so... Was denn? Bin total, totales Fan-Girl! Mach' doch mal Eier! Genau, Bewerbungsgespräch! Right! Ah, siehste, hab' ich mir gut gemerkt! Hab' ich gut aufgepasst! Das ist so witzig, wie du du stehst! Ja, ich versuch' den Chat zu lesen und, äh... Wo... 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 Wo muss man... Ah! Ah! Was war das nicht mit der Tasche? Hier ist ne Batterie, Leute! Batterie, Batterie, Batterie! Hier! Hier! Batteriechen? Batterie! Sprich, der Killer ist überhaupt nicht über... 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 Bäh! Äh, Semmelchen? Ja? Bist du? Ja, wirklich nicht! Wo seid ihr? Weiter! Hier, wir müssen hier... Äh, da ist ne Wand! Wir müssen hier dahinter irgendwie... Semmel, wir sind durch den Raum gegangen mit dem... Wir haben den Ring ins Feuer geschmissen! Ja, das auch! Äh, oh, hier ist ne Altar! Möchtest du die hier Anwesende... Oh, naja, das sieht nicht so nach... Heiraten aus... Okay... Ähm... Ich will heiraten! Ich will heiraten! Oh, oh! Das hat der Chat gehört! Das hat der Chat gehört! Oh! Hoshy, deine Chance! Hoshy, deine Chance! Auf die Leine werfen! Ich gehe jetzt mal maskulinen Wäsche aufhängen! Nicht weglaufen! Mach das zu jetzt! Alles klingt richtig männlich! Auf die Leine werfen! Steuerklasse 3! Hier ist ne Wand! Du liest zwar, dass ich ein totales Fangirl bin, aber nicht meine... Tollen Hashtags! Los! Hier, hier, hier! Ganz bestimmt! AvonClave ist auch noch da! Korrekt! Sag mal, wo ist denn... Ist Semmelchen jetzt wieder bei uns? Neee! Ich glaube, sie findet uns nicht! Ich gehe jetzt nochmal raus und mache jetzt nochmal Kompass an! Hier lang, Mädels! Ich würde ja gerne sagen, dass das daran liegt, dass ich liefschmiele, aber denkst du, ich finde euch? Seid ihr denn? Ja, wer kann, der kann! Sind wir auf dem Leichenmap? Ich denke, ich hoffe! Ich höre allerdings nichts! Also, wenn einer von uns stirbt, wir suchen dich dann! Kann hier nochmal jemand Kompassen? Hier so? Ja, ich mach mal! Wer? Ah, hier lang! Hier lang! Da! Äh, wo? Ach, hier! Ah, jetzt höre ich wieder was! Jetzt bin ich aber auch überfracht! Überfracht? Überfracht! Party! Hyper! Hyper! How much is the fish? What the fuck's? 3,95€ Ich laufe im Kreis! Ähm... Hallo? Hallo? Hi! Na? Wollen wir auf Klo? Mädels gehen immer zusammen auf Klo! Du kannst Leuchtstäbe werfen! Das ist nett! Das ist doch hier irgendwo! Hauptsache ich muss nicht ins Klo greifen! Ja, ja, ich seh's auch! Nimm du's! Nimm du's! Ja, ich sag doch, es liegt im Klo! Ekelhaft! Meine Handschuhe nicht mal dabei! Ekelhaft! Aber jetzt sind wir nur noch zu zweit! Äh... Ja, ja, wo seid ihr? Ne, warte mal! Äh, Carrie? Ne, wir sind... Ja, wir sind hier bei diesen Pissoirs! Waaah! Waaah! Ich will hier weg! Das ist vielleicht ihr! C-C-Carrie? Ich werfe mal einen Leuchtstab! Vielleicht findest du uns dann! Ne, hier bin ich doch! Hier! Wo denn? Ah, hier! Äh, äh, Chrissy! Warte mal! Kompass! Kompass sagt, wir müssen hinter die... hinter die Wand hier! Ja, da wo du lang gehst, genau! Hier ist eine Batterie! Wo bleibt denn das Vieh eigentlich? A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li! Do it, do it, do it! Was, dich hat's ausgel... A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li-A-Li! Das ist nett, das ich das in meinem Stream vorlesen darf. Ja, ist ja richtig. Wenn ihr verwandt seid, verstehe ich das, ich verstehe das. Ich bin mit der ganzen Welt verwandt. Äh, hier ist irgendwo ein Tape. Wer möchte es nehmen? Und wo seid ihr denn? Hallo? Hallo? Äh, wo seid? Ich weiß nicht. Ich hab euch verloren. Was, wie, wer, wo. Ich hör das Tape noch, aber ich... Ich schmeiß mal, ich schmeiß mal. Hallo? Hallo? Äh, ich bin zu weit weg von den Ermittlern. Warte, ich komm zurück. Wo seid ihr denn langgelaufen? Ich würd ja schreien, aber ich schreie einfach mal. Könnt ihr dann eigentlich sehen, wo ich bin? Nein, aber ich hör's. Du, ihr seid da hinter der Wand irgendwo. Helft mich jetzt blöd. Okay, ich stehe. Ich bin alleine. Ja, ich auch. Carrie auch wahrscheinlich. Du siehst mich oder wen? Äh, ne, wer spiel die Frau? Ich? Okay. Aber wo bist du? Ja, das ist dann Phantasie. Der Kompass hilft dir. Ich nehme jetzt einfach nur den Kompass nach. Ey! Oh! Soll ich euch helfen? Nein! Du nicht! Du nicht! Ich brauch gleich ne Batterie. Ich bin hier hinter ihm, der gerade angefangen hat zu rennen. Ich brauch ne Batterie. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ihr seid beide, ihr seid zusammen, ja. Wo seid ihr denn? Oh mein Gott. Warum steht ihr denn nur? Weil ich die Susi suche. Nein, du suchst mich nicht. Meine Batterie ist gleich an. Oh, ich seh nix! Ich brauch auch ne Batterie. Ich suche, damit ich euch zusammenführen kann. Blendet manchmal jetzt nicht. Oh, nein! Hier ist sie! Ich hör sie doch. Blendet mich mal jetzt nicht. Hier, ich seh euch! Leute, ich bin hier! Kommt zurück! Ich hab euch doch grad gesehen. Ich brauch ne Batterie. Ganz dringend. Ich bin wieder weg von euch. Leute! Hier, wo es grün ist. Hier, ich bin hier! Schön, dass ihr einfach weiterlauft. Wo ist grün, ist das nicht? Ich komm runter. Wartet auf mich. Hast ein Tonband gefunden. Ah, schon wieder Pilze. Übrigens, Phantasie, wenn du schreibst, seh ich dich tatsächlich über die ganze Map. Echt jetzt? Ja. Oh, krass. War's ganz klein und dann bin ich ganz schnell dahin gelaufen. Habt ihr irgendwo ne Batterie gefunden? Ne, ich bräuchte auch langsam einen. Ich hab nicht mal mehr einen. Bin ich auch. Wo ist denn Carrie? Oh nein! Ach, da oben! Ihr solltet euch beeilen. Ja, ne, ne, das dauert zu lange. Du musst doch einfach weggehen. Ah! Nein! Ich wollte nicht mehr reagieren. Ach, shit. Sorry. Wir haben nicht verschwungen wie ein Drückenbombon. Fremdwerbung! Ban! Sorry, Hiroshi. In die Richtung sagt es. Äh, in welcher? Ah! Okay. Ich würde ja leuchten, aber... Ja, ich kann auch nicht mehr. Ich flacker nur noch. Ich bin ein Flackern. Aber ich hör's schon. Irgendwo hier. Warte mal, Kompass. Kompass sagt blauer Punkt. Das ist ja so nah. Wo ist denn das? Rechts oder links? Oder sind's zwei? Ach, hier ist so ein Fake-Teil. Äh, Idol-Dingsbums. Warte mal. Oh Gott, ich seh... Ist das mal put? Ich seh gar nichts mehr. Ne, ich seh auch nicht wirklich viel. Ich möchte euch gern sehen. Muss hier in der Batterie sein. Hier ist das Fake-Teil. Geh kaputt! Aber ich hör noch eins. Dann mach ich noch mal. Shit. Ich hab zu schnell gemacht, weil jetzt, äh... Ja. Ne? Also ich... Also ich... Guck mal an. Aber wo seid ihr? Das ist ne echt verdammt gute Frage. Oh! Oh! Oh, wie sie... Wie sie lacht, ne? Geil. Nein, nein, nein! Warte, warum steht denn Chrissi ums Eck? Ich dachte Chrissi ist bei mir. Oh mein Gott, ich weh. Ich dachte auch nicht, ich bin bei dir. Wir warten doch zusammen. Oh! Oh! Warum seid ihr so weit weg? Oh mein Gott. Wo bist du denn? Ich seh aus der Ferne. Warte, ich mach, komm komm. Ich hab nichts mehr. Ich hab auch gar nichts mehr. Das muss doch hier irgendwo sein. Ich komme. Bin ich denn jetzt total dumm? Hier ist es doch ganz nah. Ja. Ach, hier ist doch das Fake-Dial schon wieder. Mann. Fake-Dial. Fake-Dial. Oh, ich wundere euch. Oh mein Gott. Wir sollen das doch schaffen. Okay. Ich mach mal das Idol kaputt. Ja, mach das mal bitte. Wo sind denn Batterien? Ach, ich bin dringend. Oh, mein Gott. Oh, wir sind genau in die andere Richtung zurück hier. Ja? Okay. Stopp. Oh, äh. Ja, ich geh ja schon. Stopp. Ja, ich geh ja schon. Gut. Ah, okay. Ah, okay. Na, da, 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 da. Du zeigst auf mich. Hör auf auf mich zu zeigen. Das ist nicht GTA. Ich grösel. Grösel-Budel. So. Grösel-Budel. Shizzle-Budel. Oh, diese Herzchenhose. Gröschen. 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 Ha, ha, ha. Äh. Da wird das nächste Band gefunden. Äh, soll ich mal Kompass? Hier, hier, hier lang, hier lang, hier lang. Hä, hier, hier. Äh, jetzt hat er aber noch da gezeigt. Äh? Oh, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Ja, dann geht man da weg, da. Da, dann geht da. Und dann hier rein. Machen wir jetzt eine Farmingrunde, oder was? Und dann hier rein. Hier rein, hier, dann rechts. Ja, dann, dann... Ich würde ja weggehen, aber... Ich blende ja schon, aber ich hab zu, ich hab keine Batterie. Ich seh ja nicht mehr, wie ihr lichtbar ist. Ich auch nicht. Hier rein hat sie doch gezeigt, oder? Was? Wo bist du denn jetzt? In diesen Ausgang rein. Oder in diesen Gang da. Ja. Ich bin... Warte, komm zurück. Ähm. Hier. Krassi? Krassi? Krassi, hier. Krassi, Krassi, hier. Krassi? Oh. Hier lang. Hier. Ist das richtig, Carrie? Hier müssen wir doch lang, ne? Ja, also ich bin hier lang, ja. Okay. Aber ich hab jetzt auch keine Batterie für euch gefunden, oder... Ist ja schrecklich. Aber ich hör's doch. I hear it. Hier hinten. Irgendwo. Oder? Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich nehm's. Ich hab's. Aber keine Batterie. Keine Batterie. Ja, und ich bin schon so grau. Und dann geht meine Taschenlampe auch nur noch so wenig, und... Naja. Hier hinten vielleicht? Äh, die Richtung. Zeig, da. W-wo? W-wo? Oder für mich leuchtet das auch noch nicht mehr. What, 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 what? Ah, hier lang? Okay. Oh, das ist eine Bar. Ja, das ist eine Bar. Do you want to take a drink? Rhabarbarabarabarabar. Rhabarbarabarabar. Barbaras Rhabarbarabar. Mit dem Rhabarbarabarabar-bieren? Und den Barbieren. Und den Barbieren. Barbieren? Und den Barbaren. Oh, ich hab Herzschlag. Uh, ich darf nicht hingucken. Ja, ich mach hier grad das Idol kaputt. Guck mal auf die Bohnen. Oh, 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 ich hab schöne Schuhe an. Äh. Boot. Wie siehst du das? Oh, ich mach nochmal, äh, hier runter. Oh, hier runter. Hier runter? Okay. Carrie will die ganze Zeit Kompass machen und keiner lässt sie irgendwie. Weil ich nehm mal diesen Sender. Oh, darf ich die? Oh, oh, oh. Oh, oh. Battery. Battery. Oh mein Gott, wo? Ist noch eine da? Nein, schade, ne? Ne, aber ich leuchte dir heim. Das ist super. Ich benutze mal den Sender. Warte, ich benutze den Sender. Vielleicht bringt das ja was. Was, 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 was? Was? Äh, bis jetzt noch nicht, ne. Aber ich hör doch. Oder, ne. Hä? Hör nicht. Was sagt denn der Kompass? Der Kompass sackt hier lang. Ja, da lang. Falls du das willst. Stopp. Du, ja, genau. Stopp. Ja, was ist das? Darf ich laufen? Hier? Ja, ich bin da gerade draußen. Ich lauf wieder weg. Du bist der Kompass. Ich bin zu weit von den Ermittlern. Ermittlern? Entmittlern. Wo seid ihr? Ich dachte, du sprichst mit mir. Ja. Der Kompass hat in die andere Richtung gezeigt. Ah, hier, hallo. Da seid ihr. Und hier müsst ihr lang. Ich hab sie voll vertrieben, weil ich so gut bin. Hier ist endlich ne... Ist das ne Batterie? Ach ne, es war ja drauf. Mann, ich brauch ne Batterie. Da, wo euer Geist ist. Ja, genau. Was ist denn euer Geist da? Dieses Monster. I hear it. Hier rein. Oh, ich will sie nicht sein. Oh, ich will sie nicht sein. Geh weg da. Oh mein Gott. Oh, er ist direkt vor uns. Ja, ist sie. Hier rein. Knurrt uns doch nicht so an. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Oh, das ist ja... Oh nein. Komm schon. Hier, wo ist denn das Scheißding? Hier, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh, er hatte Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ich brauch eine Batterie. Siehst du, weil ich sehe das gar nicht mehr dadurch, dass es hier... Wie lang ist eigentlich... Hier. Hier rein. Hier lang. Hier lang. Sag der Kompass. Kompassé. Kompassé. Hä, wo bist du denn? Hä, wie bist denn du? Du bist ja... Hast du mich überholt? Hä? 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 Du kannst Leuchtstäbe werfen, dann tun wir das doch mal. Tschakka. Aua. Kannst du Kompassen? Nee. Oder so? Ich möchte jetzt endlich meinen Kompass ausholen. Mach das mal den Kompass. Hol mir deinen Kompass aus. Einmal geradeaus. Einmal geradeaus. Und dann verletze ich auch schon wieder die Spur. Aber dann könnte ich noch einmal Kompass hüllen. Warte. Oh, jetzt könnte ich auch. Äh, Kompass sagt, äh, egal, durch die Wand. Durch die Wand, ja. Dann gehen wir doch mal hier hoch, oder? Äh, gehen wir mal, gehen wir mal, ja. Gehen wir mal, gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gut. Ähm, ja. Okay. Okay. Hier muss es doch mal eine Batterie geben. Kompass sagt hier auch durch die Wand. Ja, da vorne habe ich gerade eine gesehen, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Ähm, ähm. Es ist doch ein Telefon, was klingelt. Oh, hier. Hier. Oh, oh. Telefon. Hier? Ich dachte Batterie. Ich hab's auch nicht klingeln hören. Ich hab's auch nicht klingeln hören. Hör doch mal richtig hin. Das sieht auch nicht mehr so aus, als wenn's klingeln würde. Local Call. Ihhh, da sind ja... Ihhh, da will ich nicht hingucken. Das sind Schmetterlinge. Das sind keine Schmetterlinge. Okay. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Gehst du? Jochen? Wo sind denn? Wo ist denn? Wir müssen hier lang. Hier rein. Ich will hier nicht rein. Was? Wo bist du denn schon wieder? Ja, komm, komm hier. Da grün und so. Hier. Komma. Schon wieder getroffen. Hier mal mit ihren Leuchtstäben. Naja, das ist das Beste, um auf sich aufmerksam zu machen, bevor ich wieder schreie. Unabsichtlich. Komas sagt nein. Ach, Kompass. Kompass schreibt man mit Doppelts, Frank. Also... Kompars. 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 Huch. Achso. Wo seid ihr? Wo bist du? Ah! Oh, da... Oh Gott. Wo bist du denn jetzt noch einmal hin? Ich bin bei Carrie. Ich bin bei Carrie. Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Warte, hier. Grün. Aua. Du warst ja wirklich da. Oh mein Gott. Sie belässt dich mit ihren Stäben, ey. Unklöpig. Sei froh, dass ihr sie mit habt. Sei froh, dass ihr sie mit habt. Unglaublich. Unglaublich. Guck, hier ist so ein Idol-Dingsbums. Damit macht sie uns ganz doll Carol. Ich seh das halt. Ich seh das halt. Wenn ihr doch seid in der Nähe. Nein, das siehst du auch nicht. Aua da. Nein, das siehst du auch nicht. Ich geh eine Runde schwimmen. Gute Nacht. Also schonmal für Späfer und viel Spaß. Ihr lieben Liebende. Schön, dass du dabei warst. Hatte großen Spaß mit euch und eurem krassen Strom. Gerne wieder. Macht's gut. Dankeschön Jules. Schön, dass du so lange durchgehalten hast. Und wir freuen uns natürlich, wenn es dir gefallen hat. Gerne wieder beim nächsten Mal. Mehr sehen sie beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Viel Spaß mit den Dinos. Viel Spaß beim Arc spielen. Have fun. Rocket. Wo, wo, wo müssen denn... Wir müssen hier... Hä? Da lang. Und das Wasser durchs Wasser. Ja, aber hier hinten geht's nicht weiter. Was bist du denn jetzt schon, Peter? Ich bin hier. Ich bin im Schwimmbad. Oh, da ist sie. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Ja, 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 ja. Ich hab sie verloren. Wollst auch noch eine Runde schwimmen? Hier, grün! Äh... Oh, Batterie! Busi, Batterie! Wo? Nee, Schmerzverblenden. Achso. Oh, die falle ich mir mal rein. Mach das mal. Ich hör doch ein... Ich hör doch ein Band. Ich... Hä? Warte mal. Hier. Ich steh bei Pandasi. Ich... ich geh richtig. Ich glaub, ich geh richtig. Vielleicht find ich an der Batterie. Ich hab Herzschlag. Oh, Herzschlag. Ah, hallo. Guten Tag. Ähm. Hi. Hi? Hi, bist du... Hi, Bahn. Nein, Schmerz. Ach, hä? Wo bist du denn? Ach, da. Ja, ich mach die Taschenlampe mal aus, weil... Du bist so klein. Ich brauch ne Batterie... Oh, hier lang. Äh. Okay. Hier ist ein sehr weitläufiger Begriff. Hier ist kein Treppe gewischt. Nein, Spaß. Die... Die... Die Care Woche. Die Hygiene ist hier nicht groß geschrieben. Ja, hier ist richtig. Hier ist richtig. Hier ist richtig. Ja, hier ist richtig. Ja, hier ist wunderbar. Hier ist schön. weg. I want you back. Ich hör was, ich hör was. I want it... Dead way. Oh mein. Oh mein. Geht's denn? Wen ist meine Batterie? Es gibt keine Batterie. Wir brauchen nur noch eins, gerade hier. Hier ist ne Batterie. Wo? Na ja, ich bin immer bei euch. Aber hier ist eine. Schön. Ich seh gar nichts. Hier muss doch irgendwo mal ne... blöde... Mh! Batterie sein. Eine kleine... Batterie. Die Müllsäcke des Todes. Ja. Was sagt denn der Kompass? Kompass sagt... Wir sind so doof eigentlich die Kinder und der... des Monsters zu nett. Hier ein... Oh ne, keine Batterie. Das ist eine... Doch, seine Batterie. Batterie, Batterie. Was, 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 was? Ich muss undrehen. Warte, ich komme hin. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was? Oh mein Gott. Look at this, but. Look at this, but. So, du bist doch hier hintergelaufen, Carrie. Cherie. Ah! Oh ja, danke. Komm zu mir! Und jetzt wieder hier lang. Uh! Guck mal, wie hell das auf einmal wieder wird. Turn the lights out. Turn the lights out. Ups! Jetzt... Oh Mann, oh, ich wollte doch... Kannst du ein bisschen Batterie sparen? Ja, nee. Wo denn hin? Soll ich nicht schnell den Kompass wieder rausbringen? Oh, hier ist ja jemand der Nenow unterwegs. Warum? Ja, oben bei deinem Kompass da. Ähm, ich bin da... Ich bin... Ich geh nur dahin, wo der Kompass mich... Äh! Nein! Ich bin bei der Sandra. Ach, da oben. Jetzt sehe ich dich auch. Wir bleiben hier mal in Sicherheit. Der Kompass hat hier gesagt, hier lang. Wo seid ihr denn? Hier unten, Hannah. Wir sind in Sicherheit. Hier unten? Hier unten? Seid ihr eine Treppe runtergegangen? Ja, ja, ja. Hier unten. Ich komm mit, ich komm mit. Äh... Oh, nein! Ach, Mann, oh! Das gibt's doch nicht, ey. Ja, das ist echt das... Letzte. Sollte so sein, wenn's am geilsten ist, ne? Ach, shit, ey. Ja, wir hätten's euch gerne gezeigt. Was passiert? Wenn wir alle Tonbänder haben. Ne, beziehungsweise... Ich, ähm... Sollten wir es heute nicht mehr schaffen, lade ich ja noch den ersten Stream hoch, wo wir das erste Mal White Noise 2 gespielt hatten und da hat uns Gwildor ja verschont und da haben wir's auch geschafft. Also ihr könnt's euch da auch nochmal angucken. Aber hier wäre natürlich auch nicht schlecht. Elf Leuchtstäbe geworfen, neuer Rekord. Elf mal rausgeholt, unglaublich. So, da muss ich ja wahrscheinlich wieder die Sitzung verlassen. Äh... Das ist echt übel. Das ist echt lieb, ne? Ja, vor allem immer so kurz davor. Also wenn's wenigstens am Anfang mal abkacken würde... Weißt, ob die das mit Absicht machen. Ja, ne? So, hier, schaff das nicht. Vielleicht wissen sie noch nicht genau, was passieren soll, wenn man das geschafft hat und... Es wird gar kein Schaffen. Ja, vor allem hab ich das Gefühl, dass es überhaupt nicht levelt, ne? Also, echt komisch. Ja, weil einem die Punkte wieder weggenommen werden. Genau, weil's ja gar nicht zählt. Das ist so dämlich. So. I'm lading ein. Äh... Willst du noch mal machen? Dacht ich. Hast du noch? Kannst du noch? Willst du noch? Weiß ich nicht. Ja, ich kann noch. Hast du noch? Hast du noch? Hä 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 hä? Hast du? Hast du? Hast du? Ich würd jetzt nochmal Kreacher machen. Okay. Alles klar. Für mich ist das dann aber wahrscheinlich auch die letzte Runde. Ja, genau. Bei mir aber auch, glaub ich. Mimimimi. Mimimi. 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 Na, okay. Wir lassen das mal den Chat entscheiden. Äh. 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 Ja, nee. Können wir ja gerne machen. Das Wochenende ist eh viel zu kurz. Da müssen wir auch ein bisschen was davon haben. Ähm. Da mach ich nochmal Kre... Oh. Gott. Rennsemmel. Ciao. Ich hab ein voll geiles T-Shirt an Goldbrain, wenn ich das richtig lese. Ist ja vor allem mal gar nicht irgendwie eingebildet oder so. Und Trensinneln. Ey, er hat die Frisur, die ich bald kriege. Äh. Äh. Hauptsache du siehst danach nicht auch im Gesicht so aus. Ja, da erschreck ich voll. Mit dem Botox, die Augen gestickte weiter auseinander operieren lassen, sieht doch geil aus. naja und die lippen soll so extrem nach oben irgendwie so warte mal wähle figur kreatur und ich bin wieder der große schwarze mann und das ist ja alles noch gesperrt was ist das das will ich doch gar nicht nein das will ich nicht der sieht nein sagt man ist los so hier bin ich mal wir nehmen doch mal den ninja turtle hier ich verstehe das ist ja ich glaube ich nehme mal das das ist okay ja genau sag das mal den mädels beim star muss noch bis 3 uhr hier sitzen wieso muss muss warum warum hübsch hässlich ja du sagst es so wie standort was hat man dann heute noch nicht die macht noch mal diese komischen diese baracken den sommer ganz am anfang hatten die neue den bunker ja stimmt vielleicht ist so weit vorhin das war ja sinnlos er war ja alle fünf sekunden da und zeigt wahrscheinlich mit den fingern noch drei also fünf habe ich alle fünf es ist schon mega dunkel und ich habe die sonnenbrille auf hier ne also ist so gut hubsch fußt fantastisch ja geht mir vor ja mittler wo seid ihr wo seid ihr wie machen wir das jetzt eigentlich soll ich noch mal nett sein oder soll ich sollen wir noch mal hier letzte runde voll bm und so voll bm oder weil bevor es wieder abkackt ja ich würde auch sagen folgen ja voll bm der volle ein bm kommt so bm bm Spiritus schnurren gehörst mich schnurren du kleines kürtelchen und sind die unten die Sono in der rauch sind mit dem Mayus in der auto und nun müssen wir lernen muss mir da weiter als nochmal b ich hab können da okay ob stundschirmt Profit Seid ihr noch bei mir? Ja. Wir sollten uns aufteilen. Aber ich höre überhaupt nicht. Den Spruch habe ich vermissen. Das auch nicht. Achso, bei mir zeigt er noch da. Ach ja, das rote Tape. Ach ja. Das rote Tape. Ach ja, das rote Tape. Oh, ich höre es. Ja, jetzt höre ich es auch. Was ist denn das? Achso, auf den Back. Nee, auf der Seite irgendwo. Ach, n-back. Ach, n-back. Ach, n-back. Da kämpft er beim Tape. Ähm, bitte? Oh, guck mal, hier ist ne Karte. Reconnaissance Objectives. Aha. Ich bin ja bei so ne, ich bin ja bei so ne Karte. Bin ja bei so ne, oh hier sind überall Karten. Äh, wir müssen da lang. Wo? Wo bist du? Ach da. Hier. Ja. Aber hier weiß ich nicht mehr genau. Also ich wusste nur, dass wir hier durch die Tür gehen müssen. Äh, pass auf, da ist doch ein komisches Ding. Komisches Ding? Was ist denn für ein komisches Ding? Wir sind dran vorbei? Ach, das ist. Seid ihr noch da? Ja. Äh, hallo. Na, vielen Dank auch. Nee, du bist falsch. Du bist, du bist, äh. Du bist, äh. Du bist ganz falsch. Ja, ich komme, ich komme. Bitte, bitte schnell. Danke. Bitte schnell, ein Arzt. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Mach mal Kompass, wir sind richtig geradeaus hier. Soll ihr noch da? Jo. Guck mal, hier gibt's eine kleine Statue. Statue? Statue. Statue. Hab meine Arbeit noch nicht erledigt. Du musst noch ein paar Plotolus, Plotolus killen. Aha, okay. Bis um drei? Das ist aber, äh, anstrengend. Wo seid ihr? Wo bist du? Wo seid ihr? Wo bist du, Panasi? Ich bin hier. Wo? Hier. Bei mir nie. Ach so. Ich habe schon ein bisschen aus. Und hier ist niemand. Leute. Wo seid ihr? Wo bist du, Panasi? Oh Gott. Ich habe... Wir waren doch gerade noch zusammen. Keine Ahnung, wo ihr seid. Wo bist du denn, Sammichel? Oh, wo bist du? Ich höre es. Ich habe geschrien für dich. Aber wo? Ich höre die Klick an. Ich bin hier. Wendler auf jeden Fall, okay? Cool. Hörst du mich? Oh Gott. Hallo. Ich habe keine Hilfe. Nein, 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 nein. Aber jetzt müssten sie dich ja sehen. Nein, gar nicht. Ich bin jetzt tot, Lobby. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Wenn ich mal zu langsam bist. Ken, wo bist du denn jetzt? Das war lecker. Warte mal, ich führe euch mal zusammen. Oh, hier brennt's. Oh, ihr seid... Also ich habe... Moment, ich komme. Hier brennt was. Äh. Ich habe doch, ich habe dich. Bleib stehen. Ja, ihr seid da. Perfekt. Ich habe was, ich habe dich. Medi-Pack? Und ich bin hier. Oh, hallo. Hi. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich suche euch mal den nächsten... Hier geht's an. Das ist immer so geil, wie die Hand so versucht, etwas aufzuheben. Ja, das ist so geil. Eine Batterie, eine Batterie, sie ist so schwer. Na, wo seid ihr denn? Abschalten, Kinder. Jetzt abschalten. Wie wär's zum Abschluss noch mit ein paar Kinder-Lieder-Intros, Kinder-Serien-Intros? Ja. Oder das Lied von Aladin, ihr habt ja vorhin auch so schön gesungen. Das Lied von Aladin. Super toll, die Duck-Tales. Die Duck-Tales, uh-uh. Äh, äh, Moment, ich... Ich komme für euch, bleib mal noch. Oh, oh. Und dann wäre das nächste Band. Chip, 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 chip und chip. Du bist so dunkel. Hüttert's rechts. Hier bin ich, Leute. Andere, andersrum. Tages-Deadline, schiebe gerne auf, die Arbeit. Achso. Der Böse geht ihr nicht schlecht. Bitte sind jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat mir Zeit, sich auszuruhen. Chip, 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 chip und chip. Wir sind übelst synchron. Wir sind mega synchron. Ja, du bist so total langsam. Chip, chip, chip. Bitte. Als wenn die singen, wenn ich, chip, 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 chip und chip. Äh, wo sagt ihr, Leute? Äh, ich weiß nicht, wo es ist. Reicht, 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 reicht. Reicht, das hat reicht, reicht. Oh, ich seh's, glaub ich. Echt? Nee, 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 doch. Muss ja irgendwo hier sein. Es war doch hier sehr laut. Ja, nein, vielleicht. Oh, ist das im Bunkelzimmer? Guck ich mir das mal an. Ist das wieder so ein Störsender-Ding? Oh mein Gott. Nee, das würde ich sehen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Ich bin übrigens gut heute mit dem Spiel. Eww. Die Map ist ja mal heftig. Wir müssen da lang. Also wenn ihr da seid, wo ich grad bin, dann müsstet ihr Angst haben. Hier müssen wir lang, glaub ich, Leute. Eww. Wo seid ihr denn? Trollrotz. Trollrotz? So, ich hab nie schön gerne. Na, von Ari-Botter. I can show you the word. Ach ja, genau. Ich kann nicht, warte. Was, kannst du nicht? Kompassen. Harry, kannst du kompassen? Ja, stimmt. Häuber, die Liebe sind schon auf ihrer Spur. Oh, 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 scheiße. Warte, das hat sich gewechselt. Oh, was? Ja, genau. Wie das abgeht im Chat. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss. Hier ist ne Batterie. Oh, oh, ich. Nimm nur die. Nee, er ist kein Ausgang. Wir müssen hier lang. Ja, genau. Schön da... Oh, Susi. Ja? Bitte? Waschenlampe unbrauchbar, ne? Ja, Mann. Ich find euch nicht. Ich weiß noch mal, wohin. Oh, wir brauchen einen Kompass. Ich mach nochmal einen Kompass. Punkt. Toll. Genau hier hab ich einen Punkt. Hier, kommt her. Nö. Hier ist irgendwo. Ja. Achso, das sind meine Schritte. Ich dachte, das sind eure Schritte. Schade. HD. Oh, ich seh's. Nee, doch nicht. Doch, hier ist es doch. Was? Echt? Oh, ich hab's. Achso, nee, es hat kurz aufgehört zu blinken. Oh, was ist denn das für eine scheiße Mippe? Ach Gott. Wir müssen hier rein. Es nützt nix. Es nützt nix. Ach, Mann. Unglaublich hier. Es passt irgendwie zu dem Ninja-Türtel, der uns verfolgt. Ja, stimmt. Tja, wo seid ihr da? Sind wir auf dem richtigen Weg? Äh, ja. Hier, geradeaus. Oh, wie cruel sie auf mir zukommt. Oh. Oh, Mann, der hat im Abwasserkanal. Aber es ist ja kein Abwasserkanal. Na, aber. Da sieht's aus wie zu Hause, Roshi. Okay. Dann ist er jetzt jegliche Dinge versaut, glaube ich. Ja, genau. Äh, jetzt höre ich's nochmal. Ich durf? What? Ich hab' mir gekannt. Nee, das, mein Dingens hat dahin gezeigt. Mein Dingens zeigt hier. Ich hab' keine Taschenlampe mehr. Brauchst du zum Glück? Hier, da. Hier, ja. Oh, Mann, ich. Oh, Gott. Ja, genau, stimmt. Oh, Gott, wie ging das noch? Helden-Duck, Geheimnis-Tag, Schatten-Duck, Schlecht-Hin. Oh, geil. Ich kann das gar nicht mehr. Dark-Queen-Duck. Zwo, ein, Friesico. Dark-Queen-Duck. Du bist so lieb zu mir. Ja, mit die koninklichen Fuße. Mit die koninklichen Fuße? Ich hab' die Fuße, Maurice. Du bist so hubsch, suß, fantastisch. Oh, der Film ist cool. Hier rein. I like the music. Ich seh' dich nur so schämen. I like to move it, move it. I like to move it. So geil. So geil. Oh, mein Gott, Taschlampen und Papa. Oh, Mann. Hallo! Oh, shit. Hallo! Wurde ja mal Zeit, dass ihr euch mal Fini hier oder was? Oh, Susi, du hast... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was hab' ich? Ich hab' Brüste. Ich hab' Eier gesehen. Ach so. Das ist ein bisschen. Bitte? Da wüsste ich aber von. Ich hab' es gesehen. Ich vergesse es nie wieder. Oh, du machst ein Feuer für uns. Also Feuer gemacht. Und hier ist es. Ah, nee, hier ist da so ein scheiß Fake-Ding. Ich habe Feuer gemacht. Feuer. Po-Po-Po-Pokémon. Ritter des Rechts, hä? Po-Pokémon? Du verwechselst da was, Frank. Franky. Schnapp sie. Ah! Ihr habt Carrie alleine gelassen. Carry on, carry on. Echt? Hi, Carrie on. Es tut mir leid, Carrie on. Oh, nein. Ich verschlinge sie gerade, Carrie on. As I liked it. Ja, my cherry chapstick, ne? Nom, nom, nom. Mmh, lecker war sie. Es tut mir leid, aber ich wär' sowieso nicht mehr reingekommen bei dir hier hin. Du, die hier ganz in Ruhe langläufen, ist, da kommst du mir entgegen. Oh, hallo, oh Mensch. Mit Kaffee mal verschwunden, verschlucken. Ja, weil ich jetzt nicht mehr geschlafen habe. So sehr ruhig. Ich möchte ein Glücksbächer sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbächer sein. Ja, das ist das Sonneklar. Ein Glücksbächer sein. Na, da, na, na, na. Werden wir sein. Hallo? Oh, 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 oh. War das schon die letzte? Ach stimmt, ihr seid ja alle schon, oh. Ja, 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 ja. Ja, Mensch, ich hab' eine Errungenschaft und es ist nicht abgekackt und wir haben Punkte bekommen, also. Sehr schön. Ich weiß nicht, was er dort den ganzen Tag gemacht hat, wo wir, wo wir unterwegs waren, aber es ist schwierig irgendwie, ich bin vorhin auch ewig rumgelogen. Jo. Ich hab' euch einmal sehr lang gesucht. Ah, ja, hier. Ey, wo, alter, wo wart ihr denn? Ach so, okay. Los, gut, hab' ich mich teleportiert. Hier bin ich, äh, verreckert. Da hast du uns gesucht. Ja. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Du warst ganz nah dran. Ich war total nah dran. Ich hab' versucht, meinen Namen zu schreiben, ja, so. Es ging gänzlich schief, glaub' ich. Aber guck mal, wie akkurat ich die Berge hier nachzeichne. Vor allem kurz geformen ist, bevor du uns gespunden hättest, wieder weg teleportierst. Ja. Aber hat doch geklappt. Anne-Marie, freigeschaltet. Mila ist zwölf Jahre alt, lebt im fernen Jahr, von Kuller Augen, fern, schwanz, der Kopf voll Fantasie. Frühjahr war sie krank und schwach, dachte, das ist vorbei. Ermittler Chuck, klassisch, aha, aha. Wie sieht denn Chuck aus? Ich will nochmal gucken, wie Chuck aussieht. Chuck, 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 Chuck. Chuck. Ach, die kann man nur mit Wächeln. Ach, das ist Chuck. Chuck ist hier Jean Smith. Ja, Jean-Luc nur. Jean-Luc, oh Gott. Da müssen wir eigentlich auch einen Klassiker singen. Was sind wir Klassiker? Gummibären. Ach ja. Verliert und überall. Ja, alle durcheinander singen, ist total geil. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Da bist du echt darauf, der Mann ist 100 Jahre alt. Der, der lebt in einem Zwergen in uns versteckten, tiefen Wald. Geil. Ne, du sollst das nicht in Tenor oder in Sopran. Ne, Sopran ist doch, ist Sopran eine Frauenstimme. Ne, war das nicht die Wachstum? Oh, Flo, Flo, why, Flo, why? Oh nein, Flo, I'm so sorry. Flo, why? Go away. Ey, Level 26. Ne, ne. Ne, sorry, we're sleeping. Sleeping. Sleeping, Heini. Ach so, wann kommt das erste Album von uns? Wann wollten wir das rausbringen? Nächsten Monat, glaube ich. Na, wir gehen auf Tour erst mal. Ja, auf Tour. Das war dann gerade das Album. Ja, auf jeden Fall, damit wir ein bisschen Follower kriegen und so. Cool, cool. Wir gehen erst mal auf Tour, dann gibt's Autogrammstunde, dann schauen wir mal, was der Manager dazu sagt. Auf dem Album darf aber deine Mutter nicht fehlen. Deine Mutter? Also meine Mutter. Na, meine Mutter schneidet speck. Ach so, genau. Das wird unsere erste Schingel-Auskoppelung. Also Susi, du hast ihr gesagt, dass wir schon schlafen. Also, dass wir gerade schlafen. Ja, ich weiß, das war ja der Witz an der Sache. Damit sie eben, deswegen hab ich ihr geschrieben, sorry. Ja, wie nennen wir uns? Wir nennen uns, äh, Pansu-Gam-Rennen. Das hat sich allen Charakters aus Randa, aber auch gut. Round? Round! Round? Oh, wow, was ihr vorhabt! Wie nennt ihr euch? Ein Autogramm von Gamer-Weibchen, juhu! Aber wenn ihr verwandt seid, dann bist du, glaub ich, doch die Erste, die ein Autogramm kriegt, oder? Oh, ich schreib dir mal einen Brief, irgendwann. Aber was wir dringend brauchen, und da führt kein Weg vorbei, sind Background-Tänzer. Äh! Äh, ich wüsste da jemanden. So lange Monkey, gell? Ja, genau! Also, einen haben wir schon mal. Nee. Ey, sag du mal was gegen Monkey, ja? Du kennst ihn überhaupt nicht, Fräulein. Du machst dir ganz viele Freunde hier, ja? Bei denen, wenn hier 80% von ihr Network-Freunden dabei sind. Ich muss mich jetzt, äh, muss ich mich verteidigen. Ich habe Franky verstanden. Nein, Monkey... Ich dachte, der Zappelfloh wieder... Also, den Zappelfloh-Kasper-Typ, äh, der ohne, ohne, also ohne, ohne Taktgefühl, äh, den schlage ich bestimmt nicht vor. Aber da konntest du doch jetzt meine Reaktion nachvollziehen. Monkey habe ich natürlich da, sage ich, yeah! Ich muss halt einfach lernen, ähm, ähm, sauberer zu sprechen. Sprechen vor allem. Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende. Und bevor man nach Hause geht, reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt. Ja? Ist das richtig? Ja. Ich habe keine Ahnung. Die drei unglaublichen zwei habe ich jetzt erst gelesen. Also, ah! Ähm... Pandasie, jetzt bist du die Hüpfelzliche. Oh mein Gott. Was? Was soll denn das heißen? Willst du sagen, ich bin Fat? Du machst den Roadie bei der Tour, okay. Hauptsache nicht den Roadie. Ich mag echt deine Stiefel. Das war so klar. Weißt du, die Taschenlampen haben wir von Eis.de, die Stiefel haben wir bei Otto.de, alles da. Ich habe Takt gefühlt. Ja, Frank, im Traum wahrscheinlich. Ich finde das geil, so sie selbst, wenn du Otto als die Firma sagst, sagst du immer Otto. Otto? Otto. Habe ich gefunden bei Otto.de. Mit Currycake. Das Song von den Kickers weiß ich nicht mehr, aber ich hab sie geliebt damals, ich hab sie so süd... Fu wheels working for einstudiert habe ich hatte vorhin noch la 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 auf jeden fall ich habe es gelesen du müsstest mich nur noch mal irgendwie mir noch mal ein brett ins gesicht schlagen und wir noch mal sagen was du meintest genau das waren die schlimme tiger nein nun habe ich ein ohrwurm von was blackjack wir haben jetzt so viel gerade ja wie ging das denn kann irgendjemand den text von den kicker ja wie war das ach so ja und du hast die macht hat den mond stein fest und spiel und ich komme aus derselben ecke den dialekt den ich gerade so mache und und wie du vorhin gehört hast die band da sie kommt aus der nähe von hannover gew lähmmedischen können wenn ich das sorgen darf aus thüringen aber ich muss Das war so dramatisch. Wie hieß der Torwart? Hieß der Mario? Ich weiß es nicht mehr. Wo er dann gegen die Latte geknallt ist und diese Kopfverletzung hatte. Das war so dramatisch. Daran erinnere ich mich, warum auch immer. Ja, das war da irgendwie, gerade wenn es um Sport ging, wie bei Mila auch, die hat sich ja irgendwie in jedem Spiel 30 verschiedene Knochen gebrochen, aber im letzten Satz ist sie immer wieder aufgestanden. Und hat den Schmetterball, der immer aussah wie ein Frisbee, über das Netz geschmettert. Ja und bei den Kickers haben sie alle im letzten Moment noch diesen berühmten Backflip gemacht und ein Tor geschossen. Und auch der Teufelsdreier konnte sie nicht mal mehr daran hindern, ein Tor zu schießen. Vor allem, überleg mal, wenn du das heutzutage ausstrahlen würdest, die jungen Kinder, die sagen, Teufelsdreier, geil, der Dreier gesagt. Das siehst du mal, was wir für vernünftige Kinder waren. Ja, Plattdeutsch ist schwierig. Also ich kann nur ein bisschen Dialekt, aber ich kann nicht so schnecken. Ja, der Teufelsdreier ist der Hammer. Ja, es war Mario. Ah, dankeschön. Ich habe die ganze Zeit echt überlegt und es wirklich Mario war. Oder es war Mario. Ja, genau. Oh, herrlich. Und wie sie dann immer so circa 30 Minuten in der Luft stand. Ja, eben. Ja, im richtigen Moment. Den Honig macht er so sehr. Das ist immer, jeder kann so sein Stück dazu beitragen. Ja, Baloo war so. Bambam, bambam, badam, 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 badam. Wenns dann aber immer zu der Stelle kam mit dem, und sie fliegen, wenn sie fliegen, und sie fliegen, und sie fliegen. Das kann auch kein Mensch. Trotzliche. Was nennt man dann als Kind vom TV응 Melissa, Didi, 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 Didi! Ja genau. Yay. Oh, ja, Baloo! Das konnte man dann wieder. Mm, ich fand ja Kid immer total cool. Mit seinem, äh, äh, was auch immer das Ding war, für durch die Luft zu sausen. Ach ja, ja. Auch dieses Fisci-Verschnitt-Ding. Stimmt. Die waren alle so cool. Ja, die waren richtig cool. Einmal nochmal Kindheit. Wir hatten eine super Kindheit. Heute gibt es nur noch Rotz. Richtig, das stimmt. Nur noch andere Scheiße. Das stimmt. Das ist richtig. Wir hatten auch vier schöneren Sandmenschen. Wir hatten auch noch eine gezeichnete Biene Maya und keine 3D-Biene Maya, wo das Titelied von Helene Fischer gesungen wird. Bitte? Gibt es eine 3D-Biene Maya mit Helene Fischer? Ja, es gibt es. Oh mein Gott, die armen Kinder. Selbst meine geliebte Bibi Burksberg hat eine... Oh ja, stimmt. Ja, genau. Das ist der geilste Stream, den ich je gesehen habe. Dankeschön, Tina. Oh Mensch, was ein Kompliment. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Mensch, wir haben hier für jeden was dabei. Kindheitserinnerung, alles da. Da geht sie ab, das Gamer-Weibchen. Herrlich. Liebe, das ist mein Spotify-Spoter von der Scheiße. Und weil ihr ein besseres Sandmännchen hattet, seid ihr alle zu Schnatterinchen geworden. Mag, 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 mag. Wir haben noch die Frau Elster und den Herrn Fuchs geguckt und den Petit-Platsch, aber das kennen nur die Leute, die alles im öchten kennen. Und dann haben wir noch mal guckt, den. Die Platsch kann ich auch. Wie hießen der Kleene mit dem blauen Haar? Na, der Plums. Ja, der Plums. Der Plums. Oh, der war so süß. Der Plums. Und da gab es noch die... Den... Wie hießen der auch? Ich kann nicht rufen. Wie hießen der Igel? Der Igel bei... 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 Bei Petit-Platsch. Wie hießen der auch? Ja, 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 scheiße. Ja, ja, scheiße. Ja, ja, scheiße. Ja, ja, scheiße. Borstie, Borstel, Borstel, Lisa, Borstel. Ich kann bloß noch den Moppy. The Moppy, genau. No, we'll die, die, die Pity, aber nicht. Der, der was? Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, superstarke Hero Turtles, immer auf der Lauer. Das ist ja noch das Alte, ne? Dann können wir dann irgendwann Teenage Mutern-Liter-Chattels. Ja, das, das kannte ich schon gar nicht mehr. Aber das kannte ich auch nicht, das Alte war eh besser, wenn. Das ist Wahnsinn. Früher war alles besser. Ja, früher war alles früher, das stimmt. Ja, das ist eh so schlimm, wenn der teilweise schon, äh, in der Ausbildung ging mir das schon so, da gab's Leute, die wussten nicht mal mehr, wer Alf ist. Da dachte ich, oh Gott, bin ich alt. Ich bin so alt. Na gut, das stimmt ja auch, aber, ähm, wenn er alt ist, bin ich ja auch alt. Nein, es ist keiner so alt wie die Rennse. Niemanns. Doch, Kurt. Ich werde auch in jedem Scream immer zur Einstimmung mein Lieblingslied singen. E-Mail. Und? Wir sind jetzt voll gespannt. Ja, übelst. Jetzt spannen wir uns nicht. Ja, das kenne ich auch. Super klar, die Frage, dass die Ex, die Ali geht, zwischen dem Sport ist durch und durch. Das müsst ihr doch kennen. Ja, das kenne ich. Das kenne ich, aber ich kann den Text nicht. So, ich kann das auch nicht. Mary Poppins. Alle waren die Mary Poppins, gell? Ich, Hashtag Mary Poppins. Hashtag Mary Poppins. Aber ich konnte es auch nie singen. Ich liebe es. Rennsemel ist also die uralte Mauler. Ich bin auch schon drin. Hashtag ist die maulende Myrte. Rennsemel. Wer hat das geschrieben? Das hat niemand geschrieben, das kam aus meinem Kopf. Aha. Oh mein Gott, das ist immer. Ich habe immer gewünscht, ich mache Schnitzel, falls alles nicht aufgeräumt ist. Das ist super einfach. Oh, das wäre so cool gewesen. Oh ja, auf jeden Fall. Ich hätte mir auch viel erspart. Ja. Und den Weg ist schon so viel. Ich glaube, ich komme jetzt nicht vorhin weg. Jetzt kann sie nicht mehr schlafen. Wegen der Beleidigung oder wegen der Stimme von Raz. Auch bei der Pandasi könnt ihr reinschauen. Schaut auch bei dem Gamer-Weibchen auf YouTube und Twitch vorbei. Aber nur das Original Mary Poppins. Und bei mir könnt ihr ebenfalls tolle Videos schauen. Es ist zwar zurzeit Pause auf dem Kanal, aber es geht bald weiter. Ich freue mich auf euch. Doppelpunkt. Außerdem streame ich auch auf Twitch. Und das ist alles Mikes in Mikes Stimme. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Wer ist Mikes? Außerdem streame ich auch auf Twitch. Äh, außerdem, äh, 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 äh. Mike ist gar nicht hier, Mike ist nicht hier. Mike ist, äh... Oh, das ist ja lieb, Tina. So, sich abonnieren. Oh, ja, dankeschön. Ach, Tienchen, das ist ja voll nett. Du hast eine sehr nette Verwandtschaft, Carrie. Eine sehr nette, eine sehr nette. Das ist so ein nettes Mädel. Das brauchst du auch nicht. Aber richtig, 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 richtig. Da müsst ich mal... Wenn du mal streamst, da muss ich mal alle meine Cousins und Cousinen zusammentrommeln. Dann kommen wir alle mal bei dir vorbei. Dann kriegst du alle... Alle ein Follow. No, genau. Schweinebraten. Oh, ja. Und Eier. Und Eier. Und Döner. Und Döner. Und Döner. Und Döner werden geschlecht. Ja, richtig. Herrlich. Und Sauerkraut. Und denn, wenn die Rennsimmel dann noch anfängt... Oh. Ich hab das gehört. Oh, Entschuldigung. Da waren wir schon wieder weg. Diese Stimme. Möchtest du auch sagen? Stimme im Ohr. Oh Gott, was soll das wieder für ein Lied? Oh, ich komm nicht mehr klar. Ja. Und wenn die Rennsimmel dann wieder anfängt von Weihnachten zu erzählen, dann ist es eh vorbei. Oh Gott. Was? Wenn es Scherung gibt. Ja, bei der Scherung. Was macht man jetzt? Ja, ich bin es auch nie. Tina ist schon wieder da. Welcome back. Bicke. Bibi. Bibi. Na, ich schreibe jetzt meine Knöbbe zu machen. Die Knöbbe? Die Knöbbe. Die Knöbbe. Knöbbe. Die Knöbbe. Knöbbe. Du machst mich fertig. Fertig. Entschuldigung. Merde. Und der Mike, der irgendwo im Hintergrund ist. Der irgendwo im Hintergrund ist. Dann verlasse ich mal die Sitzung. Und würde sagen, wir bedanken uns für die ganz vielen Zuschauer. Sehr sogar. Über 30 oder so. Ja, also es hat sich gut gehalten auf jeden Fall. Ja, cool. Speechless. Speechless. And that will what heißen. Hashtag Schleicher. Hashtag. Nee, da hätte ich ja gesagt, ich bin Speechcraft. Hey, aber Speech. Da musste ich gerade. Speech. Da musste ich gerade. Natürlich. Ach, weißt du. Vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Und natürlich dürfen sich die anderen Mädels auch noch verabschieden. Ja, ciao. Tschüssikowski. Bis dann, Iwanski. Oh. Carrie, du bist dran. Ja, und ich, ich weh für mich ganz, 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 ganz traurig. Und ja, eigentlich möchte ich gar nicht gehen, aber wir machen nichts aus. Ja, wir wollen alle nicht gehen. Das ist das Einzige, was ich mit diesem Stream so gar nicht verwenden kann. Dass man gehen muss, ja. Das erste Mal, dass ich nicht aufhören muss. Ich bin bald wieder bei Susi dabei. Ja. Und sonst sehr, 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 sehr doll. Danke Susi, dass ich da mitspielen durfte. Ja, natürlich. Gerne, gerne, gerne. Immer wieder. Es war echt geil. Ich fand es super. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr auch so lange durchgehalten habt. Also ich glaube, das war der Stream mit den meisten Zuschauern. Und so lange und so viele Follower und so viele Hosts. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Und auch Dankeschön an die Mods. Ihr habt eine super Arbeit geleistet. Hat alles super funktioniert. Keine Hater, keine irgendwas anderes. Keine Trolls. Wir haben Akina Matata vergessen. Entschuldigung, dass ich die dazwischenquatsche. Das sag ich gern. Nee, diesen Spruch sag ich gern, wollte ich sagen. An das nette Sing-Sang. Ja, wir singen gerne wieder für euch. Ihr könnt gerne dann das nächste Mal euch eine Liste machen mit Kinder, Serien, Intros und so weiter. Genau, wir nehmen da auch gerne Requests an. Also, keine Sorge. Richtige Battles, Mädels. Genau. Heute ist nicht alles Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Genau, Shadow. Auf jeden Fall. Das machen wir. Kühne Matata. Ich wäre bereit, wieder zu kommen. Susi. Ja, wenn es die Zeit wieder zulässt, auf jeden Fall. Ich muss dich ja auch der Hexe noch vorstellen. Ähm, genau. Weil ich schon letztens angesprochen habe. Aber das machen wir mal in Ruhe. Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Ist das fies. Oh, das ist wirklich fies. Wir sind die vier Engel für die Creature. Oh, mein Gott. Ja. Ja. Bitte. Ich tue etwas. Ich tue etwas. Verabschiede mich mit einem großen... An alle, die zugeguckt haben und an alle, die im Chat waren. Und guckt nochmal alle rein bei einem Gamer-Weibchen, bei der Pandasi und bei Mike und beim Bamster und bei ihr Network und bei Let's Play for Charity. Habe ich was vergessen? Äh, Ress und Gwildor und mich, ich komme zum Schluss. Oder beziehungsweise gar nicht, weil ihr wartet die ganze Zeit bei mir. Ähm, was hat Benachrichtigung eingestellt? Also wenn du streamst, bin ich dabei. Vielen Dank, Tina. Ähm, dann schauen wir mal, wann es das nächste Mal soweit sein wird. Aber bestimmt nicht lang. Morgen gegebenenfalls, falls es dabei bleibt, gerne auch bei Mike mal reingucken. Äh, ich werde... Bis bald, Rian. Hahaha. Bis Sparta. Äh, tschüssi, war ein toller Stream, danke, gerne. Und dann wünschen wir euch noch ein schönes restliches Wochenende und verabschieden uns von diesem Stream. Ich danke meinen Mädels, ihr wart klasse. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt noch ein neuer Follower. Jetzt zum Schluss. Na, den warte ich noch fix ab. Na, den warte ich noch ab. Na, komm schon. Jetzt kommt schon Alert. Na, komm. Los. Los. Na, jetzt. Jetzt. Los. Drei. Zwo. Drei. Eins. Und? Minus eins. Minus eineinhalb. Minus zwei. Minus drei nochmal. Na, los. Jetzt. Ich sehe es doch schon. Komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Komm schon. Los. Komm, komm. Los. Alert. Los. Komm schon. Lass es nochmal knallen und dann sagt Willkommen. Willkommen, Willkommen. Susi Arie. Oh, ist ja toll. To the Hootgas. Ne, das klaue ich nicht. Na, guck mal. Willkommen, Willkommen. Mannex, danke schön für dein Follow. Du kommst leider zu spät. Das ist das Ende des Streams. Aber wir danken dir für den Follow. Und du darfst ihn gerne nachgucken auf Twitch. Der ist ja 14 Tage online. Und ansonsten bei mir auf dem YouTube-Kanal dann irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen. So. Genug geschnackt, Manny Lieben. Viel Spaß euch noch. Schönes Wochenende. Haut rein. Haut die Hühner. Backenbrötchen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.